Das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 1 Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Nachkommen von König David und dem Stammvater Abraham. Abraham wurde der Vater von Isaac, Isaac der Vater von Jakob und Jakob der Vater von Judah und seinen Brüdern. Judah wurde der Vater von Peretz und Serach. Ihre Mutter war Tama. Peretz wurde der Vater von Hetzron und Hetzron der von Rahm. Rahm wurde der Vater von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon. Salmon wurde der Vater von Boaz, die Mutter war Rahab. Boaz wurde der Vater von Obed, die Mutter war Ruth. Obed wurde der Vater von Isai und Isai der von König David. David wurde der Vater von Salomo, die Mutter war Urias Frau. Salomo wurde der Vater von Rehabeam. Rehabeam, der von Abiyah, Abiyah, der von Asa. Asa, der von Joschafat. Joschafat, der von Joram, Joram, der von Uzziah. Uzziah, der von Jotham, Jotham, der von Ahas, Ahas, der von Hiskia. Hiskia wurde der Vater von Manasse, Manasse, der von Amon, Amon, der von Joschia. Joschia wurde der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Damals wurde das Volk in die Verbannung nach Babylon geführt. Danach wurde Joachim, der Vater von Shealtiel. Shealtiel, der von Zerubabel. Zerubabel, der von Abihuht. Abihuht, der von Eljakim. Eljakim, der von Asor. Asor, der von Zadok. Zadok, der von Achim. Achim, der von Eliud. Eliud, der von Eleazar. Eleazar, der von Matan. Matan, der von Jakob. Jakob wurde der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie wurde die Mutter von Jesus, der auch Christus genannt wird. Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, der schon als ihr Ehemann galt und ein aufrechter Mann war, wollte den Ehevertrag stillschweigend rückgängig machen, um sie nicht bloßzustellen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus, Retter, nennen sollst. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Denn das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, befolgte er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und holte seine Frau zu sich. Er schlief aber nicht mit ihr, bis dieser Sohn geboren war, den er Jesus nannte. Kapitel 2 Als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren war, kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde? fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes davon hörte, geriet er in Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm. Er befahl alle hohen Priester und Gesetzeslehrer des jüdischen Volkes zu sich und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, erwiderten sie. Denn so ist es in der Heiligen Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Du, Bethlehem, im Land Judah, bist keineswegs die unbedeutendste von Judas führenden Städten. Denn ein Fürst wird aus dir kommen, der als Hirt mein Volk Israel führt. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann genau sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Dann schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch sorgfältig nach dem Kind, sagte er. Und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt, damit ich auch hingehen und ihm die Ehre erweisen kann. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie bei seinem Aufgang beobachtet hatten, zog vor ihnen her, bis er schließlich genau über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin. Gold, Weihrauch und Mürre. Als sie dann im Traum eine göttliche Weisung erhielten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, reisten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Nachdem die Sterndeuter abgereist waren, erschien auch Josef im Traum ein Engel, der zu ihm sagte, Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir Bescheid gebe. Denn Herodes will das Kind suchen und umbringen lassen. Da stand Josef auf und brach noch in der Nacht mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten auf. Dort blieb er dann bis zum Tod von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten, war er außer sich vor Zorn. Er befahl in Bethlehem und der ganzen Umgebung, alle Jungen im Alter von zwei Jahren und darunter zu töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war. Angstschreie hört man in Rama, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und lässt sich nicht trösten, denn sie sind nicht mehr. Als Herodes gestorben war, erschien Josef wieder ein Engel des Herrn im Traum. Er sagte, Steh auf und bring das Kind mit seiner Mutter wieder nach Israel, denn die, die das Kind töten wollten, sind tot. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und seiner Mutter nach Israel zurück. Er fürchtete sich aber, nach Judäa zu ziehen, weil er gehört hatte, dass Archelaus anstelle seines Vaters Herodes jetzt dort herrsche. Im Traum erhielt er eine neue Weisung und zog darauf nach Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. So erfüllte sich, was durch die Propheten gesagt ist. Er soll Nazarener genannt werden. Kapitel 3 Damals trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf Schrecken und Honig von wild lebenden Bienen. Die Bevölkerung von Jerusalem, Judäa und der ganzen Jordan-Gegend kam zu Johannes hinaus. Sie ließen sich im Jordan von ihm taufen und bekannten dabei ihre Sünden. Als Johannes viele von den Pharisäern und Sadduzeern zu seiner Taufe kommen sah, sagte er, Ihr Schlangenbrut! Wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorngericht Gottes entgeht? Bringt Früchte hervor, die zeigen, dass ihr eure Einstellung geändert habt. Und fangt nicht an zu denken, dass ihr doch die Nachkommen Abrahams seid. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch zwar mit Wasser aufgrund eurer Umkehr, aber es wird einer kommen, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand, um alle Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er mit einem Feuer verbrennen, das nie mehr ausgeht. Dann kam Jesus aus Galiläa zu Johannes an den Jordan, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte ihn davon abzubringen und sagte, Ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Doch Jesus antwortete, Lass es für diesmal geschehen, denn nur so können wir alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da fügte sich Johannes. Als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm, und er sah den Geist Gottes, wie eine Taube auf sich herabkommen, und aus dem Himmel sprach eine Stimme. Das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Kapitel 4 Dann wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinaufgeführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Vierzig Tage und Nächte lang aß er nichts. Als der Hunger ihn quälte, trat der Versucher an ihn heran und sagte, Wenn du Gottes Sohn bist, dann befehle, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus antwortete, Nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Vorsprung im Tempel, und sagte, Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hier hinunter. Ja, es steht ja geschrieben, er schickt seine Engel für dich aus, um dich zu beschützen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus gab ihm zur Antwort, Es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt, und sagte, Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus, Weg mit dir, Satan! Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da ließ der Teufel von Jesus ab, und Engel kamen und versorgten ihn. Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er blieb aber nicht in Nazareth, sondern verlegte seinen Wohnsitz nach Kafarnaum am See, im Gebiet der Stämme Sebulon und Naphtali. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt wurde. Du Land, Sebulon und Naphtali, am See gelegen und jenseits des Jordan, Galiläa, der heidnischen Völker. Das Volk, das im Finstern lebte, hat ein großes Licht gesehen. Über denen, die im Land der Todesschatten wohnten, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen, ändert eure Einstellung, denn die Herrschaft des Himmels ist nah. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Fischer, die ihre runden Wurfnetze auswarfen. Es waren Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, Auf, mir nach, ich werde euch zum Menschenfischern machen. Sofort ließen sie die Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weiter gegangen war, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Sie waren mit ihrem Vater im Boot und brachten die Netze in Ordnung. Auch sie forderte er auf, mit ihm zu kommen. Da verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm. Jesus zog in ganz Galiläa umher. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die gute Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Bald wurde überall von ihm gesprochen, selbst in Syrien. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die an den unterschiedlichsten Krankheiten und Beschwerden litten, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte. Er halte sie alle. Große Menschenmengen folgten ihm aus Galiläa, aus dem Zehnstädtegebiet, aus Jerusalem und aus der Gegend jenseits des Jordan. Kapitel 5 Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg dort und setzte sich. Da versammelten sich seine Jünger um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, Wie glücklich sind die, die anerkennen, wie arm sie vor Gott sind. Ihnen gehört das Reich, das der Himmel regiert. Wie glücklich sind die, die Leid über Sünde tragen, denn Gott wird sie trösten. Wie glücklich sind die, die sich nicht selbst durchsetzen. Sie werden das Land besitzen. Wie glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gott macht sie satt. Wie glücklich sind die Barmherzigen. Ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott sehen. Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden Kinder Gottes genannt. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun. Ihnen gehört das Reich, das der Himmel regiert. Wie beneidenswert glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Und genau so haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Denn ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird auch nicht ein Punkt oder Strich vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer auch nur eins von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt in dem Reich, das der Himmel regiert, als der geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der wird in diesem Reich hoch geachtet sein. Ich sage euch, wenn es um eure Gerechtigkeit nicht viel besser bestellt ist, als bei den Gesetzeslehrern und Pharisäern, werdet ihr nie in das Reich kommen, das der Himmel regiert. Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und bring Gott dein Opfer. Wenn du jemanden eine Schuld zu bezahlen hast, einige dich schnell mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird er dich dem Richter ausliefern und der wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du kommst ins Gefängnis. Ich versichere dir, du kommst erst dann wieder heraus, wenn du den letzten Cent bezahlt hast. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht Ehebruch begehen. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge verführt wirst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Und wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Es heißt, wer sich von seiner Frau trennen will, muss ihr einen Scheidebrief ausstellen. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau trennt, es sei denn, sie ist ihm untreu geworden, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht auch Ehebruch. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst kein Meinheit schwören, was du aber dem Herrn geschworen hast, musst du halten. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, er ist ja Gottes Thron, noch bei der Erde, sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du etwas schwörst, denn du kannst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz werden lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Alles, was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Ihr wisst, dass es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses antut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, mit dem geht zwei. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir borgen will. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Denn das machen auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst könnt ihr keinen Lohn vom Vater im Himmel erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, dann lass es nicht vor dir her ausposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du den Armen etwas gibst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit deine Mildtätigkeit im Verborgenen bleibt. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Wenn ihr betet, macht es nicht so, wie die Heuchler, die sich dazu gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht plappern, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Ihr sollt vielmehr so beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name werde geehrt, deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe, auf der Erde, so wie im Himmel. gib uns, was wir heute brauchen und vergib uns unsere ganze Schuld. Auch wir haben denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Wenn ihr fastet, dann setzt keine wehleidige Miene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Äußeres, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann auch ihr ganzer Lohn. Wenn du fastest, dann pflege dein Haar und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Dein Auge vermittelt dir das Licht. Wenn dein Auge klar ist, kannst du dich im Licht bewegen. Ist es schlecht, dann steht dein Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Dunkelheit ist, welch eine Finsternis wird das sein? Niemand kann gleichzeitig zwei Herren unterworfen sein. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und haben auch keine Vorratsräume und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und ihr, ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähen. Ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird, denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Kapitel 7 Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn so wie ihr über andere urteilt, wird man auch euch beurteilen und das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch euch zugemessen werden. Weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen? Und dabei ist der Balken doch in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Die trampeln doch nur auf ihnen herum und versuchen dann, euch selbst in Stücke zu reißen. Bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Würde jemand unter euch denn seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um ein Stück Brot bittet? Würde er ihm denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind dorthin unterwegs. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt. Nur wenige sind es, die ihn finden. Hütet euch vor den falschen Propheten, sie sehen aus wie sanfte Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Von Dornen erntet man keine Weintrauben und von Diesteln kann man keine Feigen lesen. So trägt jeder gute Baum gute Früchte und ein schlechter Baum schlechte. Ein guter Baum wird keine schlechten Früchte tragen und ein schlechter Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werden sie erkannt. Nicht jeder, der dauernd Herr zu mir sagt, wird in das Reich kommen, das der Himmel regiert, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. An jenem Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, haben wir nicht mit deinem Namen Geweiß sagt? Herr, haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen Wunder getan? Doch dann werde ich ihnen unmissverständlich erklären. Ich habe euch nie gekannt. Macht euch fort, ihr Schufte. Darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, denn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach mit Vollmacht ganz als ihre Gesetzeslehrer. Kapitel 8 Als Jesus vom Berg heruntergestiegen war, zog er weiter und eine große Menschenmenge folgte ihm. Da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Da berührte Jesus ihn mit der Hand und sagte, ich will es, sei rein. Sofort verschwand der Aussatz und er war rein. Jesus schärfte ihm ein, pass auf, dass du niemand davon erzählst. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung, wie Mose es angeordnet hat. Das soll ein Beweis für sie sein. Als Jesus in Kafarnaum eintraf, trat der dort stationierte Hauptmann an ihn heran. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Da entgegnete der Hauptmann, Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja auch den Befehl von Vorgesetzten und habe meinerseits Soldaten unter mir. Sage ich zu einem von ihnen geh, dann geht er und zu einem anderen komm, dann kommt er und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es. Jesus war sehr erstaunt, das zu hören und sagte zu der Menschenmenge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel bei niemand gefunden. Und ich sage euch, aus allen Himmelsrichtungen werden Menschen kommen und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob ihre Plätze im Königreich der Himmel einnehmen. Aber die Bürger des Reiches werden hinausgeworfen in die tiefste Finsternis. Dort wird dann das große Weinen und Zähneknirschen anfangen. Darauf wandte sich Jesus dem Hauptmann zu und sagte, geh nach Hause, was du mir zugetraut hast, soll geschehen. Zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Jesus ging in das Haus von Petrus. Dessen Schwiegermutter war von einem heftigen Fieber befallen und lag im Bett. Jesus berührte ihre Hand. Da verschwand das Fieber und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Er vertrieb ihre bösen Geister durch sein Wort und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Als Jesus die viele Menschen sah, die sich um ihn drängten, befahl er seinen Jüngern mit ihm an die andere Seite des Sees zu fahren. Da sagte ein Gesetzeslehrer zu ihm, Rabbi, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Die Füchse haben ihren Bau, entgegnete ihm Jesus, und die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich ausruhen kann. Ein anderer, es war einer von seinen Jüngern, sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir zuerst nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Lass die Toten ihre Toten begraben, entgegnete ihm Jesus, folge du mir nach. Danach stieg Jesus ins Boot und seine Jünger folgten ihm. Als sie auf dem See waren, kam plötzlich ein schwerer Sturm auf, so dass die Wellen das Boot zu begraben drohten. Aber Jesus schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn auf. Herr, schrien sie, rette uns, wir gehen unter. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und bedrohte den Wind und den See. Da trat eine große Stille ein. Die Menschen fragten sich voller Staunen, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? So kamen sie in das Gebiet der Gadarena auf der anderen Seite des Sees. Dort begegnete er zwei Besessenen. Sie kamen von den Grabhöhlen und waren so gefährlich, dass niemand es wagte, auf diesem Weg vorbeizugehen. Was willst du von uns Sohn Gottes? schrien sie. Bist du hergekommen, um uns schon vor der Zeit zu quälen? Nun weidete in einiger Entfernung wenn du uns austreibst, lass uns doch in die Schweine fahren. Geht, sagte Jesus. Da verließen sie die Männer und fuhren in die Schweine. Daraufhin raste die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und die Tiere ertranken in den Fluten. Die Schweinehirten liefen davon und erzählten in der Stadt alles, was geschehen war, auch das mit dem Besessenen. Da machte sich die ganze Stadt auf den Weg, um Jesus zu begegnen. Als sie sahen, was geschehen war, baten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Kapitel 9 Jesus stieg wieder ins Boot, fuhr über den See und kehrte in seine Stadt zurück. Da brachten einige Männer einen Gelähmten zu ihm. Er lag auf einer Matte. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Du musst keine Angst haben, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Einige Gesetzeslehrer dachten im Stillen, das ist ja Gottes Lästerung. Jesus durchschaute, was sie dachten und sagte, warum gebt ihr so schlechten Gedankenraum in euch? Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Damit wandte er sich zu dem Gelähmten und befahl ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging nach Hause. Die Leute waren erschrocken und priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Als Jesus weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der Matteus hieß. Er sagte zu ihm, folge mir nach. Matteus stand auf und folgte ihm. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Mit ihm und seinen Jüngern waren noch viele Zolleinnehmer eingeladen und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten. Als einige Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Rabbi sich nur mit Zöllnern hörte das und erwiderte nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort gemeint ist, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr auch, dass ich nicht gekommen bin, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Einmal kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und fragten, wie kommt es, dass wir und die Pharisäer so viel fasten, denn die Jünger aber nicht. Jesus erwiderte, können die Hochzeitsgäste denn trauern, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Dann werden sie fasten. Niemand näht doch ein neues Stück Stoff auf ein altes Gewand, sonst reißt das neue Stück aus und der Riss im alten Stoff wird noch größer und niemand wird doch neuen Wein in alte Schläuche füllen. Er gärt ja noch und würde die Schläuche zum Platzen bringen. Dann würde der Wein auslaufen und die Schläuche wären verdorben. Nein, neuen Wein füllt man in neue Schläuche und beide bleiben erhalten. Während Jesus ihnen das erklärte, kam einer der führenden Männer des Ortes zu ihm. Er warf sich vor ihm nieder und rief Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm bitte und leg ihr die Hand auf, dann wird sie wieder leben. Jesus stand auf und folgte ihm. Auch seine Jünger kamen mit. Unterwegs drängte sich eine Frau von hinten heran und berührte einen Zipfel seines Gewandes. Sie litt seit zwölf Jahren an starken Blutungen und sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich wieder gesund. Jesus drehte sich um, sah die Frau an und sagte, Du musst keine Angst haben, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick war die Frau geheilt. Als Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Flötenspieler und die aufgeregten Menschen sah, sagte er, Hinaus mit euch, das Mädchen ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Als die Leute endlich draußen waren, ging Jesus zu dem Mädchen hinein und fasste es bei der Hand. Da stand es auf. Die Nachricht davon verbreitete sich in der ganzen Gegend. Als Jesus von dort weiter ging, folgten ihm zwei Blinde und schrien, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Sie folgten ihm bis in das Haus, wo er wohnte. Er fragte sie, glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, sagten sie. Da berührte er ihre Augen und sagte, weil ihr glaubt, soll es geschehen. Sofort konnten sie sehen, doch Jesus verbot ihnen streng, jemand davon zu erzählen. Aber kaum waren sie aus dem Haus, machten sie Jesus in der ganzen Gegend bekannt. Als die beiden gegangen waren, brachten die Leute einen Stummen zu ihm, der von einem Dämon besessen war. Als der böse Geist von dem Mann ausgefahren war, konnte der Stumme reden. Die Leute staunten und sagten, so etwas hat man in Israel noch nie gesehen. Die Pharisäer aber behaupteten, kein Wunder, er treibt die Dämonen ja durch den Oberdämon aus. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihnen tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Dann sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet deshalb den mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Kapitel 10 Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel sind folgende. An erster Stelle Simon, der Petrus genannt wird und sein Bruder Andreas. Jakobus Ben Zebedeus und sein Bruder Johannes. Philippus und Bartholomeus. Thomas und der Zöllner Matthäus. Jakobus Ben Alpheus und Thaddeus. Simon, der zu den Zeloten gehört hatte und Judas, der ein Sikarier gewesen war und Jesus später verraten hat. Diese zwölf sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Meidet die Orte, wo Nichtjuden wohnen und geht auch nicht in die Städte der Samaritaner, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Geht und verkündigt ihnen, die Herrschaft des Himmels steht bevor. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr kostenlos bekommen habt, das gebt kostenlos weiter. Besorgt euch kein Reisegeld, weder Gold, noch Silberstücke, noch Kupfermülsen. Besorgt euch und keinen Wanderstab. Denn wer arbeitet, hat Anspruch auf seinen Lebensunterhalt. Wenn ihr in eine Stadt oder ein Dorf kommt, findet heraus, wer es wert ist, euch aufzunehmen und bleibt dann, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr das Haus betretet, grüßt seine Bewohner und wünscht ihnen Frieden. Wenn sie es wert sind, wird der Frieden, den ihr bringt, bei ihnen einziehen. Wenn sie es nicht wert sind, wird euer Gruß wirkungslos sein. Und wenn die Leute euch nicht aufnehmen oder anhören wollen, dann geht aus jenem Haus oder jenem Ort und schüttelt den Staub von euren Füßen ab. Ich versichere euch, Sodom und Gomorra wird es am Tag des Gerichts erträglicher ergehen als euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen und weil ihr zu mir gehört werdet ihr vor Machthaber und Könige geführt werden. Doch auch sie und alle Völker müssen ein Zeugnis von mir hören. Und wenn sie euch vor Gericht stellen, dann macht euch keine Sorgen wie ihr reden oder was ihr sagen sollt. Sagt einfach das, was euch dann eingegeben wird. Denn nicht ihr seid dann die Redenden, sondern der Geist eures Vaters redet durch euch. Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder. Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie in den Tod schicken. Und weil ihr euch zu mir bekennt, werdet ihr von allen gehasst werden. Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wenn sie euch in der einen noch bevor ihr mit den Städten Israels zu Ende seid, wird der Menschensohn kommen. Ein Jünger ist doch nicht besser als sein Lehrer und ein Diener steht doch nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm so geht wie seinem Lehrer und der Diener dass es ihm so geht wie seinem Herrn. Wenn sie schon den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr dann seine Leute. Doch fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen. Es kommt die Zeit, da wird alles offenbar werden. Alles, was jetzt noch geheim ist, wird öffentlich bekannt gemacht werden. Was ich euch im Dunkeln sage, gebt am hellen Tag weiter. Und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft von den Dachterrassen herunter. Habt keine Angst vor fürchtet aber den, der Seele und Leib dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Ihr wisst doch, dass zwei Spatzen für ein paar Cent verkauft werden. Doch nicht einer von ihnen fällt auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Und bei euch sind selbst die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Habt also keine Angst. Ihr seid doch mehr wert als noch so viele Spatzen. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Sohn mit seinem Vater zu entzweien. Die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir folgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es finden. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Gering geachteten hier auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil er mein Jünger ist, ich versichere euch, er wird gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Kapitel 11 Als Jesus den zwölf Jüngern seine Anweisungen gegeben hatte, zog er weiter, um in den Städten des Landes zu lehren und zu predigen. Johannes der Täufer hörte im Gefängnis vom Wirken des Messias und schickte einige seiner Jünger zu ihm. Er ließ ihn fragen, bist du wirklich der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt und glücklich ist der zu nennen, der sich nicht von mir abwendet. Als die Boten gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, über Johannes zu sprechen. Was wollt ihr eigentlich sehen, als ihr in die Wüste hinausgezogen seid? Ein Schilfrohr vielleicht, das vom Wind hin und her bewegt wird? Oder was wolltet ihr sonst dort draußen sehen? Einen fein angezogenen Mann? Nein, Leute mit teuren Kleidern und Luxus findet man in den Königspalästen. Aber was wolltet ihr dann dort draußen sehen? Einen Propheten? Ja, ich versichere euch, ihr habt mehr als einen Er wird dein Wegbereiter sein. Ich versichere euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen größeren als Johannes den Täufer. Und doch ist der kleinste im Reich Gottes größer als er. Von der Zeit Johannes des Täufers an bis heute bricht sich das Reich, das vom Himmel regiert wird, mit Gewalt Bahn. Und die Menschen drängen sich mit aller Gewalt hinein. Denn alle Propheten und das Gesetz haben diese Zeit angekündigt, bis Johannes kam. Und wenn ihr es sehen wollt, er ist Elia, dessen Kommen vorausgesagt ist. Wer hören kann, der höre zu. Mit wem soll ich die Menschen dieser Generation nur vergleichen? Sie sind wie Kinder, die auf dem Markt herumsitzen und sich gegenseitig zurufen. Wir haben euch auf der Flöte Hochzeitslieder gesungen, aber ihr habt nicht geweint. Als Johannes der Täufer kam und fastete und keinen Wein trank, sagten sie, er ist von einem Dämon besessen. Als der Menschensohn kam, der ganz normal isst und trinkt, sagtet ihr, seht, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund von Zöllnern und Sündern. Und doch bestätigt sich die Weisheit Gottes durch das, was sie bewirkt. Dann begann Jesus den Stätten, in denen er die meisten Wunder getan hatte, vorzuwerfen, dass sie ihre Einstellung nicht geändert hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bezaida, wenn in Tyros und Sidon die Wunder geschehen wären, die unter euch geschehen sind. Sie hätten längst ihre Einstellung geändert, einen Trauersack angezogen und sich Asche auf den Kopf gestreut. Doch Tyros und Sidon wird es im Gericht erträglicher ergehen als euch. Und du, Kafanaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben werden? Nein, in die Hölle musst du hinunter. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die in dir geschehen sind, es würde heute noch stehen. Ich sage euch, es wird Sodom am Tag des Gerichts erträglicher ergehen als dir. Damals rief Jesus aus, Vater, du Herr über Ich preise dich, dass du das alles den Klugen und Gelehrten verborgen, aber den Unmündigen offenbar gemacht hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater wirklich außer dem Sohn und denjenigen, denen der Sohn es offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben, denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Kapitel 12 In dieser Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch Kornfelder. Seine Jünger waren hungrig. Deshalb fingen sie an, Ehren abzurupfen und die Körner zu essen. Als einige Pharisäer das sahen, sagten sie zu ihm, was deine Jünger da tun, ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr denn nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Wie er ins Haus Gottes ging und von den Geweihten Broten aß, die weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester? Oder habt ihr nie im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun? Damit übertreten sie die Sabbat Vorschriften und werden doch nicht schuldig. Und ich sage euch, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit ist mehr Liebe als Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Nach diesen Worten ging er weiter und kam in ihre Synagoge. Dort saß ein Mann, dessen Hand verkrüppelt war. Da fragten sie ihn, ist es erlaubt, heilen? Denn sie wollten einen Grund finden, ihn anzuklagen. Jesus erwiderte, wenn am Sabbat einem von euch ein Schaf in eine Grube stürzt, zieht er es dann nicht sofort wieder heraus? Nun ist ein Mensch doch viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann befahl er dem Mann, strecke die Hand aus. Der gehorchte und seine Hand die andere. Da verließen die Pharisäer die Synagoge und berieten miteinander, wie sie ihn umbringen könnten. Jesus wusste, was sie vorhatten und ging weg. Scharen von Menschen folgten ihm und er heilte sie alle. Aber er verbot ihnen nachdrücklich in der Öffentlichkeit von ihm zu reden. Damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet Jesaja angekündigt hatte. Seht, das ist mein Diener, über den ich mich freue. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er verkündet den Völkern das Recht. Er wird nicht streiten und herumschreien, man wird seine Stimme nicht auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. So verhilft er dem Recht zum Sieg und auf ihn werden die Völker hoffen. Damals brachte man einen Besessenen zu Jesus, der blind und stumm war. Als er ihn geheilt hatte, konnte der Mann wieder reden und sehen. Die Leute waren außer sich vor Staunen und sagten, ist das etwa der Sohn Davids? Doch als die Pharisäer es hörten, sagten sie, der treibt die Dämonen ja nur durch Beelzebul, den Oberdämon aus. Jesus wusste genau, was sie dachten und sagte zu ihnen, ein Königreich, das gegen sich selbst kämpft, ist im Grunde. Und wenn der Satan den Satan austreibt, wäre er in sich zerstritten. Wie soll sein Reich dann bestehen können? Und wenn ich die Dämonen tatsächlich mit Hilfe von Beelzebul austreibe, wer gibt dann euren Leuten die Macht, Dämonen auszutreiben? Sie selbst werden deshalb das Urteil über euch sprechen. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist doch Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er ihn nicht vorher fesselt? Erst dann kann er sein Haus ausrauben. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Deshalb sage ich, alle Sünden können den Menschen vergeben werden, selbst die Gotteslästerungen, die sie aussprechen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, wird keine Vergebung finden. Wer etwas gegen den Menschen so sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Wenn ein Baum gut ist, sind auch seine Früchte gut. Ist er schlecht, sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten erkennt man den Baum. Ihr Giftschlangen Brut, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr Böse seid? Denn aus dem Mund kommt das, was das Herz erfüllt. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil er Böses in sich hat. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft über jedes nutzlose Wort ablegen müssen, das sie gesagt haben, denn aufgrund deiner eigenen Worte wirst du freigesprochen oder verurteilt werden. Daraufhin sagten einige der Gesetzeslehrer und Pharisäer zu ihm, Rabbi, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Diese verdorbene Generation, die von Gott nichts wissen will, verlang nach einem Zeichen, antwortete Jesus. Doch es wird ihnen keins gegeben werden, nur das des Propheten Jonah. Denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Im Gericht werden die Männer von Niniveh auftreten und diese Generation schuldig sprechen, denn sie haben ihre Einstellung auf Jonas Predigt geändert. Und hier steht einer, der mehr bedeutet als Jonah. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen die Männer dieser Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kamen vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und hier steht einer, der mehr bedeutet als Salomo. Wenn ein böser Geist einen Menschen verlässt, zieht er durch öde Gegenden und sucht nach einem Ruheplatz, findet aber keinen. Dann sagt er sich, ich werde wieder in die Behausung zurückgehen, die ich verlassen habe. Er kehrt zurück und findet alles leer, sauber und aufgeräumt. Dann geht er los und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst und sie ziehen gemeinsam dort ein. So ist dieser Mensch am Ende schlechter dran als am Anfang. Genauso wird es auch dieser bösen Generation ergehen. Während Jesus noch zu der Menschenmenge sprach, waren seine Mutter und seine Brüder angekommen. Sie blieben vor dem Haus und verlangten ihn zu sprechen. Deine Mutter und deine Brüder sind draußen und fragen nach dir, sagte ihm einer. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? antwortete ihm Jesus. Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und sagte, das hier ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Jeder, der nach dem Willen meines Vaters im Himmel lebt, ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Kapitel 13 Noch am selben Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees. Es versammelten sich so viele Menschen um ihn, dass er sich in ein Boot setzen musste, um von dort aus zur Menge am Ufer sprechen zu können. Er redete lange und erklärte vieles in Gleichnissen. Unter anderem sagte er, Hört zu, ein Bauer ging zum Säen auf sein Feld. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort wenig Erde hatte, ging sie bald auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, verbrannten die jungen Pflanzen und vertrockneten, weil sie keine tiefer gehenden Wurzeln hatten. Wieder ein anderer Teil fiel unter Distillen, die die Saat bald überwucherten und erstickten. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht, zum Teil hundertfach, zum Teil sechzig oder dreißigfach. Jesus schloss, wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Da kamen seine Jünger zu ihm und fragten, warum sprichst du in Gleichnissen zu ihnen? Er erwiderte, euch hat Gott die Geheimnisse des Reiches anvertraut, dass der Himmel regiert. Ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem Gott verwende ich Gleichnisse, wenn ich zu ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nichts, sie hören und hören und verstehen trotzdem nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Hört nur zu, ihr versteht doch nichts. Seht nur hin, ihr werdet trotzdem nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind zu. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herz nichts verstehen. Sie wollen nicht umkehren, dass ich sie heile. Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Denn ich versichere euch, viele Propheten und Gerechte hätten gern gesehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Gern hätten sie gehört, was ihr hört, doch sie haben es nicht gehört. Ich will euch nun das Gleichnis vom Sälen erklären. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, bei dem ist es wie mit der Saat, auf den Weg fällt. Der Böse kommt und reißt weg, was in das Herz dieses Menschen gesät wurde. Die Saat auf dem felsigen Boden entspricht Menschen, die das Wort hören und es gleichfreudig aufnehmen. Doch weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder ab. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben die Botschaft gehört, doch dann gewinnen die Sorgen ihres Alltags und die Verlockungen des Reichtums die Oberhand und ersticken das Wort. Es bleibt ohne Frucht. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden entsprechen, hören die Botschaft und verstehen sie und bringen auch Frucht. Einer hundertfach, einer sechzig und einer dreißigfach. Jesus stellte ihnen noch ein anderes Gleichnis vor. Mit dem Reich, das der Himmel regiert, verhält es sich wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt das Unkraut? Das hat einer getan, der mir schaden will, erwiderte er. Sollen wir das Unkraut entfernen? fragten die Arbeiter. Nein, entgegnete er, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn es dann soweit ist, werde ich den Ernte Arbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut auf und bindet es zum Verbrennen in Bündel und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Jesus vertraute ihnen ein weiteres Gleichnis an. Mit dem Reich, das der Himmel regiert, verhält es sich wie mit einem Senfkorn, das ein Mann aus seinen Acker sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es wird ein richtiger Baum daraus, sodass die Vögel kommen und in seinen Zweigen nisten. Und noch ein Gleichnis erzählte er ihnen. Mit dem Reich, das der Himmel regiert, ist es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau nimmt und unter einen halben Sack Mehl mischt. Am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Das alles sagte Jesus der Menschenmenge. Er gebrauchte dabei aber nur Gleichnisse. So erfüllte sich, was durch den Propheten angekündigt ist. Ich will in Gleichnissen reden und Dann schickte Jesus die Leute weg und ging ins Haus. Dort wandten sich die Jünger an ihn. Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker, baten sie. Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen aussät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Menschen, die zur Herrschaft Gottes gehören. Das Unkraut sind die Menschen, die dem Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. So wie das Unkraut aufgesammelt und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel schicken und sie werden aus seinem Reich alle entfernen, die ein gesetzloses Leben geführt und andere zur Sünde verleitet haben und werden sie in den glühenden Ofen werfen. Dann wird das große Weinen und Zähne Knirschen anfangen und dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre zu. Mit dem Reich, das der Himmel regiert, verhält es sich wie mit einem im Acker vergrabenen Schatz, der von einem Mann entdeckt wird. Voller Freude versteckt er ihn wieder. Dann geht er los, verkauft alles, was er hat und kauft jene Nacker. Mit diesem Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er eine besonders wertvolle entdeckt, geht er los, verkauft alles, was er hat und kauft sie. Mit dem Reich, das der Himmel regiert, ist es auch wie mit einem Schleppnetz, das im See ausgebracht wird. Mit ihm fängt man Fische Die Guten lesen sie in Körbe und die Ungenießbaren werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden die Menschen, die Böses getan haben, von den Gerechten trennen und in den glühenden Ofen werfen. Dann wird das große Weinen und Zähneknirschen anfangen. Habt ihr alles verstanden? fragte Jesus seine Jünger. Ja, erwiderten sie. Da ist jeder Gesetzeslehrer, der ein Jünger des Reiches geworden ist, das der Himmel regiert, einem Hausherrn gleich, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Im Anschluss an diese Gleichnisreden zog Jesus weiter. Er kam in seinen Heimatort und ging in die Synagoge und lehrte. Erstaunt fragten seine Zuhörer, wo hat er diese Weisheit nur her und woher hat er die Kraft solche Wunder zu tun? Ist er denn nicht der Sohn des Bauhandwerkers? Ist nicht Maria seine Mutter und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Und seine Schwestern leben doch auch bei uns? Wo hat er das alles nur her? Und sie ärgerten sich über ihn. Da sagte Jesus zu ihnen, überall wird ein Prophet geehrt, nur nicht in seinem Heimatort und in seiner Familie. Wegen ihres Unglaubens tat er dort nicht viele Wunder. Kapitel 14 Um diese Zeit hörte auch Herodes Antipas, der Landeshreer von Galiläa, was man über Jesus erzählte. Das ist niemand anderes als Johannes der Täufer, sagte er zu seinen Leuten. Er ist von den Toten auferstanden. Deshalb gehen solche Kräfte von ihm aus. Herodes hatte Johannes nämlich festnehmen und gefesselt ins Gefängnis bringen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Stiefbruders Philippus, denn Johannes hatte ihm gesagt, du hattest kein Recht, sie zur Frau zu nehmen. Herodes hätte ihn am liebsten umgebracht, fürchtete aber das Volk, das Johannes für einen Propheten hielt. Die Gelegenheit kam, als Herodias als Tänzerin auf. Sie gefiel Herodes so gut, dass er unter Eid versprach, ihr alles zu geben, was sie sich wünschte. Da sagte sie, von ihrer Mutter angestiftet, ich will, dass du mir hier auf einer Schale den Kopf von Johannes dem Täufer überreichst. Der König war bestürzt. Aber weil er vor allen Gästen einen Eid abgelegt hatte, befahl wurde auf einer Schale hereingebracht und dem Mädchen übergeben, das in seiner Mutter weiterreichte. Dann kamen die Jünger des Johannes, holten den Toten und begruben ihn. Anschließend gingen sie zu Jesus und berichteten ihm, was geschehen war. Als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an eine einsame Stelle, um dort allein zu sein. Aber die Leute in den umliegenden und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte ihre Kranken. Am Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Fleck und es ist schon spät, schickt die Leute weg, damit sie in den Dörfern etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus erwiderte, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen doch zu essen. Wir haben aber nur sagte Jesus. Dann forderte er die Leute auf, sich auf dem Gras niederzulassen und nahm die fünf Ladenbrote und die zwei Fische in die Hand. Er blickte zum Himmel auf und dankte Gott. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Und alle aßen sich satt. Zum Schluss sammelten sie ein, was von den Brotstücken übrig geblieben war. Zwölf Tragkörbe voll. Etwa 5000 Männer hatten an dem Essen teilgenommen, Frauen und Kinder nicht gerechnet. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und musste schwer mit den Wellen kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Zwischen drei und sechs Uhr in der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie von Furcht gepackt auf, es ist ein Gespenst. Sofort rief er ihnen zu, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder. Du bist wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Sie fuhren hinüber ans Land und legten in der Nähe von Genesaret an. Als ihn die Leute dort erkannten, verbreitete sich das in der ganzen Gegend. Schon bald brachten sie alle ihre Kranken zu ihm und baten ihn, er möge sie nur den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden völlig geheilt. Kapitel 15 Damals kamen Pharisäer und Gesetzeslehrer aus Jerusalem zu Jesus und sagten, warum halten deine Jünger sich nicht an die überlieferten Vorschriften und waschen nicht die Hände vor dem Essen? Jesus entgegnete, und ihr, warum haltet ihr euch mit euren Überlieferungen nicht an Gottes Gebote? Gott hat doch gesagt, Ehre Vater und Mutter und wer Vater oder Mutter verflucht, wird mit dem Tod bestraft. Ihr aber lehrt, dass man zu seinem Vater oder seiner Mutter sagen kann, was du von mir bekommen müsstest, habe ich als Opfer für Gott bestimmt. Dann brauche man seine Eltern nicht mehr zu unterstützen. So setzt ihr Gottes Wort durch eure Vorschriften außer Kraft, ihr Heuchler. Auf euch trifft genau zu, was Jesaja geweiss sagt hat. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir fort. Ihr Dienst an mir ist ohne Wert, denn sie lehren, was Menschen erdachten. Dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, hört mir zu und versteht, was ich euch sage. Nicht das, was der Mensch durch den Mund aufnimmt, macht ihn vor Gott unrein, sondern das, was aus seinem Mund herauskommt, verunreinigt ihn. Da kamen die Jünger zu ihm und sagten, weißt du, dass die Pharisäer sich sehr über deine Worte geärgert haben? Jesus erwiderte, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie, sie sind blinde Blindenführer und wenn ein Blinder einen Blinden führt, werden beide in die nächste Grube fallen. Da bat ihn Petrus, erkläre uns doch, was du mit deinem Bild meintest. Habt ihr das auch nicht begriffen, erwiderte Jesus. Versteht ihr nicht, dass alles, was in den Mund kommt, in den Magen geht und im Abort wieder ausgeschieden wird? Doch was aus dem Mund heraus kommt, kommt aus dem Herzen. Das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Diebstahl, falschen Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen vor Gott unrein macht. Aber wenn er mit ungewaschenen Händen ist, wird er nicht unrein. Jesus brach von dort auf und zog sich in die Gegend von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus dem Gebiet und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger, fertige sie doch ab, denn sie schreit dauernd hinter uns her. Er entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Da kam die Frau näher und warf sich vor Jesus nieder. Herr, sagte sie, hilf mir. Er entgegnete, es ist nicht recht, Hunden vorzuwerfen. Das ist wahr, Herr, erwiderte sie, aber die Hündchen unter dem Tisch dürfen doch die Brotkrumen fressen, die ihre Herren fallen lassen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Vertrauen ist groß, was du willst soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Jesus zog weiter und ging zum See von Galiläa zurück. Dort stieg er auf einen Berg und setzte sich. Da strömten Scharen von Menschen herbei und brachten Gelähmte, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere Kranke zu ihm und legten sie vor seinen Füßen nieder. Er heilte sie alle, sodass die Leute nicht aus dem Staunen herauskamen. Stumme konnten widersprechen, Krüppel wurden wiederhergestellt, Gelähmte konnten wieder gehen und Blinde wieder sehen und sie priesen den Gott Israels. Da rief Jesus die Jünger zu sich und sagte, diese Leute tun mir sehr leid, seit drei Tagen sind sie hier bei mir und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig nach Hause schicken, damit sie nicht unterwegs zusammenbrechen. Wo sollen wir denn hier in der Einöde so viel Brot hernehmen, um diese Menschen alle satt zu machen? fragten die Jünger. Doch Jesus fragte zurück. Wie viele Brote habt ihr? Sieben, antworteten sie, und ein paar kleine Fische. Da forderte er die Leute auf, sich auf die Erde zu setzen. Er nahm die sieben Fladenbrote und die Fische, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Austeilen. Die Jünger verteilten sie an die Menge und die Leute aßen, bis sie satt waren. Am Schluss sammelten sie auf, was übrig geblieben war, 4.000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, Frauen und Kinder nicht gerechnet. Als Jesus die Leute dann nach Hause geschickt hatte, stieg er ins Boot und fuhr in die Gegend von Magadan. Kapitel 16 Da kamen die Pharisäer und Sadduzeer zu Jesus. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und verlangten ein Zeichen vom Himmel. Er erwiderte, wenn sich der Himmel am Abend rot färbt, sagt er, es gibt schönes Wetter. Doch wenn er sich am Morgen rot färbt und trübe ist, sagt er, heute gibt es Sturm. Das Aussehen des Himmels könnt ihr richtig einschätzen. Wieso könnt ihr dann die Zeichen dieser Zeit nicht beurteilen? Eine verdorbene Generation, die von Gott nichts wissen will, verlangt nach einem Zeichen. Doch es wird ihnen keins gegeben werden, nur das des Propheten Jonah. Damit ließ er sie stehen und ging weg. Bei der Fahrt auf die andere Seite des Sees hatten die Jünger vergessen, Brot mitzunehmen. Als Jesus nun warnend sagte, Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer, dachten sie, er sage das, weil sie kein Brot mitgenommen hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt, ihr Kleingläubigen? Begreift ihr es immer noch nicht? Erinnert ihr euch nicht daran, wie viel Körbe voll Brotstücke ihr eingesammelt habt, als ich die fünf Brote für die 5000 austeilte? Und bei den sieben Broten für die 4000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da eingesammelt? Begreift ihr denn immer noch nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch geredet habe, als ich euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer warnte? Da endlich verstanden sie, dass er die Lehre der Pharisäer und Sadduzeer gemeint hatte, und nicht den Sauerteig, der zum Brotbacken verwendet wird. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschen Sohn? Einige halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, andere für Elia und wieder andere für Jeremia oder einen der alten Propheten. Und ihr, fragte er weiter, für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias, erwiderte Petrus, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, wie glücklich bist du, Simon Barjona, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zu dem Reich geben, das der Himmel regiert. Was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Anschließend schärfte Jesus seinen Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Und und dann begann er ihnen klar zu machen, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ratsältesten, den hohen Priestern und Gesetzeslehrern vieles erleiden müsse. Ich muss getötet werden, sagte er, und am dritten Tag werde ich auferweckt. Dann nahm Petrus ihn beiseite und fuhr ihn an. Niemals her, sagte er, das darf auf keinen Fall mit dir geschehen. Doch Jesus drehte sich um und sagte zu Petrus, geh mir aus den Augen, du Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber das Leben einbüßt? Was könnte er schon als Gegenwert für sein Leben geben? Denn der Menschensohn wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und jedem nach seinem Tun vergelten. Ich versichere euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie den Menschensohn in seiner königlichen Macht kommen sehen. Kapitel 17 Sechs Tage später nahm Jesus Petrus Jakobus und dessen Bruder Johannes mit und führte sie auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort, vor ihren Augen, veränderte sich sein 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 Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleidung wurde blendend weiß wie das Licht. Dann erschienen Mose und Elia vor ihnen und fingen an mit Jesus zu reden. Herr wie gut dass wir hier sind rief Petrus da wenn du willst werde ich hier drei Hütten bauen eine für dich eine für Mose und eine für Elia während er noch redete fiel der Schatten einer lichten Wolke auf sie und aus der Wolke sagte eine Stimme das ist mein lieber Sohn an dem ich meine Freude habe hört auf ihn diese Stimme versetzte die Jünger in solchen Schrecken dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde da trat Jesus zu ihnen rührte sie an und sagte steht auf ihr müsst keine Angst haben als sie sich umschauten sahen sie niemand mehr nur Jesus war noch bei ihnen während sie den Berg hinab stiegen sagte Jesus den drei Jüngern mit Nachdruck sprecht mit niemand über das was ihr gesehen habt bis der Menschen Sohn von den Toten auferstanden ist da fragten ihn Gesetzeslehrer dass Elia zuerst kommen muss das stimmt schon Elia kommt zuerst erwiderte Jesus und er wird alles wieder herstellen aber ich sage euch Elia ist schon gekommen doch sie haben ihn nicht erkannt sondern mit ihm gemacht was sie wollten genauso wird auch der Menschensohn durch sie zu leiden haben da verstanden die Jünger dass er von Johannes dem Täufer sprach als sie zu der Menschenmenge zurückkehrten kam ein Mann zu Jesus er warf sich vor ihm auf die Knie und sagte Herr erbarme dich über meinen Sohn er hat schwere Anfälle und leidet furchtbar oft fällt er sogar ins Feuer oder ins Wasser ich habe deine Jünger gebeten ihn zu heilen aber sie konnten es nicht was seid ihr nur für ein ungläubiges und verkehrtes Geschlecht sagte Jesus zu ihn wie lange muss ich dann noch bei euch sein und euch ertragen bring dein Sohn her Jesus bedrohte den bösen Geist der den Jungen in seiner Gewalt hatte da verließ er ihn von diesem Augenblick an war der Junge gesund als sie später wieder unter sich waren fragten die Jünger Jesus warum haben wir den Dämon nicht austreiben können wegen eures Kleinglaubens antwortete er ich versichere euch wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn könntet ihr zu diesem Berg sagen rück weg von hier nach dort und er wird wegrücken nichts wird euch unmöglich sein als sie durch Galiläa zogen sagte Jesus zu ihnen der Menschensohn wird den Händen von Menschen ausgeliefert werden und die werden ihn töten aber am dritten Tag wird er auferstehen da wurden die Jünger sehr traurig als sie nach Kafana umkamen traten die Beauftragten für die Tempelsteuer zu Petrus und fragten zahlt euer Rabbi eigentlich keine Tempelsteuer natürlich sagte Petrus doch als er dann ins Haus kam sprach Jesus ihn gleich an was meinst du Simon von wem erheben die Könige der Erde Zölle oder Steuern von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten von den anderen Leuten sagte Petrus da sagte Jesus zu ihm also sind die Söhne davon befreit damit wir sie aber nicht vor den Kopf stoßen geh an den See und wirf die Angel aus öffne dem ersten Fisch den du fängst das Maul dort wirst du einen Starter finden nimm ihn und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und für dich Kapitel 18 Etwa zu dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten Wer ist eigentlich der Größte im Reich das der Himmel regiert Da rief Jesus ein Kind herbei stellte es in ihre Mitte und sagte Ich versichere euch wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet könnt ihr nicht in das Reich kommen dass der Himmel regiert Darum ist einer der es auf sich nimmt vor den Menschen so gering dazustehen wie dieses Kind der Größte in diesem Reich Und wer einen solchen Menschen in meinem Namen aufnimmt nimmt mich auf Wer bei einen von diesen gering geachteten die an mich glauben zu Fall bringt für den wäre es besser wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen würde wehe der Welt wegen all der Dinge durch die Menschen zu Fall kommen es ist zwar unausweichlich dass solche Dinge geschehen doch wehe dem Menschen der daran schuld ist und wenn es deine Hand oder dein Fuß ist die dich zum bösen verführen dann hack sie ab und wirf sie weg es ist besser du gehst verstümmelt oder als krüppel ins Leben ein als mit beiden Händen und beiden Füßen in die Hölle zu kommen in das ewige Feuer und wenn es dein Auge ist das dich verführt so reiß es heraus und wirf es weg es ist besser für dich du gehst einäugig in das Leben ein als dass du beide Augen behältst und in das Feuer der Hölle geworfen wirst hütet euch davor einen dieser gering geachteten überheblich zu behandeln denn ich sage euch ihre Engel im Himmel haben jederzeit Zugang zu meinem himmlischen Vater was meint er wenn jemand 100 Schafe hat und eins davon verirrt sich lässt das verirrte Schaf zu suchen und wenn er es dann findet ich versichere euch er wird sich über das eine Schaf mehr freuen als über die 99 die sich nicht verlaufen haben genau so ist es bei eurem Vater im Himmel er will nicht dass auch nur einer von diesen gering geachteten ins verderben geht wenn dein Bruder sündigt dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede wenn er mit sich reden lässt hast du deinen Bruder zurückgewonnen wenn er nicht auf dich hört dann nimm einen oder zwei andere mit und geh noch einmal zu ihm damit alles von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird wenn er dann auch nicht hören will bring die Angelegenheit vor die Gemeinde wenn er nicht oder Betrüger ich versichere euch alles was ihr hier auf der Erde binden werdet wird im Himmel gebunden sein und was ihr auf der Erde lösen werdet wird im Himmel gelöst sein und auch das versichere ich euch wenn zwei von euch hier auf der Erde sich einig werden irgendeine Sache zu erbitten dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen kommen da bin ich in ihrer Mitte dann kam Petrus zu Jesus und fragte Herr wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen und ich muss ihm vergeben sieben mal nein antwortete Jesus nicht sieben mal sondern sieben und siebzig mal deshalb ist es mit dem Reich das der Himmel regiert wie mit einem König der von seinen Dienern Rechenschaft verlangte gleich am Anfang brachte man einen zu ihm den zehntausend Talente schuldete und weil er nicht zahlen konnte befahl der Herr ihn mit seiner Frau den Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen um die Schuld zu begleichen Der Mann warf warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf den Knien Herr hab Geduld mit mir ich will ja alles bezahlen Da bekam der Herr Mitleid er gab ihn frei und er ließ ihm auch noch die ganze Schuld Doch kaum war der Diener zur Tür hinaus traf einen anderen Diener der ihm hundert Denare schuldete Er packte ihn an der Kehle wirkte ihn und sagte bezahle jetzt endlich deine Schulden Da warf sich der Mann vor ihm nieder und bat ihn hab Geduld mit mir ich will ja alles bezahlen Er aber wollte nicht sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen bis Als die anderen Diener das sahen waren sie entsetzt sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles da ließ sein Herr ihn rufen und sagte zu ihm was bist du für ein böser Mensch deine ganze Schuld habe ich dir erlassen weil du mich angefleht hast hättest du nicht auch mit diesem anderen Diener erbarmen haben müssen so wie ich es mit dir gehabt habe der König war so zornig dass er ihn den Folter Knechten übergab bis er alle seine Schulden zurückgezahlt haben würde so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt Kapitel 19 Als Jesus diese Rede beendet hatte zog er weiter er verließ Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa und das Ostjordanland die Menschen kamen in Scharen zu ihm und er heilte sie dann kamen einige Pharisäer und wollten ihm eine Falle stellen sie fragten darf ein Mann aus jedem beliebigen Grund seine Frau aus der Ehe entlassen habt ihr nie gelesen erwiderte Jesus dass Gott die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat und dass er dann sagte deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden eine Einheit sein sie sind also nicht mehr zwei sondern eine Einheit und 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 Gott zusammen gefügt hat sollen Menschen nicht scheiden warum hat Mose dann aber gesagt entgegneten sie dass man der Frau einen Scheidebrief ausstellen soll bevor man sie weg schickt Jesus erwiderte nur weil ihr so harte Herzen habt hat Mose euch erlaubt eure Frauen weg zu schicken von Anfang an ist das aber nicht so gewesen doch ich sage euch wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet es sei denn sie wäre ihm untreu geworden begeht Ehebruch auch wer eine Geschiedene heiratet begeht Ehebruch da sagten die Jünger dann wäre es ja besser gar nicht zu heiraten Jesus erwiderte das ist etwas was nicht alle fassen können sondern nur die denen es von Gott gegeben ist manche sind nämlich von Geburt an unfähig zur Ehe andere sind es durch einen späteren Eingriff geworden und wieder andere verzichten von sich aus auf die Ehe weil sie ganz für das reich da sein wollen dass der Himmel regiert wer es fassen kann der fasse es danach wurden Kinder zu Jesus gebracht damit er ihnen die Hände auflege und für sie bete doch die Jünger wiesen sie unfreundlich ab aber Jesus sagte lass doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran das Reich das der Himmel regiert ist ja gerade für solche wie sie bestimmt und er legte den Ende auf dann zog er weiter da kam ein Mann zu ihm und fragte Rabbi was muss ich Gutes tun um das ewige Leben zu bekommen was was fragst du mich nach dem guten entgegnete Jesus gut ist nur einer doch wenn du das Leben bekommen willst dann halte die Gebote welche denn fragte der Mann Jesus antwortete du sollst nicht morden nicht die Ehe brechen nicht stehlen und keine Falschaussagen machen ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst der junge Mann erwiderte das alles habe ich befolgt was fehlt mir noch wenn du vollkommen sein willst sagte Jesus zu ihm dann geh und verkaufe alles was du hast und gib den Erlös den Armen du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm folge mir nach als der junge Mann das hörte ging er traurig weg denn er hatte ein großes Vermögen da sagte Jesus zu seinen Jüngern ich versichere euch für einen Reichen ist es schwer in das Reich hinein zu kommen das der Himmel regiert ich sage es noch einmal er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich als die Jünger das hörten gerieten sie völlig außer sich und fragten wer kann dann überhaupt gerettet werden Jesus blickte sie an und sagte für Menschen ist das unmöglich nicht aber für Gott für Gott ist alles möglich da erklärte Petrus du weißt wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt was werden wir dafür bekommen ich versichere euch erwiderte Jesus wenn der Menschen Sohn in der kommenden Welt auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt werdet auch ihr die ihr mir nachgefolgt seid auf zwölf Thronen sitzen um die zwölf Stämme Israels zu richten und jeder der meinetwegen Haus Brüder Schwestern Vater Mutter Kinder oder Äcker verlassen hat bekommt es hundertfach zurück und wird das ewige Leben erhalten aber viele die jetzt die großen sind werden dann die geringsten sein und die jetzt die letzten sind werden dann die ersten sein Kapitel 20 Denn mit dem Reich das der Himmel regiert ist es wie mit einem Gutsherrn der sich früh am Morgen aufmachte um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar und schickte sie in seinen Weinberg als als er gegen 9 Uhr noch einmal auf den Markt Platz ging sah er dort noch andere arbeitslos herumstehen ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten sagte er zu ihnen ich werde euch dafür geben was recht ist da gingen sie an die Arbeit genauso machte er es um die Mittagszeit und gegen drei Uhr nachmittags als er gegen 5 Uhr das letzte Mal hinaus ging fand er immer noch einige herumstehen warum tut ihr den ganzen Tag nichts fragte er sie weil uns niemand eingestellt hat kam sie zur Antwort ihr könnt auch noch in meinem Weinberg arbeiten sagte der Gutsherr am Abend sagte er dann zu seinem Verwalter ruf die Arbeiter zusammen und zahle ihnen den Lohn aus fang bei denen an die zuletzt gekommen sind und hör bei den ersten auf die Männer die erst gegen fünf Uhr angefangen hatten bekamen je einen Dinar als nur die ersten an der Reihe waren dachten sie sie würden mehr erhalten aber auch sie bekamen je einen Dinar da murrten sie und beschwerten sich beim Gutsherrn diese da die zuletzt gekommen sind sagten sie haben nur eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns dabei haben wir den ganzen Tag über geschuftet und die Hitze ertragen da sagte der Gutsherr zu einem von ihnen mein Freund ich tue dir kein Unrecht hatten wir uns nicht auf einen Dinar geeinigt nimm 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 Geld und geh ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir darf ich denn mit meinem Geld nicht machen was ich will oder bist du neidisch weil ich so gütig bin so wird es kommen dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten auf dem Weg nach Jerusalem hinauf nahm Jesus die zwölf Jünger beiseite und sagte zu ihnen passt auf wenn wir jetzt nach Jerusalem kommen wird der Menschensohn an die hohen Priester und die Gesetzeslehrer ausgeliefert die werden ihn zum Tod verurteilen und den Fremden übergeben die Gott nicht kennen diese werden ihren Spott mit ihm treiben ihn auspeitschen und töten aber am dritten Tag wird er wieder auferstehen da trat die Mutter der Zebedeus Söhne in Begleitung ihrer Söhne an Jesus heran und warf sich vor ihm nieder sie wollte etwas von ihm erbitten was möchtest du fragte er sie antwortete erlaube doch dass meine beiden Söhne in deinem reich links und rechts neben dir sitzen aber Jesus erwiderte ihr wisst nicht was ihr da verlangt könnt ihr den bitteren Becher austrinken den ich trinken werde ja das können wir erklärten sie Jesus erwiderte aus dem leidens Becher den ich trinken muss werdet ihr auch trinken aber ich kann trotzdem nicht bestimmen wer auf den Plätzen links und rechts von mir sitzen wird das hat mein Vater entschieden die anderen zehn hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über die beiden Brüder da rief Jesus sie zu sich und sagte ihr wisst wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen bei euch aber soll es nicht so sein wer bei euch groß sein will soll euer Diener sein und wer bei euch der Erste sein will soll euer Sklave sein auch der Menschensohn ist nicht gekommen um sich bedienen zu lassen sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge die Stadt wieder verließ saßen da zwei Blinde am Weg sie hörten dass Jesus vorbeikam und riefen laut Herr Sohn Davids hab Erbarmen mit uns die Leute fuhren sie an still zu sein doch sie schrien nur umso lauter Herr Sohn Davids hab Erbarmen mit uns Jesus blieb stehen und ließ sie rufen was möchtet ihr von mir fragte er sie Herr sagten die Blinden wir möchten sehen können da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen Im gleichen Augenblick konnten sie sehen und folgten Jesus auf dem Weg Kapitel 21 Als sie in die Nähe von Jerusalem kam kurz vor Bett Fage am Ölberg schickte Jesus zwei Jünger voraus Geht in das Dorf sagte er dass ihr dort vor euch seht gleich wenn ihr hineingeht werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr bindet sie los und bringt sie her sollte jemand etwas zu euch sagen dann antwortet einfach der Herr braucht sie und wird sie nachher gleich wieder zurück bringen lassen das geschah weil sich erfüllen sollte was der Prophet gesagt hat sagt der Tochter Zion dein König kommt zu dir er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel und zwar auf dem Fohlen dem Jungen des Lasttiers die beiden machten sich auf den Weg und führten alles so aus wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte sie brachten die Eselin und das Fohlen dann legten sie ihre Umhänge über die Tiere und ersetzte sich auf das Fohlen sehr viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus andere hieben Zweige von den Bäumen ab und die Jesus folgten riefen Rosianna dem Sohn Davids gesegnet sei er der kommt im Namen des Herrn Rosianna Gott in der Höhe als Jesus in Jerusalem einzog kam die ganze Stadt in Aufregung und alle fragten wer ist dieser Mann die Menge die Jesus begleitete antwortete das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa Jesus ging in den Tempel und fing an die Händler und die Leute die bei ihnen kauften hinauszujagen die Tische der Geld Wechsler und die Stände der Tauben Verkäufer stieß er um in der Schrift heißt es rief er mein Haus soll ein Ort des Gebets sein aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht als er am Tempel war kamen Blinde und Gelähmte zu ihm und er machte sie gesund als die hohen Priester und Gesetzeslehrer die Wunder sahen die er tat und den Jubel der Kinder hörten die im Tempel riefen Hosianna dem Sohn Davids wurden sie wütend und sagten zu Jesus hörst du was die da schreien gewiss erwiderte Jesus aber habt ihr denn nie gelesen unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt er ließ sie stehen und ging aus der Stadt nach Britannien um dort zu übernachten als er am Morgen in die Stadt zurückkehrte hatte er Hunger da sah er einen einzelnen Feigenbaum am Weg stehen er ging auf ihn zu fand aber nur Blätter daran da sagte Jesus zu dem Baum nie wieder sollst du Früchte tragen und augenblicklich verdorrte der Feigenbaum als die Jünger das sahen fragten sie erstaunt wie konnte der Feigenbaum so plötzlich verdorren Jesus antwortete ich versichere euch wenn ihr Vertrauen zu Gott habt und nicht zweifelt könnt ihr nicht nur das tun was ich mit dem Feigenbaum getan habe ihr könnt dann sogar zu diesem Berg hier sagen heb dich hoch und stürz dich ins Meer und es wird geschehen alles was ihr glaubend im Gebet erbittet werdet ihr erhalten als Jesus in den Tempel ging und anfing dort zu lehren traten die hohen Priester und Ältesten des Volkes zu ihm und fragten mit welchem Recht tust du das alles wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben ich will euch nur eine Frage stellen erwiderte Jesus wenn ihr sie mir beantwortet werde ich euch sagen wer mir die Vollmacht gegeben hat so zu handeln taufte johannes im auftrag gottes oder im auftrag von menschen sie überlegten miteinander wenn wir sagen im auftrag gottes wird er fragen warum habt ihm dann nicht geglaubt wenn wir aber sagen von menschen dann müssen wir uns vor dem volk fürchten denn sie glauben alle dass johannes ein prophet war so sagten sie zu jesus wir wissen es nicht nun erwiderte jesus dann sage ich euch auch nicht von wem ich die vollmacht habe das alles zu tun doch was haltet ihr von folgender geschichte ein mann hatte zwei söhne und sagte zu dem älteren mein sohn geh heute zum arbeiten in den weinberg ich will aber nicht erwiderte der aber später bereute er seine antwort und ging doch dem zweiten sohn gab der vater denselben auftrag ja vater antwortete dieser ging aber nicht wer von den beiden hat nun dem vater gehorcht der erste antworteten sie da sagte jesus zu ihnen ich versichere euch dass die zöllner und die huren eher ins reich gottes kommen als ihr denn johannes hat euch den weg der gerechtigkeit gezeigt aber ihr habt ihm nicht geglaubt die zöllner und die huren haben ihm geglaubt ihr habt es gesehen und wart nicht einmal dann bereit eure haltung zu ändern und ihm glauben zu schenken hört noch ein anderes gleichnis ein gutsherr legte einen weinberg an zog eine mauer darum hob eine grube aus um den wein darin zu keltern und baute einen wachtturm dann verpachtete er ihn an winzer und reiste ins ausland als die zeit der weinlese gekommen war schickte er seine arbeiter zu den winzern um seinen anteil an der ernte abzuholen doch die winzer fielen über seine arbeiter her den einen verprügelten sie einen anderen schlugen sie tot und wieder einen anderen steinigten sie da schickte der gutsherr noch einmal arbeiter mehr als beim ersten mal aber mit denen machten sie es genauso zuletzt schickte er seinen sohn zu ihnen weil er dachte meinen sohn werden sie sicher nicht antasten doch als die winzer den sohn sahen sagten sie zueinander das ist der erbe kommt wir bringen ihn um und behalten das land für uns so fielen sie über ihn her stießen ihn zum Weinberg hinaus und brachten ihn um was 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 nun der eigentümer des Weinbergs mit diesen winzern machen wenn er kommt fragte jesus er wird diesen bösen leuten ein böses ende bereiten und den Weinberg an andere verpachten die ihm den ertrag pünktlich abliefern antworteten sie da sagte jesus zu ihnen habt ihr denn nie die stelle in der schrift gelesen der stein den die fachleute als unbrauchbar verworfen haben ist zum eckstein geworden das hat der her getan es ist ein wunder für uns deshalb sage ich euch das reich gottes wird euch weggenommen und einem volk gegeben werden das die rechten früchte hervorbringt jeder der auf diesen stein fällt wird zerschmettert und jeder auf den er fällt wird zermalmt als die hohen priester und die pharisäer das hörten war ihnen klar dass er sie mit diesen gleichnissen gemeint hatte daraufhin hätten sie jesus am liebsten festgenommen aber sie fürchteten das volk denn das hielt jesus für einen propheten kapitel 22 jesus sagte ihnen noch ein gleichnis mit dem reich das der himmel regiert verhält er sich so wie mit einem könig der seinem sohn die hochzeit ausrichtete als es soweit war schickte er seine diener los um die die er zum fest eingeladen hatte rufen zu lassen doch sie wollten nicht kommen da schickte er noch einmal diener los und ließ den eingeladenen sagen das festmahl ist angerichtet ochsen und mastkälber geschlachtet alles ist bereit beeilt euch und kommt doch sie kümmerten sich überhaupt nicht darum der eine hatte auf dem feld zu tun der andere im geschäft einige jedoch packten die boten misshandelten sie und brachten sie um da wurde der könig zornig er schickte seine truppen aus ließ jene mörder umbringen und ihre Stadt in Brand stecken dann sagte er zu seinen dienern das hochzeitsfest ist vorbereitet aber die gäste die ich eingeladen hatte waren es nicht wert geht jetzt auf die straßen und ladet alle ein die ihr trefft das taten sie und holten alle herein die sie fanden böse und gute so füllte sich der hochzeitssaal mit gästen als der könig hereinkam um zu sehen wer da gekommen war fand er einen der kein festliches gewand an hatte mein freund sagte er zu ihm wie bist du überhaupt ohne festgewand hereingekommen der man wusste darauf nichts zu antworten da befahl der könig seinen dienern fesselt ihm hände und füße und werft ihn hinaus in die finsternis da wird das große weinen und zähne knirschen anfangen denn viele sind gerufen aber nur wenige sind erwählt da kamen die pharisäer zusammen und berieten wie sie jesus mit seinen eigenen worten in eine falle locken könnten und schickten dann ihre jünger zusammen mit einigen anhängern des herodes zu ihm rabbi sagten diese wir wissen dass du aufrichtig bist und uns wirklich zeigst wie man nach gottes willen leben soll du fragst nicht nach der meinung der leute und bevorzugst ist es richtig dem kaisern steuern zu zahlen oder nicht jesus durchschaute ihre bosheit sofort und sagte ihr heuchler warum wollt ihr mir eine falle stellen zeigt mir die münze mit der ihr die steuern bezahlt sie reichten ihm einen den den da fragte er wessen bild und name ist darauf des kaisers erwiderten sie nun sagte jesus dann gebt dem kaiser was dem kaiser gehört und gott was gott gehört über diese antwort waren sie so verblüfft dass sie sprachlos weggingen an diesem tag kamen auch noch einige der sadduzeer zu jesus die behaupteten es gäbe keine auferstehung nach dem tod sie fragten rabbi mose hat uns vorgeschrieben wenn ein mann stirbt und keine kinder hat dann soll sein bruder die frau heiraten und seinem bruder nachkommen verschaffen nun waren da sieben brüder der älteste von ihnen heiratete starb jedoch kinderlos und hinterließ die frau seinem bruder ebenso ging es auch dem zweiten dem dritten bis zum siebten zuletzt starb auch die frau wessen frau wird sie nun nach der auferstehung sein denn alle waren ja mit ihr verheiratet jesus erwiderte ihr irrt euch weil ihr weder die schrift noch die kraft gottes kennt denn wenn die toten auferstehen heiraten sie nicht mehr sondern werden wie die engel im himmel sein was aber die auferstehung der toten überhaupt betrifft habt ihr nicht gelesen was gott euch sagt ich bin der gott abrahams der gott isaaks und der gott jakobs das heißt doch er ist nicht ein gott von toten sondern von lebenden die ganze menschenmenge die ihm zugehört hatte war von seinen worten tief beeindruckt als die pharisäer hörten dass jesus die satucea zum schweigen gebracht hatte kam sie zusammen nun versuchte einer von ihnen ein gesetzeslehrer jesus eine falle zu stellen was ist das wichtigste gebot von allen fragte er ihn jesus antwortete du sollst den herrn deinen gott lieben von ganzem herzen mit ganzer seele mit ganzem verstand das ist das erste und wichtigste gebot das zweite ist ebenso wichtig du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst mit diesen beiden geboten ist alles gesagt was das gesetz und die propheten wollen nun fragte jesus die versammelten pharisäer was denkt ihr über den messias wessen sohn ist er der sohn davids erwiderten sie da sagte jesus warum hat ihn david dann aber durch den heiligen geist geleitet her genannt er sagte nämlich der herr sprach zu meinem herrn setz dich an meine rechte seite bis ich deine feinde zum fuß schemel für dich gemacht habe wenn david ihn also her nennt wie kann er dann gleichzeitig sein sohn sein keiner konnte ihm darauf eine antwort geben und von da an wagte auch niemand mehr ihm eine frage zu stellen kapitel 23 dann wandte sich jesus an die menschenmenge und an seine jünger die gesetzeslehrer und die pharisäer sagt er sitzen heute auf dem lehrstuhl des mose richtet euch deshalb nach dem was sie sagen folgt aber nicht ihrem tun denn sie selbst handeln nicht nach dem was sie euch sagen sie bürden den menschen schwere fast unerträgliche lasten auf denken aber nicht daran die gleiche last auch nur mit einem finger anzurühren und was sie tun machen sie nur um die leute zu beeindrucken so machen sie ihre gebets riemen besonders breit und die quasten an ihren gewändern besonders lang bei Festessen und in Synagogen lieben sie erst die Ehrenplätze einzunehmen sie genießen es wenn sie auf der Straße ehrfurchtsvoll gegrüßt und Rabbi genannt werden ihr jedoch sollt euch niemals Rabbi nennen lassen denn nur einer ist euer Rabbi und ihr alle seid Brüder ihr sollt auch niemand von euren Brüdern auf der Erde mit Vater anreden denn nur einer ist euer Vater nämlich der im Himmel lasst euch auch nicht Lehrer nennen denn nur einer ist euer Lehrer der Messias der größte unter euch soll euer Diener sein denn wer sich selbst erhöht wird von Gott erniedrigt werden wer sich aber selbst gering achtet wird von Gott erhöht werden wehe euch ihr gesetztes Lehrer und Pharisäer ihr Heuchler ihr verschließt den Menschen das Reich das der Himmel regiert denn ihr selbst geht nicht hinein und die die hinein wollen lasst ihr nicht hinein wehe euch ihr gesetztes Lehrer und Pharisäer ihr Heuchler ihr reist über Land und Meer um einen einzigen Menschen für euren Glauben zu gewinnen und wenn ihr ihn gewonnen habt dann macht ihr ihn zu einem Anwärter auf die Hölle der doppelt so schlimm ist wie ihr wehe euch ihr verblendeten Führer ihr sagt wenn jemand beim Tempel schwört muss er sein Eid nicht halten wenn er beim Gold des Tempels schwört ist er an den Eid gebunden ihr verblendeten Narren was ist denn wichtiger das Gold oder der Tempel der das Gold erst heiligt ihr sagt auch wenn jemand beim Altar schwört muss er sein Eid nicht halten wenn er beim Opfer auf dem Altar schwört ist er an den Eid gebunden wie verblendet seid ihr nur was ist denn wichtiger die Opfergabe oder der Altar der das Opfer heiligt wer beim Altar schwört schwört doch nicht nur beim Altar sondern auch bei allem was darauf liegt und wer beim Tempel schwört schwört nicht nur beim Tempel sondern auch bei dem der darin wohnt und wer beim Himmel schwört der schwört bei Gottes Thron und bei dem der darauf sitzt wehe euch ihr Gesetzes Lehrer und Pharisäer ihr Heuchler ihr gebt noch von Gartenminze Dill und Kümmel den zehnten Teil lasst aber die wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht Gerechtigkeit Barmherzigkeit und Treue das eine hättet ihr tun und das andere nicht lassen sollen ihr verblendeten Führer die Mücke siebt ihr aus aber das Kamel verschluckt ihr wehe euch ihr Gesetzes Lehrer und Pharisäer ihr Heuchler ihr reinigt das Äußere von Becher und Schüssel aber was ihr drin habt zeigt eure Gier und Maßlosigkeit du blinder Pharisäer wasch den Becher doch zuerst von innen aus dann wird auch das äußere rein sein wehe euch ihr Gesetzes Lehrer und Pharisäer ihr Heuchler ihr seid wie weiß getünchte Gräber von außen ansehnlich von innen aber voller toten Knochen und allem möglichen Unrat von außen erscheint ihr den Menschen gerecht von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit wehe euch ihr Gesetzes Lehrer und Pharisäer ihr Heuchler ihr baut ja die Grabmäler für die Propheten und schmückt die Gräber der Gerechten und dann behauptet ihr noch wenn wir zur Zeit unserer Vorfahren gelebt hätten hätten wir niemals mitgemacht als sie die Propheten ermordeten damit bestätigt ihr allerdings dass ihr die Nachkommen der Propheten Mörder seid ja macht nur das Maß eurer Vorfahren voll ihr Nattern und Giftschlangen Brut wie wollt ihr dem Strafgericht der Hölle entkommen deshalb hört zu ich werde Propheten Weise und echte Gesetzeslehrer zu euch schicken einige von ihnen werdet ihr töten ja sogar kreuzigen andere werdet ihr in euren Synagogen auspeitschen und von einer Stadt zur anderen verfolgen so werdet ihr schließlich an der Ermordung aller Gerechten mitschuldig angefangen vom gerechten Abel bis hin zu Zechaya ben Berechia den ihr zwischen dem Brandopfer Altar und dem Haus und dem Ich versichere euch diese Generation wird die Strafe für alles das bekommen Jerusalem Jerusalem du tötest die Propheten und steinigst die Boten die zu dir geschickt werden wie oft wollte ich deine Kinder sammeln wie die Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt doch ihr habt nicht gewollt seht euer Haus wird verwüstet und verlassen sein denn ich sage euch von jetzt an werdet ihr mich nicht mehr sehen bis ihr ruft gepriesen sei er der kommt im Namen des Herrn Kapitel 24 Jesus wollte den Tempel verlassen als er gerade im Begriff war weg zu gehen kamen seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam ihr bewundert das alles erwiderte Jesus doch ich versichere euch hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben es wird alles zerstört werden als er später auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war fragten sie ihn wann wird das alles geschehen gibt es ein Zeichen an dem wir deine Wiederkehr und das Ende der Welt erkennen können gebt acht dass euch niemand irre führt erwiderte Jesus viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen ich bin der Messias damit werden sie viele verführen erschreckt nicht wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht das muss kommen aber es ist noch nicht das Ende ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen in vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben doch doch das ist erst der Anfang es ist wie bei den Geburts wehen dann wird man euch bedrängen misshandeln und töten die ganze Welt wird euch hassen weil ihr zu mir gehört viele werden sich von mir abwenden sie werden einander verraten und sich hassen viele falsche Propheten werden auftreten und viele in die Irre führen und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird wird auch die Liebe bei den meisten erkalten wer aber bis zum Ende standhaft bleibt wird gerettet und diese gute Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt gepredigt werden damit alle Völker sie hören dann erst kommt das Ende wenn ihr aber das Scheusal der Verwüstung von dem der Prophet Daniel geredet hat am heiligen Ort stehen seht wer das liest der merke auf dann sollen die Einwohner Judäas in die Berge fliehen wer auf seiner Dachterrasse sitzt soll keine Zeit damit verlieren noch etwas aus dem Haus zu holen und wer auf dem Feld ist soll nicht mehr zurück laufen um seinen Umhang zu holen am schlimmsten wird es betet darum dass ihr nicht im Winter oder am Sabbat fliehen müsst denn dann wird die Not so schrecklich sein dass sie alles übertrifft was je seit Erschaffung der Welt geschah auch danach wird es eine solche Bedrängnis nie mehr geben würde diese Schreckenszeit nicht verkürzt würde kein Mensch gerettet werden seinen Auserwählten zuliebe aber hat Gott die Zeit verkürzt wenn dann jemand zu euch sagt schaut her da ist der Messias oder seht er ist dort so glaubt es nicht denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten sie werden sich durch große Zeichen und Wundertaten ausweisen und würden sogar die Auserwählten verführen wenn sie es könnten denkt daran ich habe euch alles vorausgesagt wenn sie also zu euch sagen seht er ist in der Wüste draußen dann geht nicht hinaus oder seht hier im Haus ist er dann glaubt es nicht denn wenn 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 Menschensohn wieder kommt wird es wie bei einem blitz den ganzen horizont erhellen wo das aas liegt da sammeln sich die geier doch unmittelbar nach dieser schrecklichen zeit wird sich die sonne verfinstern und der mond wird nicht mehr scheinen die sterne werden vom himmel stürzen und die kräfte des himmels aus dem gleich gewicht geraten und dann wird das zeichen des menschensohns am himmel erscheinen alle völker der erde werden jammern und klagen und dann werden sie den menschensohn mit großer macht und herrlichkeit von den wolken herkommen sehen dann wird er die engel mit mächtigem posaunenschall aussenden um seine auserwählten aus allen himmels richtungen und von allen enden der welt zusammen zu bringen vom feigenbaum könnt ihr folgendes lernen wenn seine zweige weich werden und die blätter zu sprießen beginnen wisst ihr dass es bald sommer wird genauso ist es wenn ihr seht dass diese dinge geschehen dann steht sein kommen unmittelbar bevor ich versichere euch diese generation wird nicht untergehen bis das alles geschieht himmel und erde werden vergehen aber meine worte vergehen nie doch tag und stunde von diesen ereignissen weiß niemand nicht einmal die engel im himmel nur der vater weiß es und wenn der menschensohn kommt wird es so wie in noahs zeit sein damals vor der großen flut aßen und tranken die menschen sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem tag an dem noah in die arche ging sie ahnten nichts davon bis die flut hereinbrach und alle umbrachte so wird es auch bei der ankunft des menschensohnes sein wenn dann zwei männer auf dem feld arbeiten wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen wenn zwei frauen an derselben handmühle mahlen wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen werden seid also wachsam denn ihr wisst nicht an welchem tag euer her kommt und das ist doch klar wenn ein hausherr wüsste zu welchem zeitpunkt der dieb kommt würde er wach bleiben und nicht zulassen dass in sein haus eingebrochen wird so solltet auch ihr immer bereit sein denn der menschen soll wird dann kommen wenn ihr es gerade nicht erwartet wer ist denn der treue und kluge diener dem sein herr aufgetragen hat der ganzen diener schafft zur rechten zeit das essen zuzuteilen wenn nun sein herr kommt und ihn bei dieser arbeit findet wie sehr darf sich dieser euch sein herr wird ihm die verantwortung über seine ganze habe übertragen wenn der diener aber ein böser mensch ist und denkt mein herr kommt noch lange nicht und anfängt die anderen diener zu schlagen während er sich selbst üppige mahlzeiten gönnt und sich gemeinsam mit anderen trunken bolden betrinkt dann wird sein herr an einem tag zurück kommen an dem er es nicht erwartet er wird diesen diener hart bestrafen und ihn dorthin bringen lassen wo die heuchler sind und wo das große weinen und zähne knirschen anfängt kapitel 25 in dieser zeit wird es mit dem reich das der himmel regiert wie mit zehn braut jungfern sein die ihre fackeln nahm und dem bräutigam entgegen gingen fünf von ihnen handelten klug und fünf waren gedankenlos die gedankenlosen nahmen zwar ihre fackeln mit aber keinen öl vorrat die klugen dagegen hatten neben ihren fackeln auch öl gefäße mit als nun der bräutigam lange nicht kam wurden sie alle müde und schliefen ein um mitternacht ertönte plötzlich der ruf der bräutigam kommt geht ihm entgegen da standen die brautjungfern auf und richteten ihre fackeln her die gedankenlosen sagten zu den klugen gebt uns etwas von eurem öl unsere fackeln gehen aus doch diese entgegneten das geht nicht unser öl reicht reicht unmöglich für alle geht doch zu einem kaufmann und holt euch welches während sie noch unterwegs waren um öl zu kaufen kam der bräutigam die fünf die bereit waren gingen mit in den hochzeit saal dann wurde die tür verschlossen schließlich kamen die anderen brautjungfern und riefen her her mach uns auf doch der bräutigam wies sie ab ich kann euch nur sagen dass ich euch nicht kenne seid also wachsam schloss jesus denn ihr kennt weder den tag noch die stunde es ist wie bei einem Mann der vorhatte ins ausland zu reisen er rief seine diener zusammen und vertraute ihnen sein vermögen an so wie es ihren fähigkeiten entsprach einem gab er fünf talente einem anderen zwei und noch einem anderen eins dann reiste er ab der diener mit den fünf talenten begann sofort damit zu handeln und konnte das geld verdoppeln der mit den zwei talenten machte es ebenso und verdoppelte die summe der dritte grub ein loch und versteckte das geld seines herrn nach langer zeit kehrte der herr zurück und wollte mit ihnen abrechnen zuerst kam der dem die fünf talente anvertraut worden waren er brachte die anderen fünf talente mit und sagte herr fünf talente hast mir gegeben hier sind weitere fünf die ich dazu gewonnen habe hervorragend sagte sein herr du bist ein guter man du hast das wenige zuverlässig verwaltet ich will dir viel anvertrauen komm herein zu meinem freudenfest dann kam der dem die zwei talente anvertraut worden waren er brachte die anderen zwei talente mit und sagte herr zwei talente hast du mir gegeben hier sind weitere zwei die ich dazu gewonnen habe hervorragend sagte sein herr du bist ein guter man du hast das wenige zuverlässig verwaltet ich will dir viel anvertrauen komm herein zu meinem freudenfest schließlich kam der dem das eine talent anvertraut worden war herr sagte er ich wusste dass du ein strenger mann bist du forderst gewinn wo du nichts angelegt hast und erntest wo du nicht gesät hast da hatte ich angst und vergrub dein talent in der erde hier hast du das deine zurück du böser und fauler mensch sagte der herr du wusstest also dass ich gewinn fordere wo ich nichts angelegt und ernte wo ich nichts gesät habe warum warum hast du mein geld dann nicht auf eine bank gebracht dann hätte ich es wenigstens mit zinsen zurück bekommen nehmt ihm das talent weg und gebt es dem der die fünf talente erworben hat denn jedem der einen gewinn vorweisen kann wird noch mehr gegeben werden und er wird überfluss haben aber von dem der nichts gebracht hat wird selbst das was er hatte weggenommen doch diesen nichtsnutzigen sklaven werft ihn die finsternis hinaus wo dann das große weinen und zähneknirschen anfangen wird wenn der menschensohn in seiner herrlichkeit kommt und mit ihm alle engel wird er auf seinem thron der herrlichkeit sitzen dann werden alle völker der erde vor ihm zusammen gebracht und er wird sie in zwei gruppen teilen so wie ein hirt die schafe von den ziegen links dann wird der könig zu denen auf seiner rechten seite sagen kommt her euch hat mein vater gesegnet nehmt das reich in besitz das von anfang der welt an für euch geschaffen worden ist denn als ich hunger hatte habt ihr mir zu essen gegeben als ich durst hatte gab ihr mir zu trinken als ich fremd war habt ihr mich aufgenommen als ich nackt war habt ihr mir kleidung gegeben als ich krank war habt ihr mich besucht und als ich im gefängnis war kam ihr zu mir her werden dann die gerechten fragen wann haben wir dich denn hungrig gesehen oder dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und aufgenommen wann geben wann haben wir dich krank gesehen oder im gefängnis und haben dich besucht darauf wird der könig erwidern ich versichere euch was ihr für einen meiner gering geachteten geschwister getan habt das habt ihr für mich getan dann wird er zu denen auf der linken seite sagen geht mir aus den augen ihr verfluchten geht in das ewige feuer das für den teufel und seine denn als ich hunger hatte habt ihr nichts zu essen gegeben als ich durst hatte gab ihr mir nichts zu trinken als ich fremd war habt ihr mich nicht aufgenommen als ich nackt war habt ihr mir nichts zum anziehen gegeben als ich krank und im gefängnis war habt ihr mich nicht besucht dann werden auch sie fragen Herr wann haben wir dich hungrig gesehen oder durstig oder als fremden oder nackt oder krank oder im gefängnis und haben dir nicht geholfen darauf wird er ihnen erwidern ich versichere euch was ihr für einen meiner gering geachteten geschwister zu tun versäumt habt das habt ihr auch an mir versäumt so werden diese an den ort der ewigen strafe gehen die gerechten aber in das ewige leben kapitel 26 als jesus seine reden abgeschlossen hatte sagte er zu den jüngern ihr wisst dass in zwei tagen das passafest beginnt dann wird der menschensohn ausgeliefert und ans kreuz genagelt werden etwa um die gleiche zeit kamen die hohen priester und die ältesten des volkes im palast des hohen priesters kajafas zusammen und fassten den beschluss jesus heimlich festzunehmen und dann zu töten auf keinen fall darf es während des festes geschehen sagten sie sonst gibt es einen aufruhr im volk jesus war in betanien bei simon dem aussätzigen zu gast während des essens kam eine frau herein die ein alabaster gefäß mit sehr kostbarem salböl mitbrachte sie goss jesus das öl über den kopf als die jünger das sahen waren sie empört was soll diese verschwendung sagten sie man hätte dieses öl teuer verkaufen und das geld den armen geben können jesus merkte es und sagte zu ihnen warum macht dir es der frau so schwer sie arme wird es immer bei euch geben aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch als sie das öl über mich goss hat sie meinen körper im voraus zum begräbnis gesalbt und ich versichere euch überall in der welt wo man die gute botschaft predigen wird wird man auch von dem reden was diese frau getan hat danach ging einer der zwölf es war Judas der Sikarier zu den hohen Priestern und sagte was gebt ihr mir wenn ich euch Jesus ausliefere sie zahlten ihm 30 Silberstücke von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit Jesus zu verraten am ersten Tag der Festwoche der ungesäuerten Brote fragten die Jünger Jesus wo sollen wir das Passamal vorbereiten er sagte geht in die Stadt zu dem und dem und sagt ihm der Rabbi lässt sagen meine Zeit ist gekommen ich will mit meinen Jüngern bei dir das Passamal feiern die Jünger machten alles genau so wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passamal vor am Abend legte sich Jesus mit den Zwölf zu Tisch während der Mahlzeit sagte er ich versichere euch einer von euch wird mich ausliefern sie waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn das bin doch nicht ich Herr Jesus erwiderte einer der mit mir die hand in die schüssel taucht wird mich ausliefern der Menschensohn geht den Weg der ihm in der Schrift vorausgesagt ist doch wehe dem Menschen durch den er ausgeliefert wird für diesen Menschen wäre es besser er wäre nie geboren da sagt auch Judas der Verräter zu ihm ich bin es doch nicht etwa Rabbi doch antwortete Jesus du bist es noch während sie aßen nahm Jesus ein Fladenbrot dankte Gott dafür brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten nehmt und esst das ist mein Leib dann nahm er einen Kelch sprach das Dankgebet reichte ihn an sie weiter und sagte trinkt alle daraus das ist mein Blut das Blut das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird und den Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt und ich dass ich bis zu dem Tag an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet keinen Wein mehr trinken werde dann allerdings im Reich meines Vaters werde ich neuen Wein mit euch trinken als sie dann ein Loblied gesungen hatten gingen sie zum Ölberg hinaus in dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen sagte Jesus unterwegs zu ihnen denn es steht geschrieben ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa voraus gehen da sagte Petrus zu ihm und wenn alle an dir irre werden ich werde dich nie verlassen ich versichere dir erwiderte Jesus noch heute Nacht noch bevor der Hahn kräht wirst du mich dreimal verleugnen nein erklärte Petrus und wenn ich mit dir sterben müsste niemals werde ich dich verleugnen das gleiche beteuerten auch alle anderen dann kam sie zu einem Olivenhain namens Gethsemane dort sagte Jesus zu seinen Jüngern setzt euch hierher und wartet bis ich gebetet habe Petrus und die beiden Zebedeus Söhne jedoch nahm er mit auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und sagte zu ihnen die Qualen meiner Seele bringen mich fast um bleibt hier und wacht er ging noch ein paar Schritte weiter warf sich nieder mit dem Gesicht zur Erde und betete mein Vater wenn es möglich ist lass diesen bitteren Kelcher mir vorüber gehen aber nicht wie ich will sondern wie du willst als er zurückkam fand er die Jünger schlafend und sagte zu Petrus konntet ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wachen seid wachsam und betet damit er nicht in Versuchung kommt der Geist ist willig aber der Körper ist schwach ging er ein zweites Mal weg und betete mein Vater wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss dann geschehe dein Wille als er zurückkam fand er sie wieder eingeschlafen sie konnten ihre Augen vor Müdigkeit nicht offen halten er ließ sie schlafen ging wieder weg und betete zum dritten Mal dasselbe dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen schlaft ihr denn immer noch ruht ihr euch immer noch aus genug damit es ist soweit die Stunde ist gekommen jetzt wird der Menschensohn den Sündern in die Hände gegeben steht auf lasst uns gehen der Verräter ist schon da kaum hatte er das gesagt kam Judas einer der zwölf mit einer großen Schar von bewaffneten sie trugen Schwerter und Knüppel und waren von den hohen Priestern und Ältesten geschickt der Verräter hatte ein Zeichen mit ihnen verabredet der den ich zur begrüßung küssen werde der ist es den müsst ihr festnehmen Judas ging gleich auf Jesus zu sei gegrüßt Rabbi sagte er und küsste ihn Jesus entgegnete ihm dazu bist du gekommen Freund da traten die Männer heran packten Jesus und nahmen ihn fest doch einer von den Männern die bei Jesus waren zog ein Schwert er schlug auf den Sklaven des hohen Priesters ein und hieb ihm ein Ohr ab steck dein Schwert weg sagte Jesus zu ihm denn alle die zum Schwert greifen werden durchs Schwert umkommen meinst du nicht dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und er mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel stellen würde wie könnten sich dann aber die Aussagen der Schrift erfüllen nach denen es so geschehen muss dann wandte sich Jesus an die Bewaffneten und sagte bin ich denn ein Verbrecher das ihr mit Schwertern und Knüppeln auszieht um mich zu verhaften ich saß doch täglich bei euch im Tempel und lehrte da habt ihr mich nicht fest genommen aber es muss sich natürlich erfüllen was in den Prophetenschriften über mich vorausgesagt ist da ließen ihn alle Jünger im Stich und flohen die die Jesus festgenommen hatten brachten ihn zu dem hohen Priester Kajafas wo sich bereits die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer versammelt hatten Petrus folgte ihnen in weitem Abstand bis in den Innenhof des Palastes dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer er wollte sehen Währenddessen suchten die hohen Priester und der ganze hohe Rat nach einer Zeugenaussage gegen Jesus die es rechtfertigen würde ihn zum Tod zu verurteilen doch ihre Bemühungen waren vergeblich obwohl viele falsche Zeugen gegen Jesus aussagten schließlich standen zwei falsche Zeugen auf und sagten der der hat behauptet ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen da erhob sich der hohe Priester und fragte Jesus hast du darauf nichts zu sagen wie stellst du dich zu diesen Anklagen aber Jesus schwieg darauf fragte ihn der hohe Priester noch einmal ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott bist du der Messias der Sohn Gottes oder nicht ich bin es erwiderte Jesus doch ich sage euch in Zukunft werdet ihr den Menschensohn sehen wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und mit den Wolken des Himmels kommt da riss der hohe Priester sein Gewand am Halssaum ein und rief er hat gelästert was brauchen wir noch zeugen jetzt habt ihr die Gottes lästerung gehört was ist eure Meinung schuldig riefen sie er muss sterben dann spuckten sie Jesus ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten andere gaben ihm Ohrfeigen und höhnten na wer war es Messias du bist doch ein Prophet während Petrus noch draußen im Hof saß kam eine Dienerin auf ihn zu und sagte du warst doch auch mit dem Jesus aus Galiläa zusammen aber Petrus stritt es vor allen ab ich weiß nicht wovon du redest sagte er und ging zum Tor Gebäude hinaus dabei sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen die herum standen der war auch mit dem Jesus aus Nazareth zusammen wieder stritt Petrus das ab und schwor ich kenne den Mann überhaupt nicht kurz darauf fingen auch die Umstehenden an sicher gehörst du zu ihnen dein Dialekt verrät dich ja da fing Petrus an zu fluchen und schwor ich kenne den Mann nicht in diesem Augenblick krähte ein Hahn da erinnerte sich Petrus an das was Jesus zu ihm gesagt hatte bevor der Hahn kräht wirst du mich dreimal verleugnen und er ging hinaus und fing an bitterlich zu weinen Kapitel 27 früh früh am nächsten morgen traten die hohenpriester mit den ratsältesten zusammen und fassten den offiziellen beschluss jesus hinrichten zu lassen dann ließen sie ihn fesseln führten ihn ab und übergaben ihn Pilatus als Judas nun klar wurde dass ein verrat zur verurteilung von jesus geführt hatte bereute er seine tat und brachte den hohen priestern und ältesten die 30 silberstücke zurück ich habe gesündigt sagte er ich habe einen unschuldigen verraten was geht uns das an erwiderten sie das ist deine sache dann nahm Judas das geld und warf es in den tempel dann ging er weg und er hängte sich die hohen priester nahmen die silberstücke an sich und sagten das geld darf man nicht zum tempelschatz tun weil blut daran klebt sie beschlossen den sogenannten Töpferacker dafür zu kaufen als Friedhof für die Ausländer dieses stück land heute noch blut acker so erfüllte sich die voraussage des propheten jeremia sie nahmen die 30 silberstücke die summe die er den israeliten wert war und kauften davon den töpferacker wie mir der herr befohlen hatte als jesus dem statthalter vorgeführt wurde fragte ihn dieser bist du der könig der juden ja es ist so wie du sagst erwiderte die hohen priester und ältesten schwere beschuldigungen gegen ihn vor doch jesus gab keine antwort pilatus fragte ihn hörst du nicht was sie alles gegen dich vorbringen aber zu seinem erstaunen gab jesus auch ihm keine einzige antwort nun war es üblich dass der statthalter jedes jahr zum passafest einen gefangenen freilies den das volk selbst bestimmen durfte damals saß gerade ein berüchtigter früherer namens jesus barabbas im gefängnis da fragte pilatus in die menge die sich versammelt hatte wen soll ich euch losgeben jesus barabbas oder jesus den man den messias nennt er wusste ja dass sie ihm jesus nur aus neid ausgeliefert hatten während pilatus auf dem richterstuhl saß ließ seine frau ihm ausrichten lass die hände von diesem mann er ist unschuldig seinetwegen hatte ich heute nacht einen schlimmen traum doch die hohenpriester und ratsältesten hetzten die menge auf die freilassung von barabbas und die hinrichtung von jesus zu fordern der statthalter fragte wen von beiden soll ich euch freigeben barabbas schrien sie was soll ich da mit jesus tun der messias genannt wird kreuzigen schrien sie alle aber warum fragte pilatus was hat er denn verbrochen doch sie schrien nur noch lauter kreuzige ihn als pilatus sah dass er nichts erreichte und der tumult immer schlimmer wurde ließ er sich wasser bringen vor den augen der menge wusch er sich die hände und sagte ich bin schuldlos am tod dieses mannes das müsst ihr verantworten da schrie das ganze volk die schuld an seinem tod soll unsere kinder fallen daraufhin gab pilatus ihnen den barabbas frei jesus aber ließ er mit der schweren lederpeitsche geißeln und übergab ihn dann den soldaten zur kreuzigung die führten ihn zunächst in den palast des statthalters das sogenannte praetorium und riefen die ganze mannschaft zusammen sie zogen ihn aus und hängten ihm ein scharlach rotes gewand um dann flochten sie eine schließlich drückten sie einen stock in seine rechte hand salutierten und riefen sei gegrüßt könig der juden sie spuckten ihn an nahmen ihm den stock aus der hand und schlugen ihn damit auf den kopf als sie genug davon hatten ihn zu verspotten nahmen sie ihm den umhang wieder ab zogen ihm seine eigenen gewänder an und führten ihn ab um ihn zu kreuzigen aus zirene die soldaten zwangen ihn das kreuz für jesus zu tragen so brachten sie ihn bis zu der stelle die golgotha heißt das bedeutet schädel platz dann wollten sie ihm wein zu trinken geben mit einem zusatz der bitter war wie galle als er gekostet hatte wollte er aber nicht davon trinken so nagelten sie ihn ans kreuz und verlosten dann seine Kleidung unter sich dann setzten sie sich hin und bewachten ihn über seinem kopf hatten sie ein schild angebracht auf dem der anklagegrund für seine hinrichtung stand das ist jesus der könig der juden zusammen mit jesus kreuzigten sie zwei verbrecher einen rechts und einen links von ihm die leute die vorbeikamen schüttelten den kopf und riefen höhnisch du wolltest ja den tempel abreißen und in drei tagen wieder aufbauen rette dich doch selbst wenn du gottes sohn bist steig vom kreuz herab auch die hohen priester die gesetzeslehrer und die rats ältesten machten sich über ihn lustig andere 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 er gerettet riefen sie sich selbst kann er nicht retten er ist ja der könig von israel soll er doch jetzt vom kreuz herab steigen dann werden wir an ihn glauben er hat auf gott vertraut soll der ihm jetzt helfen wenn er wirklich freude an ihm hat er hat ja gesagt ich bin gottes sohn auch die verbrecher die mit ihm gekreuzigt waren beschimpften ihn genauso um zwölf uhr mittags wurde der himmel über dem ganzen land plötzlich finster das dauerte drei stunden dann gegen drei uhr schrie jesus laut eli eli lema sabachtani das heißt mein gott mein gott warum hast du mich verlassen einige der herumstehenden hörten das und sagten seht er ruft elia einer von ihnen holte schnell einen schwamm tauchte ihnen sauren wein steckte ihn auf einen stock und hielt ihn jesus zum trinken hin wartet riefen die anderen wir wollen noch sehen ob elia kommt um ihn zu retten jesus aber stieß einen lauten schrei aus und starb in diesem augenblick riss der vorhang im tempel von oben bis unten in zwei die erde fing an zu beben felsen zerrissen und grüfte öffneten sich viele verstorbene heilige wurden auferweckt nach der auferstehung von jesus kamen sie aus ihren grüften gingen in die heilige stadt und erschienen vielen menschen der hauptmann und die soldaten die mit ihm jesus bewachten erschraken sehr als sie das dinge wahrnahmen dieser mann war wirklich gottes sohn sagten sie es standen auch viele frauen dort die von weitem zugesehen hatten sie waren jesus seit der zeit seines wirkens in galiläa gefolgt und hatten ihm gedient unter ihnen waren maria aus magdala maria die mutter von jakobus und josef sowie die mutter der zebedeus söhne als es abend wurde kam josef ein reicher mann aus arimathea der auch ein jünger von jesus war er ging zu pilatus und bat ihn um den leichnam von jesus pilatus ordnete an josef den leib zu überlassen dann nahm josef ihn wickelte ihn in reines leinentuch und legte ihn in seine eigene gruft die neu aus dem felsen gehauen war bevor er ging wälzte er einen großen stein vor den eingang maria aus magdala und die andere maria waren dabei sie hatten sich dem grab gegenüber hingesetzt am nächsten tag es war der sabbat kamen die hohen priester und pharisäer bei pilatus zusammen her sagten sie uns ist eingefallen dass dieser verführer als er noch lebte behauptet hat nach drei tagen werde ich wieder auferstehen gib deshalb bitte den befehl dass die gruft bis zum dritten tag bewacht wird sonst könnten seine jünger kommen und ihn stehlen und dann dem volk gegenüber behaupten er sei von den toten auferstanden die zweite verführung wäre dann noch schlimmer als die erste ihr sollt eure wache haben erwiderte Pilatus geht und sichert die gruft so gut ihr könnt so zogen sie los versiegelten den stein am eingang und sicherten kapitel 28 nach dem sabbat in der dämmerung des ersten tages der neuen woche machten sich maria aus magdala und die andere maria auf den weg um nach dem grab zu sehen plötzlich gab es ein starkes erdbeben ein engel des herrn war vom himmel gekommen und zum grab getreten er wälzte den stein weg und setzte sich darauf seine Gestalt flammte wie ein blitz und sein gewand war weiß wie schnee da zitterten und bebten die wächter vor angst und fielen wie tot zu boden aber zu den frauen sagte der engel ihr müsst nicht erschrecken ich weiß ihr sucht jesus den gekreuzigten er ist nicht hier er ist auferstanden wie er es gesagt hat kommt her und seht euch die stelle an wo er gelegen hat und nun geht schnell zu seinen jüngern und sagt ihnen dass er von den toten auferstanden ist er geht euch nach galiläa voraus dort werdet ihr ihn sehen ihr könnt euch auf meine worte verlassen erschrocken und doch voller freude liefen die frauen von der gruft weg sie eilten zu den jüngern um ihnen alles zu berichten auf einmal kam jesus ihnen entgegen seid gegrüßt sagte er da liefen sie zu ihm hin warfen sich nieder und umfassten seine füße habt keine angst sagte jesus zu ihnen geht und sagt meinen brüdern sie sollen nach galiläa gehen dort werden sie mich sehen während die frauen noch auf dem weg waren kamen einige soldaten von der wache in die stadt und berichteten den hohen priestern alles was und fassten den beschluss die soldaten zu bestechen sie gaben ihnen viel geld und vereinbarten mit ihnen ihr müsst sagen seine jünger kamen in der nacht als wir schliefen und haben den leichnam gestohlen wenn der stadthalter davon erfährt werden wir mit ihm reden und ihn beschwichtigen so dass ihr nichts zu befürchten habt die soldaten nahmen das geld und machten es so wie man das bei den juden noch heute verbreitet ist die elf jünger gingen dann nach galiläa und stiegen auf den berg auf den jesus sie bestellt hatte als sie ihn dort sahen warfen sie sich vor ihm nieder doch einige andere zauderten da trat jesus auf sie zu und sagte mir ist alle macht im himmel und auf der erde gegeben darum geht zu allen völkern und macht die menschen zu meinen jüngern dabei sollt er sie auf den namen des vaters des sohnes und des heiligen geistes taufen und sie belehren alles zu befolgen was ich euch geboten habe und seid gewiss ich bin jeden tag bei euch bis zum ende der zeit das markusevangelium kapitel 1 anfang des evangeliums von jesus christus dem sohn gottes es begann wie es beim propheten jesaja geschrieben steht ich werde meinen boten vor dir her senden er wird dein wegbereiter sein hört in der wüste ruft eine stimme bereitet dem herrn den weg ebnet seine pfade das erfüllte sich als johannes der täufer in der wüste auftrat er predigte den menschen sie sollten zu gott umkehren und sich als zeichen dafür taufen lassen damit sie vergebung ihrer sünden empfingen aus ganz judea und jerusalem kamen die leute zu johannes in die wüste sie ließen sich im jordan von ihm taufen und bekannten dabei ihre sünden johannes trug ein grobes gewand aus kamelhaar um das er einen lederriemen geknotet hatte seine nahrung bestand aus heuschrecken und honig von wild lebenden bienen er kündigte an nach mir kommt einer der ist mächtiger als ich ich bin nicht einmal gut genug mich zu bücken und ihm die riemen seiner sandalen zu lösen ich habe euch mit wasser getauft er wird euch mit dem heiligen geist taufen damals kam auch jesus aus nazareth in galiläa und ließ sich im jordan von johannes taufen noch während er aus dem wasser stieg sah er wie der himmel aufriss und der geist gottes wie eine taube auf ihn herabfuhr und aus dem himmel sprach eine stimme du bist mein lieber sohn an dir habe ich meine freude bald darauf wurde jesus vom geist gedrängt in die wüste hinaus zu gehen 40 tage blieb er dort und in dieser zeit versuchte der satan ihn zur sünde zu verführen jesus lebte bei den wilden tieren und engel dienten ihm nachdem johannes dann verhaftet worden war ging jesus nach galiläa und verkündigte dort das evangelium die gute botschaft gottes er sagte dabei es ist jetzt soweit die herrschaft gottes ist nahe ändert eure einstellung und glaubt an das evangelium als jesus am see von galiläa entlang ging sah er fischer die ihre runden wurfnetze auswarfen es waren simon und sein bruder andreas jesus sagte zu ihnen kommt folgt mir ich werde euch zu menschenfischern machen sofort ließen sie die netze liegen und folgten ihm als er ein stück weiter gegangen war sah er jakobus und johannes die söhne des zebedeus in einem boot die netze in ordnung bringen auch sie forderte er gleich auf mit ihm zu kommen da ließen sie ihren vater zebedeus mit den lohnarbeitern im boot zurück und folgten ihm sie kamen nach kafana um gleich am folgenden sabbat ging er in die synagoge und sprach zu den menschen dort die waren sehr überrascht von seiner lehre denn er lehrte nicht wie sie es von den gesetzeslehrern kannten sondern sprach mit vollmacht nun war da gerade in ihrer synagoge ein mann der von einem bösen geist besessen war der schrie plötzlich auf was willst du von uns jesus von nazareth bist du gekommen uns zu vernichten ich weiß wer du bist der heilige gottes schweig befahl ihm jesus da verlass den mann darauf zerrte der böse geist dem mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten schrei die leute waren so überrascht und erschrocken dass sie sich gegenseitig fragten was ist das eine neue lehre mit göttlicher vollmacht sogar den bösen geistern gibt er befehle und sie gehorchen ihm sein ruf verbreitete sich mit windes eile im ganzen galiläischen umland nachdem sie die synagoge verlassen hatten gingen sie zusammen mit jakobus und johannes in das haus von simon und andreas simons schwiegermutter lag mit fieber im bett und gleich erzählten sie es ihnen da ging er zu ihr hin fasste sie bei der hand und richtete sie auf im selben augenblick verschwand das fieber und sie konnte ihre gäste bewirken am abend es war nach sonnenuntergang brachte man alle kranken und besessenen zu jesus die ganze stadt war vor der haustür versammelt und jesus heilte viele menschen die an den verschiedensten krankheiten litten er trieb auch viele dämonen aus die aber nicht zu wort kommen ließ weil sie wussten wer er war früh am morgen als es noch völlig dunkel war stand er auf und ging aus dem haus fort an eine einsame stelle um dort zu beten simon und die die bei ihm waren eilten ihm nach als sie ihn gefunden hatten sagten sie zu ihm alle suchen dich aber er sagte lasst uns anderswo hingehen in die umliegenden ortschaften damit ich auch dort predige denn dazu bin ich gekommen so zog er durch ganz galiläa predigte in den synagogen und trieb die dämonen aus einmal kam ein aussätziger er kniete sich vor ihm hin und bat ihn flehentlich wenn du willst kannst du mich rein machen jesus hatte mitleid mit ihm berührte ihn mit seiner hand und sagte ich will es sei rein sofort verschwand der aussatz und der mann war geheilt jesus schickte ihn auf der stelle weg und befahl ihm mit aller entschiedenheit pass auf dass du niemand auch nur ein wort davon sagst geh stattdessen zum priester zeig dich ihm und bring das opfer für deine reinigung wie mose es angeordnet hat das soll ein beweis für sie sein der mann ging weg erzählte aber überall von seiner heilung und machte die sache bekannt so dass jesus in keine stadt mehr gehen konnte ohne aufsehen zu erregen er hielt sich nur noch außerhalb der ortschaften an einsamen stellen auf doch die leute kamen von überall her zu ihm kapitel 2 einige tage später kehrte jesus nach kafana um zurück schnell sprach sich herum dass er wieder zu hause sein da kamen so viele menschen bei ihm zusammen dass sie keinen platz mehr hatten nicht einmal vor der tür während er ihnen die botschaft gottes verkündigte trugen vier männer einen gelähmten heran doch es herrschte ein solches gedränge dass sie nicht zu ihm durchkamen da brachen sie das dach über der stelle auf wo jesus sich befand durch die entstandene öffnung ließen sie die matte mit dem gelähmten hinunter als jesus ihren glauben sah sagte er zu dem gelähmten mein sohn deine sünden sind dir vergeben es saßen jedoch einige gesetzes lehrer dabei was bildet der sich ein das ist ja gottes lästerung niemand kann sünden vergeben außer gott jesus hatte sofort erkannt was in ihnen vorging und sprach sie an warum gebt ihr solchen gedanken raum in euch ist es leichter zu einem gelähmten zu sagen deine sünden sind dir vergeben oder steh auf nimm deine matte und geh umher doch ihr sollt wissen dass der menschensohn die vollmacht hat hier auf der erde sünden zu vergeben damit wandte er sich dem gelähmten zu ich befehle dir steh auf nimm deine matte und geh nach hause der mann stand sofort auf nahm seine matte und ging vor den augen der ganzen menge hinaus da gerieten alle außer sich sie priesen gott und sagten so etwas haben wir noch nie gesehen danach ging jesus wieder einmal an den see hinaus die ganzen menschenmenge kam zu ihm und er belehrte sie als er weiter ging und an der zollstelle vorbeikam sah er levi den sohn von alpheus dort sitzen und sagte zu ihm komm folge mir der stand auf und folgte ihm später war jesus in seinem haus zu gast mit ihm und seinen jüngern waren auch viele zolleinnehmer eingeladen und andere die einen ebenso schlechten ruf hatten viele von ihnen gehörten schon zu denen die ihm nachfolgten als die gesetzeslehrer von der partei der pharisäer sahen dass jesus mit solchen leuten aß sagten sie wie kann er sich nur mit zöllnern und sündern an einen tisch setzen jesus hörte das und entgegnete nicht die gesunden brauchen den arzt sondern die kranken ich bin nicht gekommen um gerechte zu rufen sondern sünder die jünger des johannes und die pharisäer pflegten regelmäßig zu fasten einige leute kamen deshalb zu jesus und fragten wie kommt es dass die jünger des johannes und die der pharisäer fasten deine jünger aber nicht jesus erwiderte können die hochzeitsgäste denn fasten wenn der bräutigam noch bei ihnen ist nein solange der bräutigam da ist können sie nicht fasten die zeit kommt früh genug dass der bräutigam von ihnen weggenommen sein wird dann werden sie fasten niemand näht doch ein neues stück stoff auf ein altes durch vieles waschen eingelaufenes gewand sonst reißt das neue stück aus und der riss im alten stoff wird noch größer und niemand wird doch neuen wein der noch gärt in alte schläuche füllen der junge wein würde die schläuche zum platzen bringen dann wären wein und schläuche verdorben nein neuen wein füllt man in neue schläuche an einem sabbat ging jesus durch kornfelder seine jünger fingen unterwegs an ehren abzurupfen und die körner zu essen da sagten die pharisäer zu ihm sieh mal was sie da tun das ist doch am sabbat nicht erlaubt jesus entgegnete habt ihr nie gelesen was david getan hat als er und seine begleiter hungrig waren und etwas zu essen brauchten wie er damals als der hohe priester abjata lebte ins haus gottes ging von den geweihten broten aß und auch seinen begleitern davon gab obwohl nach dem gesetz doch nur die priester davon essen dürfen und jesus fügte hinzu der sabbat wurde für den menschen geschaffen und nicht der mensch für den sabbat darum kann der menschensohn auch über den sabbat bestimmen gottes ging von den sabbat Kapitel 3 Als Jesus ein anderes Mal in eine Synagoge ging, saß dort ein Mann mit einer gelähmten Hand. Seine Gegner passten genau auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, denn sie wollten einen Grund finden, ihn anzuklagen. Jesus sagte zu dem Mann mit der gelähmten Hand, Steh auf und stell dich in die Mitte. Dann fragte er die Anwesenden, Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man ein Leben retten oder es zugrunde gehen lassen? Sie schwiegen. Da sah er sie zornig der Reihe nach an und war zugleich traurig über ihre verstockten Herzen. Dann befahl er dem Mann, streck die Hand aus. Der gehorchte und seine Hand war geheilt. Die Pharisäer gingen sofort hinaus und berieten mit den Anhängern von Herodes Antipas, wie sie ihn umbringen könnten. Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Eine Menschenmenge aus Galiläa folgte ihm. Auch aus Judäa, Jerusalem und Idumea, aus dem Ostjordanland und der Gegend von Tyrus und Sidon, kamen sie in Scharen zu ihm, weil sie von seinen Taten gehört hatten. Da befahl er seinen Jüngern, ihm ein Boot bereitzuhalten, damit die Menge ihn nicht so bedrängte, denn er heilte viele. Und alle, die ein Leiden hatten, drängten sich an ihn heran, um ihn zu berühren. Und wenn von bösen Geistern besessene Menschen ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder und schrien, Du bist der Sohn Gottes. Doch Jesus verbot ihnen streng, ihn bekannt zu machen. Dann stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm, und er wählte zwölf von ihnen aus, die er ständig um sich haben und später aussenden wollte, damit sie predigten und in seiner Vollmacht Dämonen austrieben. Die zwölf, die er dazu bestimmte, waren Simon, den er Petrus nannte, Jakobus, Benzebedeus und Johannes, sein Bruder, die er übrigens Boanerges nannte, das heißt Donnersöhne, Andreas, Philippus und Bartholomeus, Matthäus, Thomas und Jakobus, Benalpheus, Thaddeus, Simon, der zu den Zeloten gehört hatte, und Judas, der ein Sikaria gewesen war und ihn später verraten hat. Jesus ging nach Hause und wieder strömten so viele Menschen bei ihm zusammen, dass er mit seinen Jüngern nicht einmal zum Essen kam. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten sich, er muss den Verstand verloren haben. Die Gesetzeslehrer, die von Jerusalem hergekommen waren, sagten, Er ist mit Beelzebul im Bund, und die Dämonen treibt er nur mit Hilfe des obersten aller bösen Geister aus. Jesus rief sie zu sich und gab ihnen durch einige Vergleiche Antwort. Wie kann denn Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich mit sich selbst im Streit liegt, kann es nicht bestehen, und eine Familie, die sich zerstreitet, zerfällt. Wenn also der Satan gegen sich selbst aufsteht und mit sich selbst in Streit gerät, kann sein Reich nicht bestehen. Es ist aus mit ihm. Andererseits kann niemand einfach so in das Haus eines starken Mannes einbrechen und ihm den Besitz rauben. Erst wenn der Starke gefesselt ist, kann man sein Haus ausrauben. Ich versichere euch, alle Sünden können den Menschen vergeben werden, selbst die Gotteslästerungen, die sie aussprechen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, wird in Ewigkeit keine Vergebung finden. Mit dieser Sünde hat er ewige Schuld auf sich geladen. Das sagte er zu ihnen, weil sie behauptet hatten, er sei von einem bösen Geist besessen. Inzwischen waren seine Mutter und seine Brüder angekommen. Sie blieben vor dem Haus und ließen ihn herausrufen. Die Menschen, die dicht gedrängt um Jesus herum saßen, gaben ihm die Nachricht weiter. Deine Mutter und deine Brüder sind draußen und fragen nach dir. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? antwortete Jesus. Er sah die Menschen an, die im Kreis um ihn herum saßen. Das hier ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Jeder, der nach Gottes Willen lebt, ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Kapitel 4 Wieder einmal war Jesus am See und lehrte. Diesmal hatten sich so viele Menschen um ihn versammelt, dass er sich in ein Boot setzen musste, um vom See aus zur Menge am Ufer sprechen zu können. Er redete lange und erklärte vieles in Gleichnissen. Unter anderem sagte er, Hört zu, ein Bauer ging auf den Acker, um zu säen. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Wurzeln nicht tief in den Boden dringen konnten, ging die Saat zwar bald auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurde sie versenkt und vertrocknete, weil sie keine tiefer gehenden Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel unter Disteln, die die Saat bald überwucherten und erstickten, sodass sie keine Frucht brachte. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf, wuchs und brachte Frucht. Dreißig, sechzig oder sogar hundertfach. Jesus schloss, Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Als die Zwölf und die anderen Jünger wieder mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach dem Sinn der Gleichnisse. Er sagte, Euch hat Gott das Geheimnis seines Reiches anvertraut. Den Außenstehenden wird alles nur in Gleichnissen gegeben, damit sie hinsehen und doch nichts erkennen, damit sie zuhören und trotzdem nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Dann fuhr er fort, Ihr versteht das Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann die anderen alle verstehen? Der Bauer mit dem Saatgut sät das Wort. Das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Botschaft hören, Das, was auf den felsigen Boden fiel, meint Menschen, die das Wort hören und es gleich freudig aufnehmen. Doch weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder ab. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben die Botschaft gehört, doch dann gewinnen die Sorgen ihres Alltags, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden die Oberhand und ersticken das Wort. Es bleibt ohne Frucht. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft, nehmen sie auf und bringen Frucht, dreißig, sechzig und hundertfach. Er fuhr fort. Holt man denn eine Lampe, um sie unter einen Kübel zu stellen oder unters Bett? Natürlich nicht. Man stellt sie auf einen passenden Ständer. So wird auch alles, was jetzt noch verborgen ist, ans Licht kommen. Was jetzt noch geheim ist, soll bekannt gemacht werden. Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Und weiter sagte er, passt auf, was ihr jetzt hört. Nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugeteilt werden und ihr werdet noch mehr bekommen. Denn wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Mit dem Reich Gottes, erklärte er, verhält es sich wie mit einem Bauern, der seinen Acker besät hat. Er legt sich schlafen, steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Währenddessen geht die Saat auf und wächst, wie, das weiß er selber nicht. Die Erde bringt von selbst die Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ehre und zuletzt das volle Korn in der Ehre. Und sobald das Korn reif ist, lässt er es schneiden, die Ernte ist gekommen. Womit sollen wir die Herrschaft Gottes noch vergleichen? Fragte Jesus. Mit welchem Gleichnis sollen wir sie darstellen? Es ist wie bei einem Senfkorn. Das ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass Vögel in seinem Schatten nisten können. Jesus gebrauchte vieler solcher Gleichnisse, um den Menschen die Botschaft Gottes verständlich zu machen. Er verwendete immer Gleichnisse, wenn er zu den Leuten sprach. Aber seinen Jüngern erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Leute nach Hause und nahmen ihn, so wie er war, im Boot mit. Einige andere Boote fuhren Jesus nach. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser voll lief. Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, herrschte den Sturm an und sagte zum See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? fragte Jesus. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Da wurden sie erst recht von Furcht gepackt und flüsterten einander zu, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Kapitel 5 So kamen sie in das Gebiet der Gerasener auf der anderen Seite des Sees. Als er aus dem Boot stieg, rannte ihm ein Besessener entgegen. Er kam von den Grabhöhlen, in denen er hauste und niemand konnte ihn mehr bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mit ihm fertig. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und immer schrie er und schlug sich mit Steinen. Schon von Weitem hatte er Jesus erblickt, rannte auf ihn zu, warf sich vor ihm hin und schrie mit lauter Stimme, Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, du Sohn des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte dem bösen Geist nämlich befohlen, den Mann zu verlassen. Nun fragte er ihn, Wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete der, denn wir sind viele. Und dann flehte er Jesus an, sie nicht aus der Gegend vorzuschicken. Nun weidete dort in der Nähe eine große Herde Schweine an einem Berghang. Da baten sie ihn, Lass uns doch in die Schweine fahren. Jesus erlaubte es ihnen und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da raste die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und ertrank. Es waren immerhin zweitausend Tiere. Die Schweinehirten liefen davon und erzählten in der Stadt und auf den Dörfern alles, was geschehen war. Die Leute wollten das mit eigenen Augen sehen und machten sich gleich auf den Weg. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den, der bisher von einer Legion böser Geister besessen gewesen war, bekleidet und vernünftig bei ihm sitzen. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun und nachdem ihnen Augenzeugen berichtet hatten, was mit den Besessenen und den Schweinen passiert war, baten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als Jesus dann ins Boot stieg, bat ihn der Geheilte, bei ihm bleiben zu dürfen. Doch er gestattete es nicht, sondern sagte, geh nach Hause zu deinen Angehörigen und berichte ihnen, wie viel der Herr in seinem Erbarmen an dir getan hat. Der Mann gehorchte und fing an, im ganzen Zehnstädtegebiet zu verkünden, was Jesus an ihm getan hatte. Und alle wunderten sich. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als ein Synagogenvorsteher kam und sich vor ihm niederwarf. Er hieß Jairus und bat ihn sehr, meine kleine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit und viele Leute folgten und drängten sich um ihn. Darunter war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie aufgewendet und es hatte ihr nichts geholfen. Im Gegenteil, es war noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Sie berührte sein Gewand, denn sie dachte, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Da sagten seine Jünger zu ihm, du siehst doch, wie die Menge dich drängt und da fragst du, wer dich berührt hat? Aber Jesus blickte sich nach der um, die das getan hatte. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, die ja wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Meine Tochter, sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Während Jesus noch mit ihr sprach, kamen Leute aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten zu Jairus, deine Tochter ist gestorben, du brauchst den Rabbi nicht weiter zu bemühen. Jesus hatte mitgehört und sagte zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Vorstehers kamen und Jesus die Aufregung sah und die laut weinenden und klagenden Menschen, ging er hinein und sagte, was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf sie alle hinaus und ging nur mit dem Vater und der Mutter des Kindes und mit den Jüngern, die bei ihm waren, zu dem Mädchen hinein. Er fasste es bei der Hand und sagte, Talitha, Kuhm, das heißt übersetzt, Mädchen, steh auf. Mit fassungslosen Erstaunen sahen alle, wie das Mädchen sich sofort erhob und anfing umherzugehen. Es war nämlich zwölf Jahre alt. Jesus verbot ihnen nachdrücklich, anderen davon zu erzählen und ordnete an, dem Kind etwas zu essen zu geben. Kapitel 6 Jesus brach von dort auf und kam wieder in seinen Heimatort. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Viele seiner Zuhörer fragten sich erstaunt, wo hat er das nur her? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und erst die Wunder, die durch ihn geschehen. Ist das denn nicht dieser Bauarbeiter, der Sohn von Maria und ein Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon? Und seine Schwestern leben doch auch alle bei uns. Und sie ärgerten sich über ihn. Da sagte Jesus zu ihnen, Überall wird ein Prophet geehrt, nur nicht in seiner Heimatstadt, seiner Verwandtschaft und seiner Familie. Deshalb konnte er dort überhaupt kein Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Er wunderte sich über ihren Unglauben und zog weiter durch die umliegenden Dörfer und lehrte dort. Dann rief er die Zwölf zu sich und fing an, sie zu zweit auszusenden. Er gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister und befahl ihnen, außer einem Wanderstab nichts mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld. Sandalen dürft ihr anziehen, aber nicht zwei Hemden übereinander. Wenn ihr in ein Haus aufgenommen werdet, dann bleibt dort, bis ihr den Ort wieder verlasst. Und wenn ihr in einen Ort kommt, wo die Leute euch nicht aufnehmen und auch nicht anhören wollen, dann zieht gleich weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen ab, um ihnen deutlich zu machen, dass das Gericht auf sie wartet. Die Zwölf machten sich auf den Weg und predigten, dass die Leute ihre Einstellung ändern sollten. Sie trieben viele Dämonen aus, rieben viele Kranke mit Öl ein und heilten sie. Inzwischen hatte auch König Herodes von Jesus gehört, denn überall sprach man von ihm. Die einen sagten, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb kann er solche Wunder tun. Andere meinten, es ist Elia. Wieder andere sagten, es ist ein Prophet wie einer der früheren Propheten. Doch Herodes sagte, als er von ihm hörte, das ist Johannes, den ich enthaupten ließ, und jetzt ist er auferweckt worden. Herodes hatte Johannes nämlich festnehmen und gefesselt ins Gefängnis bringen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Stiefbruders Philippus. Herodes hatte sie zu seiner Frau gemacht, worauf Johannes ihm sagen musste, du hattest kein Recht, die Frau deines Bruders zu nehmen. Doch Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn umbringen lassen. Doch sie konnte sich nicht durchsetzen, denn Herodes hatte Hochachtung vor ihm. Er wusste, dass Johannes ein gerechter und heiliger Mann war und schützte ihn deshalb. Er wurde zwar sehr unruhig, wenn er mit ihm sprach, hörte ihm aber trotzdem gern zu. Eines Tages ergab sich für Herodias die Gelegenheit. Herodes hatte Geburtstag und gab dazu ein Festessen für seine hohen Regierungsbeamten, die Offiziere und die angesehensten Bürger von Galiläa. Dabei trat die Tochter der Herodias als Tänzerin auf. Sie gefiel Herodes und den Gästen so gut, dass der König zu dem Mädchen sagte, wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben. Er schwor ihr sogar, ich werde dir alles geben, was du willst, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich mir wünschen? Den Kopf von Johannes dem Täufer, erwiderte diese. Schnell ging das Mädchen wieder zum König hinein und sagte, ich will, dass du mir hier sofort auf einer Schale den Kopf von Johannes dem Täufer überreichst. Der König war bestürzt, aber weil er vor allen Gästen einen Eid abgelegt hatte, wollte er sie nicht zurückweisen. Er schickte den Henker los und befahl ihm, den Kopf des Täufers zu bringen. Der ging ins Gefängnis und enthauptete Johannes. Dann brachte er den Kopf auf einer Schale herein und überreichte ihn dem Mädchen. Und das Mädchen gab ihn an seine Mutter weiter. Als die Jünger des Johannes davon hörten, holten sie den Toten und legten ihn in ein Grab. Die Apostel versammelten sich dann wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie in seinem Auftrag gelehrt und getan hatten. Da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Platz, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn es war ein ständiges und es war ein ständiges so, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit dem Boot an eine einsame Stelle, um dort allein zu sein. Doch viele sahen sie wegfahren und hatten ihre Absicht bemerkt. So kam es, dass die Menschen aus allen Orten am See angelaufen kamen und auf dem Landweg noch vor ihnen dort waren. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Da nahm er sich viel Zeit, um sie zu belehren. Am Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Fleck und es ist schon spät. Schick die Leute weg, damit sie sich in den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen doch zu essen. Sollen wir wirklich losgehen, sagten sie da, und für 200 Denare Brot kaufen, damit wir ihnen zu essen geben können? Wie viel Brote habt ihr? fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es und sagten dann zu ihm, fünf und zwei Fische. Dann befahl er ihnen, dafür zu sorgen, dass die Leute sich in Tischgemeinschaften ins grüne Gras niedersetzten. Als sie sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig zusammengesetzt hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische in die Hand. Er blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Fladenbrote in Stücke und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Auch die zwei Fische ließ er unter alle verteilen. Und alle aßen sich satt. Sie füllten sogar noch zwölf Tragkörbe mit den Resten, die von den Brotstücken und Fischen übrig geblieben waren. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer Richtung Bezaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um zu beten. Bei Einbruch der Dunkelheit war das Boot mitten auf dem See und Jesus allein an Land. Er sah, wie sich seine Jünger beim Rudern abmühten, weil sie gegen den Wind ankämpfen mussten. Im letzten Viertel der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See und es schien, als wollte er an ihnen vorüberlaufen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf, denn alle sahen ihn und wurden von Furcht gepackt. Sofort rief er sie an, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Dann stieg er zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Da gerieten sie vor Entsetzen ganz außer sich, denn selbst nach dem Wunder mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen, weil ihre Herzen immer noch verschlossen waren. Sie fuhren hinüber ans Land und legten in der Nähe von Gennesaret an. Als sie aus dem Boot stiegen, wurde Jesus von den Leuten dort gleich erkannt. Sofort liefen sie los, um die Kranken aus der ganzen Gegend zu holen. Sie brachten sie auf Tragbaren, immer an den Ort, von dem sie erfuhren, dass Jesus dort sei. In allen Dörfern, Städten oder Einzelhöfen, in die er kam, legten sie die Kranken ins Freie und baten ihn, sie nur den Saum seines Gewandes berühren zu lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Kapitel 7 Einige Pharisäer und Gesetzeslehrer aus Jerusalem kamen gemeinsam zu Jesus. Sie hatten gesehen, dass seine Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nichts, wenn sie sich nicht vorher in der vorgeschriebenen Weise die Hände gewaschen haben. So halten sie sich an die Überlieferungen der Alten. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nichts, ohne sich vorher einer Reinigung zu unterziehen. So befolgen sie noch eine Reihe anderer überlieferter Vorschriften über das Reinigen von Bechern, Krügen, Kupfergefäßen. Und Sitzpolstern. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer fragten ihn also, warum richten deine Jünger sich nicht nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren überliefert sind, und essen mit ungewaschenen Händen? Ihr Heuchler, auf euch trifft genau zu, was Jesaja geweissagt hat, gab Jesus zur Antwort. So steht es nämlich geschrieben, dieses Volk, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir fort. Ihr Dienst an mir ist ohne Wert, denn ihre Lehren haben sich Menschen erdacht. Ja, ihr gebt Gottes Gebot auf und haltet dafür die Vorschriften, die sich Menschen ausgedacht haben. Dann fügt dir Jesus hinzu, sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft und haltet dafür eure eigenen Vorschriften ein. Mose hat zum Beispiel gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter verflucht, wird mit dem Tod bestraft. Ihr aber lehrt, dass man zu seinem Vater oder seiner Mutter sagen kann, Was du von mir bekommen müsstest, habe ich als Korban, als Opfer für Gott bestimmt. Auf diese Weise lasst ihr ihn nichts mehr für seine Eltern tun und setzt so Gottes Wort durch eure eigenen Vorschriften außer Kraft. Das ist nur ein Beispiel für viele. Dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, Hört mir alle zu und versteht, was ich euch sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn vor Gott unrein machen. Unrein macht ihn nur, was aus ihm selber kommt. Als er sich von der Menge zurückgezogen hatte und ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger, wie er das gemeint habe. Habt ihr das auch nicht begriffen? erwiderte Jesus. Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann? Denn es kommt ja nicht in sein Herz, sondern geht in den Magen und wird ihm ab Ort wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Dann fuhr er fort. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Arten von sexueller Unmoral, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier und Bosheit. Dazu Betrug, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen vor Gott unrein. Jesus brach von dort auf und ging in die Gegend von Tyrus. Weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Doch es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Schon hatte eine Frau von ihm gehört, deren kleine Tochter von einem bösen Geist besessen war. Sie kam und warf sich Jesus zu Füßen. Die Frau war eine Griechin und stammte aus dieser Gegend, dem syrischen Phönizien. Sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus wehrte ab. Zuerst müssen die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, ihnen das Brot wegzunehmen und es den Haushunden hinzuwerfen. Das ist wahr, Herr, erwiderte sie. Aber die Hündchen unter dem Tisch fressen doch auch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Richtig, sagte Jesus zu ihr. Und wegen dieser Antwort kannst du getrost nach Hause gehen. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen ruhig im Bett und der Dämon war fort. Jesus verließ die Gegend von Tyrus und ging über Sidon zum See von Galiläa, mitten in das Zehnstättegebiet. Dort brachten sie einen tauben Mann zu ihm, der nur mühsam reden konnte und baten Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Kranken und berührte dann dessen Zunge mit Speichel. Schließlich blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Mann, »Effata, öffne dich!« Im selben Augenblick konnte der Mann hören und normal sprechen. Jesus verbot den Leuten etwas davon weiter zu sagen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt, weil sie vor Staunen völlig außer sich waren. Immer wieder sagten sie, »Wie wunderbar ist alles, was er macht!« Tauben gibt er das Gehör und stummen die Sprache. Kapitel 8 Damals war wieder eine große Menschenmenge bei Jesus, die nichts zu essen hatte. Da rief Jesus die Jünger zu sich und sagte, »Diese Leute tun mir leid. Seit drei Tagen sind sie hier bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie jetzt hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen, denn sie sind zum Teil von weit hergekommen. Wo soll man denn hier in dieser Einöde Brot hernehmen, um all die Menschen satt zu machen?« fragten die Jünger. Doch Jesus fragte zurück, »Wie viele Brote habt ihr?« »Sieben«, antworteten sie. Da forderte er die Leute auf, sich auf die Erde zu setzen. Er nahm die sieben Fladenbrote, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Austeilen. Die Jünger verteilten sie an die Menge. Sie hatten auch noch einige kleine Fische dabei. Jesus ließ sie ebenfalls austeilen, nachdem er sie gesegnet hatte. Die Leute aßen, bis sie satt waren und füllten sogar noch sieben große Körbe mit den übrig gebliebenen Brocken. Es waren wenigstens viertausend Menschen. Als Jesus dann die Leute nach Hause geschickt hatte, stieg er mit seinen Jüngern in ein Boot und fuhr in die Gegend von Dalmanuta. Gleich kamen die Pharisäer und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und verlangten ein Zeichen vom Himmel. Da seufzte er tief und sagte, Was verlangt diese Generation ständig nach einem Zeichen? Ich versichere euch, dieses Geschlecht wird niemals ein Zeichen bekommen. Dann ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr ans gegenüberliegende Ufer. Die Jünger vergaßen, Brote mitzunehmen. Nur ein einziges Fladenbrot hatten sie bei sich im Boot. Als Jesus nun warnend sagte, Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes, dachten sie, er sage das, weil sie kein Brot mitgenommen hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Begreift ihr es immer noch nicht? Versteht ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie viel Körbe voll Brotstücke ihr eingesammelt habt, als ich die fünf Brote für die 5000 austeilte? Zwölf, antworteten sie. Und als ich die sieben Brote für die 4000 teilte, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sieben, antworteten sie. Da sagte er, Begreift ihr es immer noch nicht? Als sie nach Bezaida kamen, brachten die Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann anzurühren. Jesus faßte ihn an der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dort benetzte er die Augen des Blinden mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte dann, Siehst du etwas? Der Mann blickte auf und sagte, Ja, ich sehe Menschen, aber sie sehen aus wie umhergehende Bäume. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Nun war er geheilt. und konnte alles genau und deutlich erkennen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, Geh aber nicht durchs Dorf. Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer von Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, Für wen halten mich die Leute? Einige halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Andere für Elia und wieder andere für einen der alten Propheten. Und ihr, fragte er weiter, Für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias, erwiderte Petrus. Aber Jesus schärfte ihnen ein, mit niemand darüber zu reden. Dann begann er ihnen klarzumachen, dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten, den hohen Priestern und Gesetzeslehrern verworfen werden müsse. Er müsse getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Als er ihnen das so offen sagte, nahm Petrus ihn beiseite und machte ihm Vorwürfe. Doch Jesus drehte sich um, sah die anderen Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Geh mir aus den Augen, du Satan! Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Dann rief Jesus seine Jünger und die Menge zu sich und sagte, Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber wegen mir und der Heilsbotschaft verliert, der wird es retten. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Was könnte er denn als Gegenwert für sein Leben geben? Denn wer in dieser von Gott abgefallenen, sündigen Welt nicht zu mir und meiner Botschaft steht, zudem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt. Kapitel 9 Und er fuhr fort, Ich versichere euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie die Gottesherrschaft in ihrer Macht kommen sehen. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Dort, vor ihren Augen, veränderte sich plötzlich sein Aussehen. Seine Kleidung wurde blendend weiß, so weiß, wie sie kein Walka der ganzen Erde hätte bleichen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen und fingen an, mit Jesus zu reden. Rabbi, wie gut, dass wir hier sind, rief Petrus da. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn er und die beiden anderen Jünger waren vor Schreck ganz verstört. Da fiel der Schatten einer Wolke auf sie und aus der Wolke sagte eine Stimme, Das ist mein lieber Sohn, hört auf ihn. Sie schauten sich um und sahen auf einmal niemand mehr. Nur Jesus war noch bei ihnen. Als sie dann den Berg hinabstiegen, schärfte ihnen Jesus ein, mit niemand über das zu reden, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Diese letzte Bemerkung ließ die Jünger nicht los und sie überlegten miteinander, was er wohl mit der Auferstehung aus den Toten gemeint habe. Schließlich fragten sie, warum behaupten die Gesetzeslehrer, dass Elia zuerst kommen muss? Das stimmt schon, Elia kommt zuerst, erwiderte Jesus, und bringt alles wieder in den rechten Stand. Und doch heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn vieles leiden muss und verachtet sein wird. Aber ich sage euch, Elia ist schon gekommen und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, so wie es geschrieben steht. Als sie dann zu den anderen Jüngern kamen, fanden sie diese von einer großen Menge umringt und im Streit mit einigen Gesetzeslehrern. Als die Leute Jesus sahen, wurden sie ganz aufgeregt. Sie liefen auf ihn zu und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? fragte er sie. Einer aus der Menge erwiderte, Rabbi, ich bin mit meinem Sohn hergekommen und wollte ihn zu dir bringen. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist. Und immer, wenn dieser Geist ihn packt, zehrt er ihn zu Boden. Er hat dann Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für ein ungläubiges Geschlecht, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange muss ich denn noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch bloß noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten den Jungen zu ihm. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen mit so heftigen Krämpfen, dass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde wälzte. Wie lange hat er das schon? fragte Jesus den Vater. Von klein auf, antwortete dieser. Und oft hat der Geist ihn schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, weil er ihn umbringen wollte. Aber wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst, erwiderte Jesus, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Da schrie der Vater des Jungen, ich glaube ja, hilf mir bitte aus dem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, aus diesem Jungen auszufahren und nie wieder zurückzukommen. Da schrie der Geist anhaltend auf, zerrte den Jungen wie wild hin und her und verließ ihn schließlich. Der Junge lag regungslos da, sodass die meisten dachten, er sei gestorben. Doch Jesus fasste ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Da stand der Junge auf. Als Jesus später am Haus allein war, fragten ihn die Jünger, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Solche Geister können nur durch Gebet ausgetrieben werden, erwiderte Jesus. Sie gingen von dort weiter und zogen durch Galiläa. Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er hatte vor, seine Jünger zu unterrichten. Er sagte ihnen, der Menschensohn wird bald in der Gewalt von Menschen sein und die werden ihn töten. Doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber die Jünger wussten nicht, was er damit sagen wollte, wagten aber auch nicht, ihn danach zu fragen. Dann kamen sie nach Kafanaum. Zu Hause fragte er sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen der Größte wäre. Da setzte er sich, rief die Zwölf herbei und sagte, Wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und der Diener von allen sein. Dann winkte er ein Kind heran, stellte es in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte, Wer solch ein Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich gesandt hat. Johannes sagte zu ihm, Rabbi, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen ausgetrieben hat und haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich nicht zu uns hält. Lasst ihn doch, sagte Jesus, denn wer meinen Namen gebraucht, um Wunder zu tun, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Selbst wenn jemand euch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zum Messias gehört, dann wird er ganz gewiss, das versichere ich euch, nicht ohne Lohn bleiben. Doch wer schuld daran ist, dass einer von diesen gering geachteten, die an mich glauben, zu Fall kommt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab. Es ist besser, du gehst verstümmelt ins Leben ein, als mit beiden Händen in die Hölle zu kommen, in das nie erlöschende Feuer. Und wenn dein Fuß dir Anlass zur Sünde wird, dann hack ihn ab. Es ist besser, du gehst als Krüppel ins Leben ein, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dich verführt, so reiß es heraus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Jeder muss mit Feuer gesalzen werden und jedes Schlachtopfer mit Salz. Salz ist etwas Gutes, wenn es aber seinen Geschmack verliert, womit wollt ihr es würzen? Ihr müsst die Kraft des Salzes in euch haben und Frieden untereinander halten. Kapitel 10 Jesus zog von dort in das Gebiet von Judäa und das Ostjordanland. Wieder kamen die Menschen in Scharen zu ihm und er unterrichtete sie nach seiner Gewohnheit. Da kamen einige Pharisäer und fragten, darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen? Damit wollten sie ihm eine Falle stellen. Was hat Mose über die Scheidung gesagt? fragte Jesus zurück. Er hat sie erlaubt, erwiderten sie, wenn man der Frau einen Scheidebrief ausstellt. Da entgegnete Jesus, diese Anordnung gab er euch nur, weil ihr so harte Herzen habt. Aber Gott hat die Menschen von Anfang an männlich und weiblich geschaffen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an eine Frau binden und die zwei werden völlig eins sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Im Haus wollten die Jünger dann noch mehr darüber wissen. Jesus sagte ihnen, wer sich von seiner Frau trennt und einer anderen heiratet, begeht Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau. Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie sich von ihrem Mann trennt und einen anderen heiratet. Eines Tages wollten einige Leute Kinder zu Jesus bringen, damit er sie mit der Hand berührte. Doch die Jünger wiesen sie unfreundlich ab. Als Jesus das sah, sagte er den Jüngern ärgerlich, lass doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Gottes Reich ist ja gerade für solche wie sie bestimmt. Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Als Jesus sich gerade wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was nennst du mich gut? entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, du sollst keine Falschaussagen machen und niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Rabbi, erwiderte der Mann, das alles habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eins fehlt dir, sagte er, geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Der Mann war entsetzt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da blickte Jesus seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch, für Menschen in Gottes Reich hineinzukommen, wenn sie viel besitzen. Die Jünger waren bestürzt, aber Jesus wiederholte, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Da gerieten die Jünger völlig außer sich und fragten einander, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus blickte sie an und sagte, Für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Da sagte Petrus, Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Ich versichere euch, erwiderte Jesus, jeder, der wegen mir oder der Heilsbotschaft Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfohlen. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt die Großen sind, werden dann die Geringsten sein und die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Als sie auf dem Weg nach Jerusalem hinauf waren, ging Jesus voran. Die Jünger waren sehr beunruhigt und die, die mitgingen, hatten Angst. Da nahm er die Zwölf noch einmal beiseite und machte ihnen klar, was mit ihm geschehen werde. Passt auf, wenn wir jetzt nach Jerusalem kommen, wird der Menschensohn an die Hohenpriester und die Gesetzeslehrer ausgeliefert. Die werden ihn zum Tod verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Diese werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Doch nach drei Tagen wird er von den Toten auferstehen. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, an Jesus heran und sagten, Rabbi, wir wollen, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie sagten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit rechts und links neben dir sitzen lässt. Doch Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den bitteren Becher austrinken, den ich trinken werde und die Taufe ertragen, mit der ich getauft werden muss? Ja, das können wir, erklärten sie. Jesus erwiderte, aus dem Leidensbecher, den ich austrinken muss, werdet ihr auch trinken und die Taufe, die mir bevorsteht, werdet ihr auch empfangen. Aber ich kann trotzdem nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links von mir sitzen wird. Das hat mein Vater entschieden. Die zehn anderen hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, Ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. So erreichten sie Jerichung. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge die Stadt wieder verließ, saß da ein blinder Bettler am Weg, Bartimeus, der Sohn von Timeus. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der da vorbeizog und fing an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Viele ärgerten sich darüber und fuhren ihn an, still zu sein. Doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, Ruft ihn her. Da liefen einige zu dem Blinden und sagten, Nur Mut, komm, er ruft dich. Der warf seinen Umhang ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was möchtest du von mir? fragte Jesus ihn. Rabbuni, sagte der Blinde. Ich möchte sehen können. Jesus sagte ihm, Geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Im gleichen Augenblick konnte der Mann sehen und folgte Jesus auf dem Weg. Kapitel 11 Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bettfarge und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Geht in das Dorf, sagte er, dass ihr dort vor euch seht. Gleich wenn ihr hineingeht, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie jemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, sagt einfach, Der Herr braucht das Tier und wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden das Fohlen in der Gasse. Es war an ein Tor angebunden. Als sie es losmachten, fragten einige, die dort herumstanden, Was macht ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie sagten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte und man ließ sie gehen. Dann brachten sie das Jungtier zu Jesus und warfen ihre Umhänge darüber. Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus. Andere schnitten Laubbüschel von den Feldern ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen und auch die, die Jesus folgten, riefen, Hosianna, gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosianna, Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Dann ging er in den Tempel und sah sich alles genau an. Weil es aber schon spät geworden war, ging er mit den zwölf Jüngern nach Bethanien zurück. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter trug. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte dran wären. Er fand aber nur Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Früchte essen. Seine Jünger konnten es hören. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften, hinaus zu jagen. Die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Er duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug und erklärte, in der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Ort des Gebets für alle Völker sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die Hohenpriester und Gesetzeslehrer davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen, denn sie fürchteten ihn, weil er das ganze Volk mit seiner Lehre tief beeindruckte. Abends verließ Jesus mit seinen Jüngern immer die Stadt. Als sie am nächsten Morgen wieder an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und rief, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus sagte zu ihnen, ihr müsst Vertrauen zu Gott haben. Ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich hoch und stürz dich ins Meer und dabei keinen Zweifel in seinem Herzen hat, sondern fest darauf vertraut, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch, worum ihr im Gebet auch bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dann werdet ihr es auch erhalten. Doch wenn ihr da steht und betet, müsst ihr zuerst jedem vergeben, gegen den ihr etwas habt, damit euer Vater im Himmel auch euch eure Verfehlungen vergibt. Dann gingen sie wieder nach Jerusalem hinein. Als Jesus im Tempel umherging, traten die hohen Priester, die Gesetzeslehrer und Ältesten zu ihm und fragten, Mit welchem Recht tust du das alles? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben? Ich will euch nur eine Frage stellen, erwiderte Jesus. Wenn ihr sie mir beantwortet, werde ich euch sagen, wer mir die Vollmacht gegeben hat. Taufte Johannes im Auftrag Gottes oder im Auftrag von Menschen? Antwortet mir! Sie überlegten miteinander. Wenn wir sagen, im Auftrag Gottes, wird er fragen, warum habt ihr ihm da nicht geglaubt? Sollen wir also sagen, von Menschen? Doch das wagten sie nicht, weil sie Angst vor dem Volk hatten, denn das hielt Johannes wirklich für einen Propheten. So sagten sie zu Jesus, wir wissen es nicht. Gut, erwiderte Jesus, dann sage ich euch auch nicht, von wem ich die Vollmacht habe, das alles zu tun. Kapitel 12 Dann fing Jesus an, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Er begann, ein Mann legte einen Weinberg an, zog eine Mauer darum, hob eine Grube aus, um den Wein darin zu keltern und baute einen Wachtturm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste ab. Als die Zeit gekommen war, schickte er einen seiner Arbeiter zu den Pächtern, um seinen Anteil an der Ernte zu erhalten. Doch die packten den Mann, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Da schickte der Eigentümer einen zweiten Arbeiter. Dem schlugen sie den Kopf blutig und beschimpften ihn. Danach schickte er einen dritten. Den töteten sie. Ähnlich ging es vielen anderen. Die einen wurden verprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm nur noch einer, sein über alles geliebter Sohn. Den schickte er als letzten zu ihnen, weil er dachte, meinen Sohn werden sie sicher nicht antasten. Aber die Winzer sagten zueinander, Das ist der Erbe. Kommt, wir bringen ihn um und behalten das Land für uns. So fielen sie über ihn her, töteten ihn und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Was wird nun der Eigentümer des Weinbergs tun? fragte Jesus. Ich sage euch, er wird kommen, sie alle töten und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nie die Stelle in der Schrift gelesen? Der Stein, den die Fachleute als unbrauchbar verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan. Es ist ein Wunder für uns. Daraufhin hätten sie Jesus am liebsten festgenommen, denn es war ihnen klar, dass er sie mit diesem Gleichnis gemeint hatte. Aber sie fürchteten das Volk, deshalb ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg. Später schickten sie einige Pharisäer und dazu einige Anhänger des Herodes zu Jesus. Sie hofften, ihn mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken zu können und legten ihm folgende Frage vor. Rabbi, sagten sie, wir wissen, dass du aufrichtig bist und nicht nach der Meinung der Leute fragst. Du zeigst uns wirklich, wie man nach Gottes Willen leben soll. Ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie ihm geben oder nicht? Jesus durchschaute ihre Heuchelei sofort und sagte, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Zeigt mir einen Denar, ich will ihn sehen. Als sie es taten, fragte er, wessen Bild und Name ist darauf? Des Kaisers, erwiderten sie. Nun, sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie sehr erstaunt. Dann kamen einige Sadduzeer zu Jesus. Diese religiöse Gruppierung behauptete, es gäbe keine Auferstehung nach dem Tod. Sie fragten, Rabbi, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun waren da sieben Brüder. Der Älteste von ihnen heiratete und starb kinderlos. Daraufhin nahm der zweite Bruder die Witwe zur Frau. Doch auch er starb bald und hinterließ keine Kinder. Beim dritten war es ebenso. Keiner der sieben hinterließ nachkommen. Zuletzt starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun nach der Auferstehung sein? Denn alle waren ja mit ihr verheiratet. Jesus erwiderte, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Denn wenn die Toten auferstehen, heiraten sie nicht mehr, sondern werden wie die Engel im Himmel sein. Was aber nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nicht bei Mose gelesen, wie Gott am Dornbusch zu ihm sagte, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Das heißt doch, er ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr seid schwer im Irrtum. Einer der Gesetzeslehrer hatte ihrem Streitgespräch zugehört und bemerkt, wie treffend Jesus den Sadduzean antwortete. Nun trat er näher und fragte ihn, was ist das wichtigste Gebot von allen? Das Wichtigste, erwiderte Jesus, ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Und du, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da sagte der Gesetzeslehrer, Rabbi, das hast du sehr gut gesagt. Es ist wirklich so, wie du sagst. Es gibt nur einen einzigen Gott und außer ihm keinen. Und ihn zu lieben, von ganzem Herzen, mit all seinen Gedanken und mit ganzer Kraft und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das ist viel mehr wert als alle unsere Opfer. Als Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Danach wagte niemand mehr, ihm eine Frage zu stellen. Als Jesus später im Tempel lehrte, stellte er eine Frage an alle. Wie können die Gesetzeslehrer behaupten, der Messias sei der Sohn Davids? David selbst hat doch, geleitet vom Heiligen Geist, gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zu einer Fußbank für dich gemacht habe. Wenn David ihn also Herr nennt, wie kann er dann gleichzeitig sein Sohn sein? Die große Menschenmenge hörte ihm begierig zu. Er belehrte sie weiter und sagte, hütet euch vor den Gesetzeslehrern. Sie zeigen sich gern in ihren langen Gewändern und erwarten, dass man sie auf den Märkten ehrerbietig grüßt. In der Synagoge sitzen sie in der vordersten Reihe und bei den Gastmälern beanspruchen sie die Ehrenplätze. Gleichzeitig aber verschlingen sie den Besitz schutzloser Witwen und sprechen scheinheilig lange Gebete. Ein sehr hartes Urteil wird sie erwarten. Dann setzte sich Jesus in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche legten viel ein. Dann kam eine arme Witwe und steckte zwei kleine Kupfermünzen, zwei Läpter hinein. Das entspricht dem Wert von einem Quadranz in römischem Geld. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte ihnen, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gesteckt, als alle anderen. Denn die anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben. Aber diese arme Frau, die nur das Nötigste zum Leben hat, hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Kapitel 13 Als Jesus den Tempel verließ, sagte einer von seinen Jüngern, Rabbi, sieh doch, was für gewaltige Steine und was für herrliche Bauten. Jesus sagte zu ihm, du bewunderst diese großen Gebäude? Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Als er später auf dem Ölberg saß und zum Tempel hinüberblickte, kamen Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas zu ihm und fragten, wann wird das alles geschehen? Gibt es ein Zeichen, an dem wir erkennen können, wann es sich erfüllen wird? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, ich bin es. Damit werden sie viele verführen. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht. Das muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Doch das ist erst der Anfang, der Beginn von Geburtswehen. Und was euch angeht, so macht euch darauf gefasst, vor Gericht gestellt und in Synagogen ausgepeitscht zu werden. Weil ihr zu mir gehört, werdet ihr euch vor Machthabern und Königen verantworten müssen. Doch auch sie müssen ein Zeugnis von mir hören. Aber zuerst muss die Freudenbotschaft unter allen Völkern bekannt gemacht werden. Und wenn sie euch verhaften und vor Gericht stellen, dann macht euch vorher keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Sagt einfach das, was euch dann eingegeben wird. Denn nicht ihr seid dann die Redenden, sondern der Heilige Geist. Und weil ihr euch zu mir bekennt, werdet ihr von allen gehasst werden. Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wenn ihr aber das Scheusal der Verwüstung stehen seht, wo es nicht stehen sollte, wer das liest, der merke auf. Dann sollen die Einwohner Judäas in die Berge fliehen. Wer auf seiner Dachterrasse sitzt, soll keine Zeit damit verlieren, noch etwas aus dem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht mehr zurücklaufen, um seinen Umhang zu holen. Am schlimmsten wird es dann für schwangere Frauen und stillende Mütter sein. Betet darum, dass das alles nicht im Winter geschieht. Denn jene Tage werden so schrecklich sein, dass sie alles übertreffen, was je geschah, seit Gott die Welt geschaffen hat. Auch danach wird es eine solche Bedrängnis nie mehr geben. Wenn der Herr diese Zeit nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch gerettet werden. Seinen Auserwählten zuliebe aber hat er die Zeit verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagt, schaut her, da ist der Messias, oder seht, er ist dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Messiasse und falsche Propheten auftreten. Sie werden sich durch Zeichen und Wundertaten ausweisen und würden sogar die Auserwählten verführen, wenn sie es könnten. Gerade ihr müsst euch also vorsehen. Ich habe euch alles vorausgesagt. Doch dann, nach dieser schrecklichen Zeit, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel stürzen und die Kräfte des Himmels aus dem Gleichgewicht geraten. Dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit von den Wolken her kommen sehen. Und dann wird er die Engel in alle Himmelsrichtungen aussenden, um seine Auserwählten von überall her zusammenzubringen. Vom Feigenbaum könnt ihr Folgendes lernen. Wenn seine Knospen weich werden und die Blätter zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass es bald Sommer wird. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann steht sein Kommen unmittelbar bevor. Ich versichere euch, dieses Geschlecht wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte gelten alle Zeit. Sie vergehen nie. Doch Tag und Stunde von diesen Ereignissen weiß niemand. Nicht einmal die Engel im Himmel oder der Sohn selbst. Nur der Vater weiß es. Seht euch also vor und seid wachsam. Ihr wisst ja nicht, wann das alles geschieht. Es ist wie bei einem Mann, der verreist. Er verlässt das Haus und die Verantwortung dafür seinen Bediensteten. Jedem teilt er seine Aufgabe zu. Dem Türhüter schärft er ein, besonders wachsam zu sein. Darum seid auch ihr wachsam. Ihr wisst ja nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend, mitten in der Nacht, beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Sorgt dafür, dass er euch nicht im Schlaf überrascht. Was ich euch hier sage, das sage ich allen. Seid wachsam. Kapitel 14 Kapitel 14 Es waren nur noch zwei Tage bis zum Passerfest und der darauf folgenden Festwoche der ungesäuerten Brote. Die hohen Priester und die Gesetzeslehrer suchten immer noch nach einer Gelegenheit, Jesus heimlich festnehmen und dann töten zu können. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie, sonst gibt es einen Aufruhr. Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein, die ein Alabastergefäß mit reinem, kostbarem Nadenöl in der Hand hatte. Sie brach den Hals des Fläschchens ab und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren empört. Was soll diese Verschwendung? sagten sie zueinander. Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und so oft ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Und ich versichere euch, überall in der Welt, wo man die Freudenbotschaft bekannt machen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Danach ging einer der Zwölf, es war Judas, der Sikaria, zu den hohen Priestern und bot ihnen an, Jesus an sie auszuliefern. Sie waren hoch erfreut, als sie das hörten und versprachen ihm Geld dafür. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus zu verraten. Am ersten Tag der Festwoche der ungesäuerten Brote, an dem die Passerlämmer geschlachtet wurden, fragten die Jünger Jesus, wo sollen wir das Passermahl für dich vorbereiten? Jesus schickte zwei von ihnen los und sagte, geht in die Stadt, dort werdet ihr einen Mann sehen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Sagt dort zu dem Hausherrn, unser Rabbi lässt fragen, wo der Raum ist, in dem er mit seinen Jüngern das Passermahl feiern kann. Er wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der für das Festmahl ausgestattet und hergerichtet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg in die Stadt und fanden alles genau so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. und bereiteten das Passer vor. Am Abend kam Jesus mit den zwölf. Während der Mahlzeit sagte er, ich versichere euch, einer von euch wird mich verraten, einer, der hier mit mir ist. Sie waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn, das bin doch nicht ich, oder? Es ist einer von euch zwölf, sagte Jesus, einer, der das Brot mit mir in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch für seinen Verräter wird es furchtbar sein. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren. Noch während sie aßen, nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihnen auch den, und alle tranken daraus. Er sagte, das ist mein Blut, das Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt. Und ich versichere euch, dass ich bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, keinen Wein mehr trinken werde. Dann allerdings werde ich es neu tun. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Ihr werdet mich alle verlassen, sagte Jesus zu ihnen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Da sagte Petrus zu ihm, und wenn alle dich im Stich lassen, ich niemals. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, du wirst noch heute Nacht, noch bevor der Hahn zweimal gekräht hat, mich dreimal verleugnen. Nein, erklärte Petrus mit aller Entschiedenheit. Und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Das gleiche beteuerten auch alle anderen. Sie kamen in einen Olivenhain namens Gethsemane. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, Setzt euch hierhin, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt und sagte zu ihnen, Die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und haltet euch wach. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich auf die Erde und bat Gott, ihm diese Leidensstunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Aber, Vater, sagte er, dir ist alles möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Als er zurückging, fand er die Jünger schlafend. Simon, sagte er zu Petrus, du schläfst? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Danach ging er wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, fand er sie wieder eingeschlafen. Sie konnten ihre Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er zu ihnen, schlaft ihr denn immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus? Genug damit. Es ist soweit. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn den Sündern in die Hände gegeben. Steht auf, lasst uns gehen. Der Verräter ist schon da. Kaum hatte er das gesagt, kam Judas, einer von den zwölf Jüngern, mit einer großen Schar von Bewaffneten. Sie trugen Schwerter und Knüppel und waren von den hohen Priestern, den Gesetzeslehrern und Ältesten geschickt. Der Verräter hatte ein Zeichen mit ihnen verabredet. Der, den ich zur Begrüßung küssen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen und gut bewacht abführen. So ging Judas gleich auf Jesus zu. Rabbi, rief er und küßte ihn. Da packten sie ihn und nahmen ihn fest. Doch einer von den Männern, die bei Jesus waren, zog ein Schwert. Er schlug auf den Sklaven des hohen Priesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Jesus sagte zu den Männern, Bin ich denn ein Verbrecher, das ihr mit Schwertern und Knüppeln auszieht, um mich zu verhaften? Ich war doch täglich bei euch im Tempel und lehrte dort. Da habt ihr mich nicht festgenommen. Aber es musste sich natürlich erfüllen, was die Schrift über mich vorausgesagt hat. Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und flohen. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er hatte nur einen Leinenkittel über dem bloßen Leib geworfen und als man ihn packte, ließ er den Kittel fahren und rannte nackt davon. Jesus wurde zum Palast des hohen Priesters gebracht, wo sich alle hohen Priester, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer versammelten. Petrus folgte ihnen in weitem Abstand bis in den Innenhof des Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Währenddessen suchten die hohen Priester und der ganze hohe Rat nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es erlauben würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie fanden nichts. Es sagten zwar viele falsche Zeugen gegen Jesus aus, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Schließlich standen einige falsche Zeugen auf und sagten, Doch auch ihre Aussagen stimmten nicht überein. Da erhob sich der hohe Priester, trat in die Mitte und fragte Jesus, Hast du nichts zu diesen Anklagen zu sagen? Wie stellst du dich dazu? Aber Jesus schwieg und sagte kein Wort. Darauf fragte ihn der hohe Priester noch einmal, Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwiderte Jesus. Und ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und mit den Wolken des Himmels kommt. Da riss der hohe Priester sein Gewand am Halssaum ein und rief, Was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verbanden ihm die Augen, schlugen ihn mit Fäusten und sagten, Na, wer war es, du Prophet? Auch die Wachen schlugen ihm ins Gesicht. Während sich Petrus noch unten im Hof aufhielt, kam eine von den Dienerinnen des Hohen Priesters vorbei. Als sie Petrus wahrnahm, der sich am Feuer wärmte, sah sie ihn genauer an und meinte, Du warst doch auch mit dem Jesus aus Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Ich verstehe überhaupt nicht, was du willst. Und ging in den Vorhof hinaus. Da krähte ein Hahn. Als die Dienerin ihn sah, fing sie wieder an und sagte zu denen, die herumstanden, Das ist einer von ihnen. Doch Petrus stritt es wieder ab. Kurz darauf fingen auch die Umstehenden an. Sicher gehörst du zu ihnen, du bist doch auch ein Galiläer. Da begann Petrus zu fluchen und schwor, Ich kenne den Mann überhaupt nicht, von dem ihr redet. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da stürzte er hinaus und fing an zu weinen. Kapitel 15 Früh am nächsten Morgen traten die Hohenpriester mit den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern, also der ganze Hohe Rat, zusammen und fassten den offiziellen Beschluss gegen Jesus. Dann ließen sie ihn fesseln, führten ihn ab und übergaben ihn Pilatus. Pilatus fragte ihn, Bist du der König der Juden? Es ist so, wie du sagst, erwiderte Jesus. Daraufhin brachten die Hohenpriester schwere Beschuldigungen gegen ihn vor. Doch Pilatus fragte ihn noch einmal, Hast du nichts dazu zu sagen? Hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Aber zu seinem Erstaunen sagte Jesus kein Wort mehr. Nun war es üblich, dass der Stadthalter jedes Jahr zum Passerfest einen Gefangenen freiließ, den das Volk selbst bestimmen durfte. Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, der bei einem Aufstand zusammen mit anderen einen Mord begangen hatte. Eine große Menschenmenge bedrängte nun Pilatus und bat ihn, wie üblich, einen Gefangenen zu begnadigen. Soll ich euch den König der Juden losgeben? fragte Pilatus die Menge. Er wusste, dass die Hohenpriester Jesus nur aus Neid ihm ausgeliefert hatten. Doch die Hohenpriester hetzten die Menge auf, lieber die Freilassung von Barabbas zu fordern. Wenn ich den freilasse, sagte Pilatus, was soll ich dann mit dem tun, den ihr König der Juden nennt? »Kreuzigen!« schrien sie. »Aber warum?« fragte Pilatus. »Was hat er denn verbrochen?« Doch sie schrien nur noch lauter. »Kreuzige ihn!« Pilatus wollte die Menge zufriedenstellen und gab ihnen Barabbas frei. Jesus aber ließ er mit der schweren Lederpeitsche geißeln und übergab ihn dann den Soldaten zur Kreuzigung. Die führten ihn in den Palast, das sogenannte Praetorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm einen purpurroten Umhang um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann salutierten sie und riefen, »Sei gegrüßt, König der Juden!« Mit einem Stock schlugen sie Jesus auf den Kopf und spuckten ihn an. Dann knieten sie sich wieder vor ihm hin und huldigten ihm wie einem König. Als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, nahmen sie ihm den Umhang wieder ab, zogen ihm seine eigenen Gewänder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam. Es war Simon aus Zyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz für Jesus zu tragen. So brachten sie ihn bis zu der Stelle, die Golgotha heißt, das bedeutet Schädelstätte. Dann wollten sie ihm Wein zu trinken geben, der mit Mürre vermischt war, doch er nahm ihn nicht. So nagelten sie ihn ans Kreuz und verteilten dann seine Kleidung unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war mitten am Vormittag, als sie ihn kreuzigten. Als Grund für seine Hinrichtung hatten sie auf ein Schild geschrieben, der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, Ha! Du wolltest den Tempel abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab! Auch die Hohenpriester und Gesetzeslehrer machten sich über ihn lustig. Anderer hat er gerettet, riefen sie. Sich selbst kann er nicht retten. Der Messias, der König von Israel, möge doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Als es dann Mittag wurde, legte sich eine schwere Finsternis über das ganze Land. Den halben Nachmittag blieb es so. Zuletzt schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, Lema, Sabachthani. Das heißt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Herumstehenden hörten das und sagten, Seht, er ruft Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in sauren Wein, steckte ihn auf einen Stock und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen doch sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke. Als der Hauptmann, der vor dem Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Einige Frauen hatten von Weitem zugesehen. Unter ihnen waren Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Kleinen, und von Joses, sowie Salome. Sie hatten Jesus schon in Galiläa begleitet und für ihn gesorgt. Zusammen mit vielen anderen waren sie ihm bis nach Jerusalem gefolgt. Es wurde nun schon Abend und es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat. Da wagte es Josef aus Arimathea zu Pilatus zu gehen und ihn um den Leichnam von Jesus zu bitten. Er war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates und einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warteten. Pilatus war erstaunt zu hören, dass Jesus schon tot sein solle. Er ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, ob Jesus wirklich schon gestorben sei. Als der das bestätigte, überließ er Josef den Leib. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz ab und wickelte ihn darin ein. Dann legte er ihn in eine aus dem Felsen gehauene Grabhöhle und wälzte einen Stein vor den Eingang. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Joses, beobachteten, wohin der Leichnam von Jesus gelegt wurde. Kapitel 16 Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um zum Grab zu gehen und den Leichnam von Jesus zu salben. Sehr früh am Sonntagmorgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Die Sonne war gerade aufgegangen, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie sich noch gefragt, Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt hinblickten, sahen sie, dass der riesige Stein zur Seite gewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und erschraken sehr, als sie auf der rechten Seite einen jungen Mann in weißem Gewand sitzen sahen. Der sprach sie gleich an und sagte, Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, das ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen und dem Petrus, Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen stürzten die Frauen aus der Gruft und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie mit niemand darüber redeten. Nach seiner Auferstehung am frühen Sonntagmorgen erschien Jesus zuerst der Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach zeigte sich Jesus in anderer Gestalt zwei von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten gleich zurück und berichteten es den anderen. Doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den elf Jüngern selbst, als sie beim Essen waren. Er rügte ihren Unglauben und Stasen, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn als Auferstandenen gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, Geht hinaus in die ganze Welt und macht die Freudenbotschaft Gottes allen Menschen bekannt. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig bleibt, wird von Gott verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Nachdem der Herr mit ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte ihr Wort durch wunderbare Zeichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Lukas-Evangelium Kapitel 1 Schon viele haben sich daran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann den Auftrag erhielten, die Botschaft weiterzusagen. Nun habe auch ich mich dazu entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen, in denen du unterwiesen worden bist. Es begann in der Zeit, als Herodes, König von Judäa war. Damals lebte dort ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterabteilung des Abija gehörte. Seine Frau hieß Elisabeth und stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons. Beide führten ein Leben in Verantwortung vor Gott und richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Sie waren kinderlos geblieben, weil Elisabeth keine Kinder bekommen konnte und nun waren beide schon alt geworden. Als seine Abteilung wieder einmal an der Reihe war, den Priesterdienst vor Gott zu verrichten, wurde Zacharias nach priesterlichem Brauch durch ein Los dazu bestimmt, das Räucheropfer im Heiligtum des Herrn darzubringen. Während er opferte, stand eine große Menschenmenge draußen und betete. Doch ihm erschien auf einmal ein Engel des Herrn. Er stand rechts neben dem Altar. Zacharias erschrak, als er ihn wahrnahm und bekam es mit der Angst zu tun. Doch der Engel sagte zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Und den sollst du Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn vor Gott wird er ein Großer sein. Er wird keinen Wein und auch keine anderen berauschenden Getränke anrühren und von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott zurückführen. Im Geist und in der Kraft des Propheten Elia wird er dem Herrn als Bote vorausgehen. Er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten zurückführen, um so das Volk für das Kommen des Herrn bereit zu machen. Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschieht? fragte Zacharias. Schließlich bin ich ein alter Mann und auch meine Frau ist nicht mehr jung. Ich bin Gabriel, erwiderte der Engel. Ich stehe unmittelbar vor Gott und bin extra zu dir geschickt worden, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber du wirst stumm sein, weil du mir nicht geglaubt hast. Du wirst so lange nicht mehr sprechen können, bis alles geschehen ist, was ich dir angekündigt habe. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Er machte sich durch Handzeichen verständlich, blieb aber stumm. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Als seine Dienstwoche vorüber war, ging er wieder nach Hause. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger und zog sich fünf Monate völlig zurück. Sie sagte, Der Herr hat mir geholfen. Er hat meinen Kummer gesehen und die Schande meiner Kinderlosigkeit von mir genommen. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth zu einer jungen Frau, die Maria hieß. Sie war noch unberührt und mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren Davids. Der Engel kam zu ihr herein und sagte, Sei gegrüßt, du mit hoher Gunst beschenkte. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn, die Königsherrschaft seines Stammvaters David, weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie wird das geschehen? fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könne keine Kinder bekommen. Und jetzt ist sie schon im sechsten Monat. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Judäa. So schnell wie möglich wollte sie in die Stadt kommen, in der Zacharias wohnte. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte das Kind in Elisabeths Leib. In diesem Augenblick wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, dich hat Gott mehr gesegnet als alle Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Als ich deinen Gruß vernahm, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Wie glücklich bist du, dass du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Da sagte Maria, meine Seele staunt über die Größe des Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Seiner geringsten Sklaven hat er Beachtung geschenkt. Noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Heilig ist der Mächtige, der Großes an mir getan hat. Sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt, in jeder Generation. Hoch hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Hochmütigen weg. Mächtige stürzt er vom Thron und Geringe setzt er darauf. Hungrige macht er mit guten Dingen satt und Reiche schickt er mit leeren Händen fort. Und Israel, sein Kind, nimmt er selbst an die Hand und schenkt ihm seine Barmherzigkeit. Denn so hatte er es für immer versprochen, dem Abraham und seiner ganzen Nachkommenschaft. Maria blieb ungefähr drei Monate bei Elisabeth und kehrte dann wieder nach Hause zurück. Für Elisabeth kam nun die Zeit der Entbindung und sie brachte einen Sohn zur Welt. Als ihre Nachbarn und Verwandten davon hörten, dass der Herr sich so großartig über sie erbarmt hatte, freuten sie sich mit ihr. Und als das Kind acht Tage alt war, kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Dabei wollten sie ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Nein, widersprach da seine Mutter, er soll Johannes heißen. Aber es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt, wandten sie ein. Durch Zeichen fragten sie den Vater, wie das Kind heißen sollte. Der ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb zum Erstaunen aller darauf, Sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte er widersprechen und fing an, Gott zu loben. Alle, die in jener Gegend wohnten, wurden von einem ehrfürchtigen Staunen ergriffen. Und im ganzen Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Alle, die es hörten, wurden nachdenklich und fragten sich, was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Denn es war offensichtlich, dass der Herr etwas Großes mit ihm vorhatte. Sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann als Prophet zu sprechen. Gepriesen sei der Herr, Israels Gott. Er hat sein Volk wieder beachtet und ihm die Erlösung gebracht. Aus Davids Geschlecht ging ein starker Retter hervor, ein Horn des Heils aus dem Haus seines Dieners. So hatte er es uns vor sehr langer Zeit durch heilige Propheten gesagt. Er ist die Rettung vor unseren Feinden, vor unserer Hasser Gewalt. So zeigte sich sein Erbarmen an uns. Dass er schon unseren Vätern erwies, so bestätigte er seinen heiligen Bund und den Eid, den er unserem Stammvater Abraham schwor. Befreit aus der Hand unserer Feinde dürfen wir ihm nun ohne Furcht dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, solange wir am Leben sind. Und du, mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten sein, ein Wegbereiter des Herrn. Du wirst sein Volk zur Einsicht bringen, dass die Vergebung der Schuld ihre Rettung ist. Weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns. Es wird denen leuchten, die im Finstern sitzen und in Furcht vor dem Tod. Und uns wird es leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Johannes wuchs heran und sein Geist wurde stark. Dann zog er sich in die Wüste zurück und lebte dort bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Damals befahl der Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches zu zählen und in Steuerlisten einzutragen. Es war das erste Mal, dass solch eine Volkszählung durchgeführt wurde. Sie geschah, als Quirinius Stadthalter der Provinz Syrien war. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zur Nachkommenschaft Davids und musste deshalb aus der Stadt Nazareth in Galiläa nach der Stadt Bethlehem in Judäa reisen, um sich dort mit Maria seiner Verlobten eintragen zu lassen. Maria war schwanger und als sie in Bethlehem waren, kam für sie die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Es war ein Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn dann in eine Futterkrippe, weil sie keinen Platz in der Unterkunft fanden. In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen, Ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Plötzlich waren sie von ganzen Herrscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten gingen dann wieder zu ihren Herden zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genau so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Als das Kind acht Tage später beschnitten wurde, gab man ihm den Namen Jesus, den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria schwanger war. Und als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, trugen Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. So war es im Gesetz vorgeschrieben, jede männliche Erstgeburt soll Gott gehören. Dabei brachten sie auch das Opfer dar, wie es im Gesetz des Herrn steht, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete auf die Ankunft des Messias, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Als die Eltern von Jesus das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon, vom Geist Gottes geführt, gerade in den Tempel. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Herr, sagte er, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Josef und die Mutter von Jesus wunderten sich, als sie hörten, was Simeon über dieses Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, Er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das viele sich auflehnen werden. So sehr, dass der Kummer deine Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Doch so kommt an den Tag, welche Gedanken in ihren Herzen sind. Damals lebte auch eine alte Prophetin in Jerusalem. Sie hieß Hanna und war eine Tochter Penuels aus dem Stamm Asher. Nur sieben Jahre war sie verheiratet gewesen und war jetzt eine Witwe von 84 Jahren. Sie verließ den Tempel gar nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie kam jetzt dazu und lobte Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Als Maria und Josef alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn verlangte, kehrten sie nach Galiläa in ihrer Heimatstadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Es war mit Weisheit erfüllt und Gottes Gnade ruhte sichtbar auf ihm. Jedes Jahr zum Passerfest reisten seine Eltern nach Jerusalem. Als Jesus zwölf Jahre alt war, gingen sie wieder zum Fest, wie es der Sitte entsprach, und nahmen auch den Jungen mit. Nach den Festtagen machten sie sich auf den Heimweg. Doch Jesus blieb in Jerusalem, ohne dass die Eltern davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Reisegesellschaft. Nach der ersten Tagesetappe suchten sie ihn unter den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie am folgenden Tag nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach drei Tagen endlich entdeckten sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Alle, die zuhörten, staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Seine Eltern waren sehr überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Warum habt ihr mich denn gesucht? erwiderte Jesus. Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter aber bewahrte das alles in ihrem Herzen. Jesus nahm weiter an Weisheit zu und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Kapitel 3 Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Stadthalter von Judäa. Herodes Antipas regierte als Fürst in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis und Lysanias in Abilene. Hohepriester waren Hannas und Kajafas. In dieser Zeit erhielt Johannes, der Sohn des Zaharias, draußen in der Wüste einen Auftrag von Gott. Daraufhin durchzog er die ganze Jordan-Gegend und predigte den Menschen, sie sollten zu Gott umkehren und sich als Zeichen dafür taufen lassen, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen. So steht es schon im Buch des Propheten Jesaja. Hört, in der Wüste ruft eine Stimme, bereitet den Weg für den Herrn, ebnet seine Pfade. Die Täler sollen aufgefüllt, die Berge und Hügel eingeebnet werden. Krumme Wege sollen begradigt werden und Holprige eben gemacht. Dann werden alle Menschen das Heil sehen, das von Gott kommt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorngericht Gottes entgeht? Bringt die Früchte hervor, die beweisen, dass ihr eure Einstellung geändert habt. und fand nicht an zu denken, dass ihr doch Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute, Was sollen wir denn tun? Wer zwei Hemden hat, gab er zur Antwort, soll dem eins geben, der keins hat. Wer zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer wollten sich taufen lassen. Rabbi, fragten sie, und was sollen wir tun? Fordert nicht mehr, als euch zusteht, erwiderte Johannes. Und wir, fragten einige Soldaten, was sollen wir tun? Beraubt und erpresst niemand, war seine Antwort. Gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Das Volk war voller Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias, der versprochene Retter sei. Doch Johannes erklärte vor allem, ich taufe euch zwar mit Wasser, aber es wird einer kommen, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er mit einem Feuer verbrennen, das nie mehr ausgehen wird. Mit diesen und vielen anderen mahnenden Worten verkündigte er dem Volk die gute Botschaft. Johannes wies auch Herodes Antipas zurecht. Der Fürst hatte nämlich seinem Bruder die Frau weggenommen, Herodias, und auch sonst viel Unrecht getan. Deswegen ließ Herodes ihn ins Gefängnis werfen und fügte das zu allem Unrecht noch hinzu. Zusammen mit den vielen Menschen hatte auch Jesus sich taufen lassen. Als er danach betete, riss der Himmel auf und der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein lieber Sohn, an Dir habe ich meine Freude. Als Jesus öffentlich zu wirken begann, war er ungefähr 30 Jahre alt. Man hielt ihn für den Sohn Josefs, dessen Vater Eli hieß. Seine weiteren Vorfahren waren Matat, Levi, Melchi, Janai, Josef, Matitya, Amos, Nahum, Hesli, Nagai, Mahat, Matitya, Shimi, Josef, Joda, Johanan, Reza, Zerubabel, Shealtiel, Neri, Melchi, Adi, Kosam, Elmadam, Er, Joshua, Heliezer, Jorim, Matat, Levi, Simeon, Judah, Josef, Jonam, Eljakim, Melea, Mena, Matata, Nathan, David, Isai, Obed, Boas, Salmon, Nachschon, Aminadab, Admin, Arni, Hetzron, Peretz, Judah, Jakob, Isaak, Abraham, Terach, Nahor, Seruk, Regu, Pelek, Eber, Shelach, Kenan, Arpachshad, Sem, Noah, Lamech, Metushelach, Henoch, Jered, Mahalaleh, Kenan, Enosh, Set, Adam, Gott. Kapitel 4 Während der ganzen Zeit hatte er nichts gegessen, sodass er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, dass er zu Brot werde. Aber Jesus antwortete, nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Der Teufel führte ihn auch auf einen hohen Berg, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Königreiche der Welt und sagte, diese ganze Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn sie ist mir überlassen worden und ich gebe sie, wem ich will. Alles soll dir gehören, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Aber Jesus entgegnete, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Der Teufel brachte Jesus sogar nach Jerusalem, stellte ihn auf den höchsten Vorsprung im Tempel und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hier hinunter. Es steht ja geschrieben, er wird seine Engel aufbieten, um dich zu beschützen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Als der Teufel sah, dass er mit keiner Versuchung zum Ziel kam, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe. Jesus kehrte in der Kraft, die ihm der Geist Gottes verlieh, nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hoch geachtet. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge. Als er zum Vorlesen aufstand, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und fand die Stelle, wo es heißt, Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen ihre Freilassung zu verkünden, den Blinden zu sagen, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Er rollte das Buch zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn erwartungsvoll an. Heute ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen, fing er an. Seine Zuhörer waren beeindruckt und wunderten sich zugleich über die Worte, die ihm geschenkt wurden. Ist das nicht der Sohn von Josef? fragten sie. Da sagte er zu ihnen, sicher werdet ihr mir jetzt mit dem Sprichwort kommen, Arzt, hilf dir selbst, und denken, du musst auch hier bei dir in deiner Vaterstadt das tun, was wir von Kafarnaum gehört haben. Aber ihr wisst doch, dass ein Prophet in seinem Heimatort nichts gilt. Und es ist auch wahr, dass es zur Zeit des Propheten Elia viele Witwen in Israel gab, damals, als es drei Jahre und sechs Monate lang nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Trotzdem wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige gab es zur Zeit des Propheten Elisha in Israel. Aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer, Naaman. Als sie das hörten, gerieten alle in der Synagoge in Wut. Sie sprangen auf, zehrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn bis zum Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinabstürzen. Aber Jesus schritt mitten durch die Menge hindurch und zog weg. Er ging dann nach Kafanaum hinab, das ist eine Stadt in Galiläa, und sprach dort am Sabbat zu den Menschen. Seine Lehre wühlte sie auf, denn er redete mit Vollmacht. Es gab auch einen Mann in der Synagoge, der von einem bösen Geist, einem Dämon, besessen war. Der fing plötzlich laut zu schreien an. Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du hergekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß genau, wer du bist, der Heilige Gottes. Schweig, herrschte Jesus ihn an. Verlass ihn sofort. Da warf der Dämon den Mann mitten unter ihnen zu Boden, verließ ihn aber, ohne ihm weiter zu schaden. Die Leute erschraken sehr und sagten zueinander, was für ein Wort, welche Vollmacht und Kraft. Er befiehlt den bösen Geistern und sie fahren tatsächlich aus. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Nachdem er die Synagoge verlassen hatte, ging Jesus in das Haus Simons. Dessen Schwiegermutter war von einem heftigen Fieber befallen und man bat ihn, ihr zu helfen. Er trat an ihr Bett und bedrohte das Fieber. Es verschwand sofort. Gleich stand sie auf und bediente ihre Gäste. Als die Sonne unterging, brachten die Leute ihre Kranken zu Jesus. Menschen mit den verschiedensten Leiden. Jedem von ihnen legte er die Hände auf und heilte sie. Von vielen fuhren auch Dämonen aus und schrien, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus herrschte sie an und verbot ihnen weiterzureden, weil sie wussten, dass er der Messias war. Bei Tagesanbruch ging er aus dem Haus fort, an eine einsame Stelle. Doch die Leute suchten ihn, bis sie ihn gefunden hatten. Sie wollten ihn festhalten und verhindern, dass er von ihnen wegging. Aber er sagte zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu hat Gott mich gesandt. So predigte er in allen Synagogen des Landes. Kapitel 5 Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten das Wort Gottes hören. Da bemerkte er zwei Boote am Ufer. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. So konnte er sich setzen und die Menge vom Boot aus unterweisen. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Aber Rabbi, wandte Simon ein, wir haben die ganze Nacht geschuftet und nichts gefangen. Doch weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Als sie es dann getan hatten, umschlossen sie eine solche Menge Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie ihren Mitarbeitern im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast sanken. Als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedeos, die mit Simon zusammenarbeiteten. Doch Jesus sagte zu Simon, du musst dich nicht fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. In einer der Städte war ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Als der Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder, beugte das Gesicht zur Erde und bat ihn flehentlich, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Da berührte Jesus ihn mit seiner Hand und sagte, ich will es, sei rein. Sofort verschwand der Aussatz. Jesus verbot dem Geheilten mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, sagte er, zeig dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung, wie Mose es angeordnet hat. Das soll ein Beweis für sie sein. Doch die Nachricht von Jesus verbreitete sich umso mehr. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Jesus aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Eines Tages, als Jesus wieder lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Dörfern Galiläas, aus Judäa und Jerusalem gekommen. Und die Kraft des Herrn drängte Jesus zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelebten auf einer Trage herbei. Sie wollten ihn ins Haus hineintragen und vor Jesus hinlegen. Weil sie aber wegen des Gedränges der Leute keinen Weg fanden, wie sie ihn hineinbringen sollten, stiegen sie aufs Dach, deckten einige Ziegel ab und ließen die Trage mit dem Kranken mitten unter sie hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, Deine Sünden sind dir vergeben. Die Gesetzeslehrer und Pharisäer fragten sich empört, Was bildet dir sich ein? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie, Was macht ihr euch dafür Gedanken? Was ist leichter? Zu sagen, Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh? Doch ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Dann wandte er sich zu dem Gelähmten und sagte, Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor aller Augen die Trage, auf der er gelegen hatte und ging nach Hause. Dabei pries er Gott unaufhörlich. Alle gerieten außer sich, lobten Gott und sagten voller Furcht, Unglaubliches haben wir heute gesehen. Später, als Jesus die Stadt verließ, sah er am Zoll am Zollhaus einen Steuereinnehmer sitzen. Er hieß Levi. Jesus sagte zu ihm, Komm, folge mir. Ohne zu zögern stand er auf und folgte Jesus. Er ließ alles zurück. Später gab er Jesus zu Ehren ein großes Festessen in seinem Haus und lud dazu noch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit zweifelhaftem Ruf ein. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, die zu ihrer Partei gehörten, sagten ärgerlich zu den Jüngern von Jesus, Wie könnt ihr nur mit Steuereintreibern und diesem Gesindel zusammen essen und trinken? Da griff Jesus ein und gab ihnen zur Antwort, Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechten zu sagen, dass ihre Einstellung ändern müssen, sondern sündern. Daraufhin sagten sie zu Jesus, Die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel. Die der Pharisäer tun das auch, aber deine Jünger essen und trinken. Jesus erwiderte, Könnt ihr die Hochzeitsgäste denn fasten lassen, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen entrissen wird, dann werden sie fasten. Er macht es ihnen auch noch mit einem Vergleich deutlich. Niemand schneidet ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid, um damit ein altes zu flicken. Dann hätte er das neue Kleid zerschnitten und das Stück würde ja auch nicht zu dem alten passen. Und niemand füllt jungen Wein, der noch gärt, in alte Weinschläuche. Der Wein würde die Schläuche zerreißen und auslaufen. So wären Wein und Schläuche verdorben. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Aber niemand, der alten Wein getrunken hat, will anschließend neuen. Der alte ist besser, wird er sagen. Kapitel 6 An einem Sabbat ging Jesus durch Kornfelder. Seine Jünger rupften unterwegs Ehren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen die Körner. Da sagten einige Pharisäer zu ihnen, was tut ihr da? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr denn nie gelesen, was David getan hat? Als er und seine Begleiter hungrig waren? Wie er ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, die nach dem Gesetz doch nur die Priester essen dürfen und dass er auch seinen Begleitern davon gab? Und Jesus fügte hinzu, der Menschensohn kann auch über den Sabbat bestimmen. An einem anderen Sabbat, als Jesus in die Synagoge ging und zu den Menschen sprach, saß dort ein Mann, dessen rechte Hand gelähmt war. Die Gesetzeslehrer und die Pharisäer passten genau auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, denn sie wollten einen Grund finden, ihn anzuklagen. Jesus wusste, was sie dachten und sagte deshalb zu dem Mann mit der gelähmten Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Der Mann stand auf und trat vor. Dann fragte Jesus die Anwesenden, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man ein Leben retten oder es zugrunde gehen lassen? Er sah sie der Reihe nach an und befahl dem Mann, streck die Hand aus. Der gehorchte und seine Hand war geheilt. Da wurden sie von sinnloser Wut gepackt und berieten miteinander, was sie gegen ihn unternehmen könnten. Damals zog Jesus sich auf einen Berg zurück, um zu beten. Er betete die ganze Nacht. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und wählte zwölf von ihnen aus. Er nannte sie Apostel. Es waren Simon, dem er den Namen Petrus gab und Andreas sein Bruder. Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomeus, Matthäus, Thomas und Jakobus ben Alpheus, Simon, der zu den Zeloten gehört hatte, Judas ben Jakobus und Judas, der ein Sikaria gewesen war und ihn später verraten hat. Mit ihnen stieg Jesus den Berg hinunter, bis zu einem ebenen Platz, wo sich eine große Schar seiner Jünger versammelt hatte. Sie hatten zusammen mit einer großen Menschenmenge aus ganz Judäa, aus Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon auf ihn gewartet und waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch Menschen, die von bösen Geistern geplagt waren, wurden geheilt. Alle versuchten, ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Jesus sah seine Jünger an und sagte, wie beneidenswert glücklich seid ihr, Amen. Denn euch gehört das Reich Gottes. Wie glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn Gott wird euch satt machen. Wie glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Wie glücklich seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, wenn sie euch ausstoßen und euren Namen in den Schmutz ziehen, weil ihr zum Menschensohn gehört. Freut euch, wenn das geschieht, springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Mit den Propheten haben ihre Vorfahren es nämlich genauso gemacht. Aber weh euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Anteil ja schon kassiert. Weh euch, Satten, denn ihr werdet hungern. Weh euch, ihr Lachenden, denn ihr werdet trauern und weinen. Und weh euch, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn genauso haben es ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Doch euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beleidigen. Schlägt dir jemand ins Gesicht, dann halt ihm auch die andere Wange hin. Wenn jemand deinen Umhang will, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir etwas weggenommen wird, dann versuche nicht, es wiederzubekommen. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Denn so handeln auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Denn das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leidt, von denen ihr es sicher zurückbekommt, welche Anerkennung verdient ihr dafür, auch die Sünder leihen Sündern, in der Hoffnung alles wiederzubekommen. Ihr aber sollt gerade eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es wieder bekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt als Kinder des Höchsten. Denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Sprecht frei, dann werdet auch ihr freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß schütten. Denn das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch für euch verwendet werden. Er machte es noch an einigen Vergleichen deutlich. Kann denn ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die nächste Grube fallen? Ein Jünger ist doch nicht besser als sein Lehrer. Erst wenn er alles von ihm gelernt hat, wird er so weit sein wie dieser. Was kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen halt still ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen siehst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht du Heuchler zieh zuerst den Balken aus deinem Auge dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ein schlechter Baum keine guten Einen Baum erkennt man an seinen Früchten Von Dornen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp kann man keine Weintrauben ernten Ein guter Mensch bringt Gutes hervor weil er in seinem Herzen gut ist Ein böser Mensch bringt Böses hervor weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist Dein Reden ist von dem bestimmt was in deinem Herzen ist Was nennt ihr mich immerzu Herr wenn ihr doch nicht tut was ich sage Ich will euch zeigen mit wem ich den vergleiche der zu mir kommt auf meine Worte hört und tut was ich sage Er gleicht einem Mann der ein Haus baut und dabei so tief ausschachtet dass er das Fundament auf Felsen Grund legen kann wenn dann das Hochwasser kommt und die Flut gegen das Haus drückt bleibt es stehen denn es ist gut gegründet doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet ist wie ein Mann der sein Haus ohne Fundament einfach auf die Erde setzt wenn dann die Flut gegen das Haus drückt stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört Kapitel 7 Nachdem Jesus das alles vor dem Volk gesagt hatte ging er nach Kafarnaum der dort stationierte Hauptmann hatte einen Diener der ihm viel bedeutete dieser war schwer krank und lag im sterben als der Hauptmann von Jesus hörte schickte er einige von den jüdischen Ältesten zu ihm sie sollten ihn bitten zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten die Männer kamen zu Jesus und baten ihn inständig er verdient es dass du ihm diese Bitte erfüllst sagten sie er liebt unser Volk und hat uns sogar die Synagoge gebaut Jesus ging mit ihnen als er nicht mehr weit vom Haus entfernt war schickte der Hauptmann einige seiner Freunde zu ihm und ließ ihm sagen Herr bemühe dich nicht ich bin es nicht wert dass du unter mein Dach kommst deshalb bin ich auch nicht persönlich zu dir gekommen sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund ich unterstehe ja auch dem Befehl von Vorgesetzten und habe meinerseits Soldaten unter mir sage ich zu einem von ihnen geh dann geht er und zu einem anderen komm dann kommt er und wenn ich zu meinem Diener sage tu das dann tut er es Jesus war sehr erstaunt das zu hören er drehte sich um und sagte zu der Menschenmenge die ihm folgte ich versichere euch solch einen glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden als die Freunde des Hauptmanns in dessen Haus zurück kamen war der Diener gesund Einige Zeit später ging er begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge nach Nahin Als er sich dem Stadttor näherte kam ihm ein Trauerzug entgegen Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen Viele Menschen aus der Stadt begleiteten die Mutter Als der Herr die Witwe sah wurde er von tiefem Mitgefühl ergriffen Weine nicht sagte er zu ihr Dann trat er an die Bahre und berührte sie Die Träger blieben stehen Junger Mann ich befehle dir steh auf sagte er zu dem Toten Da setzte sich der Tote auf und fing an zu reden und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück Alle wurden von Angst und Ehrfurcht gepackt Sie priesen Gott und sagten Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten Heute hat Gott sein Volk besucht Die Nachricht von dem was Jesus getan hatte verbreitete sich im ganzen jüdischen Land und darüber hinaus Durch seine Jünger erfuhr auch Johannes der Täufer von diesen Dingen Er rief zwei von ihnen zu sich schickte sie zum Herrn und ließ ihn fragen »Bist Bist du wirklich der der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten?« Die beiden Männer kamen zu Jesus und sagten »Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen »Bist du wirklich der der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten?« Während sie bei ihm waren heilte Jesus gerade viele Kranke und Leidende und von bösen Geistern Geplagte und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht Jesus gab ihnen zur Antwort »Geht zu Johannes und berichtet ihm was ihr gesehen und gehört habt Blinde sehen Lahme gehen Aussätzige werden rein Taube hören Tote werden auferweckt Armen wird gute Botschaft verkündigt und glücklich ist der zu nennen der nicht an mir irre wird als die Booten gegangen waren wandte sich Jesus an die Menge und fing an über Johannes zu sprechen was wolltet ihr eigentlich sehen als ihr in die Wüste hinausgezogen seid ein Schilfrohr vielleicht das vom Wind hin und her bewegt wird oder was wolltet ihr sonst dort draußen sehen einen fein angezogenen Mann nein Leute mit teuren Kleidern und Luxus findet man in den Königspalästen aber was wolltet ihr dann dort draußen sehen einen Propheten ja ich versichere euch ihr habt mehr als einen Propheten gesehen Johannes Johannes ist der von dem es in der Heiligen Schrift heißt ich sende meinen Boten vor dir her er wird dein Weg breiter sein ich sage euch unter allen Menschen die je geboren wurden gibt es keinen größeren als Johannes den Täufer und doch ist der kleinste im Reich Gottes größer als er Alle, die ihm zugehört hatten, selbst die Zöllner, unterwarfen sich dem Urteil Gottes und ließen sich von Johannes taufen. Doch die Pharisäer und Gesetzeslehrer lehnten Gottes Plan zu ihrer Rettung hochmütig ab und ließen sich nicht taufen. Mit wem soll ich die Menschen dieser Generation nur vergleichen? Welches Bild trifft auf sie zu? Sie sind wie Kinder, die auf dem Markt herumsitzen und sich gegenseitig zurufen. Wir haben euch auf der Flöte Hochzeitslieder gespielt, aber ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen, aber ihr habt nicht geweint. Als Johannes der Täufer kam, der fastete und keinen Wein trank, sagtet ihr, er ist von einem Dämon besessen. Als der Menschensohn kam, der ganz normal isst und trinkt, sagtet ihr, seht, was für ein Schlemmer und Säufer dieser Freund von Zöllnern und Sündern. Und doch bestätigt sich die Weisheit Gottes im Werk von beiden, für die, die sie annehmen. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus war in sein Haus gekommen und hatte sich zu Tisch gelegt. In dieser Stadt lebte auch eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfahren hatte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat an das Fußende des Liegepolsters, auf dem Jesus sich ausgestrickt hatte, kniete sich hin und fing so sehr zu weinen an, dass ihre Tränen seine Füße benetzten. Sie trocknete sie dann mit ihren Haaren ab, küsste sie immer wieder und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn der wirklich ein Prophet wäre, würde er doch merken, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Simon, ich habe dir etwas zu sagen, sprach Jesus da seinen Gastgeber an. Sprich, Rabbi, sagte dieser. Jesus begann. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Doch keiner von ihnen konnte ihm das Geld zurückzahlen. Da erließ er es beiden. Was meinst du, wer von beiden wird wohl dankbarer sein? Ich nehme an, der, dem die größere Schuld erlassen wurde, antwortete Simon. Richtig, sagte Jesus zu Simon und drehte sich zu der Frau um. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Aber sie hat gar nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast mir den Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Aber sie hat meine Füße mit teurem Balsam eingerieben. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Dann sagte er zu der Frau, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, für wen hält er sich eigentlich, dass er auch Sünden vergibt? Doch Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Kapitel 8 In der folgenden Zeit zog Jesus durch viele Städte und Dörfer und verkündigte überall die gute Botschaft vom Reich Gottes. Begleitet wurde er von den zwölf Jüngern und von einigen Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von Krankheiten geheilt hatte. Es waren Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Johanna, die Frau Chuzas, eines hohen Beamten von Herodes Antipas und Susanna und viele andere. All diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit ihrem Besitz. Einmal hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Aus allen Orten waren sie herbeigeströmt. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging auf seinen Acker, um zu säen. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgefressen. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, vertrockneten aber bald, weil sie nicht genug Feuchtigkeit bekamen. Wieder ein anderer Teil fiel mitten unter Disteln, die dann mit der Saat in die Höhe wuchsen und sie erstickten. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss, wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Die Jünger fragten Jesus später, was er mit diesem Gleichnis sagen wollte. Er sagte, Das Gleichnis bedeutet folgendes. Das Saatgut ist Gottes Wort. Das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Botschaft hören. Aber dann kommt der Teufel und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder aus dem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und deshalb auch nicht gerettet werden. Die Menschen, die dem felsigen Boden entsprechen, hören das Wort und nehmen es freudig auf. Aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben die Botschaft gehört, sie aber im Lauf der Zeit von den Sorgen, vom Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken lassen, sodass keine Frucht reifen kann. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem Herzen bereitwillig auf. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen durch ihre Ausdauer Frucht. Niemand zündet eine Lampe an und bedeckt sie dann mit einem Gefäß oder stellt sie unters Bett. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit die hereinkommenden Licht haben. Denn alles, was verborgen oder geheim ist, wird irgendwann ans Licht kommen und bekannt werden. Passt also auf und hört richtig zu. Denn wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. Einmal kamen seine Mutter und seine Brüder. Doch wegen der Menschenmenge konnten sie nicht zu ihm durchkommen. Da sagte man ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Doch Jesus erwiderte, meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und befolgen. Eines Tages stieg er mit seinen Jüngern in ein Boot und sagte, fahren wir ans andere Ufer hinüber. So fuhren sie ab und während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich kam ein Sturm auf, ein Fallwind von den Bergen. Die Wellen schlugen ins Boot und sie kamen in Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus, weckten ihn und riefen, Rabbi, Rabbi, wir sind verloren. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die tosenden Wellen. Da hörten sie auf zu toben und es wurde ganz still. Wo ist euer Glaube? fragte Jesus seine Jünger. Doch sie waren sehr erschrocken und sagten erstaunt zueinander, wer ist das nur, dass er sogar dem Wind und dem Wasser befehlen kann und die gehorchen ihm auch. Sie kamen in das Gebiet der Gerasena auf der anderen Seite des Sees, gegenüber von Galiläa. Als er aus dem Boot stieg, rannte ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war. Er trug schon lange keine Kleidung mehr und hauste abseits von den Häusern in Grabhöhlen. Als er Jesus erblickte, schrie er auf, warf sich vor ihm hin und rief laut, Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, du Sohn des Allerhöchsten, bitte quäle mich nicht. Jesus hatte dem bösen Geist nämlich befohlen, den Mann zu verlassen, den er schon so lange in seiner Gewalt hatte. Wiederholt war der Besessene wie ein Gefangener an Händen und Füßen gefesselt worden. Doch jedes Mal hatte er die Ketten zerbrochen und der Dämon hatte ihn in menschenleere Gegenden getrieben. Nun fragte ihn Jesus, Wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete der, denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Diese flehten Jesus an, sie nicht in den Abgrund zu schicken. Nun weidete dort in der Nähe eine große Herde Schweine an einem Berghang. Sie baten ihn, in die Schweine fahren zu dürfen. Er erlaubte es. Da verließen die bösen Geister den Mann und fuhren in die Schweine. Daraufhin raste die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als die Schweinehirten das sahen, liefen sie davon und erzählten in der Stadt und auf den Dörfern alles, was geschehen war. Die Leute wollten das mit eigenen Augen sehen und machten sich auf den Weg. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Mann, aus dem die bösen Geister ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig bei ihm sitzen. Sie bekamen es mit der Angst zu tun und die Augenzeugen berichteten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Daraufhin drängte die ganze Menge der Gerasener, Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. so sehr hatte die Angst sie gepackt. Jesus stieg ins Boot, um wieder zurückzufahren. Da bat ihn der Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, bei ihm bleiben zu dürfen. Doch er schickte ihn weg und sagte, Geh nach Hause und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Der Mann gehorchte und verbreitete in der ganzen Stadt, was Jesus an ihm getan hatte. Als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge, denn sie hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Synagogenvorsteher zu ihm, namens Jairus. Er warf sich vor ihm nieder und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil seine einzige Tochter, ein Mädchen von zwölf Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin drängte sich die Menge um Jesus. Darunter war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Ihr ganzes Vermögen hatte sie für die Ärzte aufgewendet, doch niemand hatte sie heilen können. Sie kam von hinten heran und berührte einen Zipfel seines Gewandes. Sofort hörte die Blutung auf. Wer hat mich berührt? fragte Jesus. Doch niemand wollte es gewesen sein. Petrus sagte, Rabbi, die Menge drängt und drückt dich von allen Seiten. Doch Jesus bestand darauf, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau sah, dass sie nicht verborgen bleiben konnte, fiel sie zitternd vor Jesus nieder. Vor allen Leuten erklärte sie, warum sie ihn berührt hatte und dass sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Während Jesus noch mit ihr sprach, kam jemand aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagte zu Jairus, deine Tochter ist gestorben, du brauchst den Rabbi nicht weiter zu bemühen. Jesus hörte es und sagte zu dem Vorsteher, hab keine Angst, vertrau mir, dann wird sie gerettet werden. Er ging in das Haus, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus, Johannes und Jakobus und den Eltern des Kindes. Das ganze Haus war voller Menschen, die laut weinten und das Mädchen beklagten. Hört auf zu weinen, sagte Jesus zu ihnen. Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten, dass es gestorben war. Doch Jesus fasste es bei der Hand und rief, Kind, steh auf! Da kehrte Leben in das Mädchen zurück und es stand gleich auf. Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen zu geben. Die Eltern konnten kaum fassen, was da geschehen war. Aber Jesus verbot ihnen, anderen davon zu erzählen. Kapitel 9 Jesus rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geiste auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er beauftragte sie, die Botschaft von Gottes Herrschaft zu verkündigen und die Kranken gesund zu machen. Nehmt nichts mit auf den Weg, sagte er ihnen. Keinen Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und auch nicht zwei Hemden. Wenn ihr in ein Haus aufgenommen werdet, dann bleibt dort, bis ihr den Ort wieder verlasst. Und wenn ihr in einen Ort kommt, wo die Leute euch nicht aufnehmen wollen, dann zieht gleich weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen ab, um ihnen deutlich zu machen, dass das Gericht auf sie wartet. Die Zwölf machten sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf. Sie verkündigten die gute Botschaft und heilten die Kranken. Herodes Antipas, der Fürst von Galiläa, hörte von diesen Dingen. Er wusste nicht, was er davon halten sollte. Denn die einen sagten, Johannes der Täufer ist von den Toten auferweckt worden. Andere meinten, Elia ist wieder erschienen. Wieder andere sagten, einer der früheren Propheten ist wieder auferstanden. Herodes sagte, Johannes habe ich enthaupten lassen. Aber wer ist das, von dem ich solche Dinge höre? Und er wollte ihn unbedingt sehen. Die Apostel kamen dann wieder zu Jesus zurück und berichteten ihm alles, was sie getan hatten. Da nahm er sie mit und zog sich mit ihnen allein in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück. Als die Leute das merkten, folgten sie ihm in Scharen. Jesus wies die Menschen nicht ab, sondern redete zu ihnen über das Reich Gottes. und alle, die Heilung brauchten, machte er gesund. Als es auf den Abend zuging, kamen die Zwölf zu ihm und sagten, schickt die Leute weg, damit sie sich in den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern etwas zu essen kaufen und übernachten können, denn wir sind hier an einem einsamen Fleck. Aber Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen doch zu essen. Wir haben nicht mehr als fünf Ladenbrote und zwei Fische, entgegneten sie. Sollen wir wirklich losgehen und für dieses ganze Volk Essen kaufen? Es waren etwa 5000 Männer dort. Jesus sagte zu seinen Jüngern, sorgt dafür, dass die Leute sich hinsetzen. Sie sollen Gruppen zu je 50 Personen bilden. Das taten die Jünger. Und als sich alle gesetzt hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische in die Hand. Er blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Fladenbrote in Stücke und gab alles den Jüngern, damit sie es an die Leute austeilten. Und alle aßen sich satt. Sie füllten sogar noch zwölf Körbe mit den Resten, die von den Brotstücken übrig geblieben waren. Einmal hatte sich Jesus zum Gebet zurückgezogen und nur seine Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Einige halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, andere für Elia und wieder andere denken, es sei einer der alten Propheten auferstanden. Und ihr, fragte er weiter, für wen haltet ihr mich? Du bist der von Gott gesandte Messias, erwiderte Petrus. Aber Jesus schärfte ihnen nachdrücklich ein, mit niemand darüber zu reden. Denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen, sagte er, und von den Ratsältesten, den Hohenpriestern und Gesetzeslehrern verworfen werden. Er wird getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Und zu allen sagte er, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss täglich sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen verliert, der wird es retten. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert oder unheilbaren Schaden nimmt? Denn wer nicht zu mir und meiner Botschaft steht, zudem wird auch der Menschen so nicht stehen, wenn er in seiner Herrlichkeit und der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommt. Und er fuhr fort, ich versichere euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie Gottes Herrschaft mit Macht haben kommen sehen. Etwa acht Tage nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Jakobus und Johannes mit und stieg auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich plötzlich das Aussehen seines Gesichts. Sein Gewand wurde strahlend weiß. Auf einmal standen zwei Männer dort und sprachen mit ihm. Es waren Mose und Elia. Auch sie waren von himmlischem Glanz umgeben und redeten mit ihm über das Ende, das er nach Gottes Plan in Jerusalem nehmen sollte. Doch Petrus und die zwei anderen Jünger waren vom Schlaf überwältigt worden. Als sie wieder wach wurden, sahen sie Jesus in seiner Herrlichkeit und die zwei Männer bei ihm. Als diese gerade weg gehen wollten, sagte Petrus zu Jesus, Rabbi, wie gut, dass wir hier sind, wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Und noch während er redete, fiel der Schatten einer Wolke auf sie. Als die Wolke sie dann ganz einhüllte, bekamen sie Angst. Da sagte eine Stimme aus der Wolke, das ist mein Sohn, mein Auserwählter, hört auf ihn. Als die Stimme verhallt war, stand Jesus wieder allein da. Die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten und erzählten damals niemand etwas davon. Als sie am folgenden Tag den Berg hinab stiegen, kam ihnen eine große Menschenmenge entgegen. Einer aus der Menge rief, Rabbi, ich bitte dich, sieh nach meinem Sohn, er ist mein einziges Kind. Immer wieder wird er von einem bösen Geist gepackt, dann schreit er plötzlich auf, wird von dem Geist hin und her gezerrt und hat Schaum vor dem Mund. Der Geist lässt ihn kaum wieder los und richtet ihn noch ganz zugrunde. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. was seid ihr nur für ein ungläubiges Geschlecht, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange muss ich denn noch bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Als der Junge in die Nähe von Jesus kam, warf der Dämon ihn zu Boden und schüttelte ihn mit heftigen Krämpfen. Jesus bedrohte den bösen Geist, heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. Alle waren überwältigt von der herrlichen Macht Gottes. Und während die Leute sich noch über alle seine Taten wunderten, sagte Jesus zu seinen Jüngern, merkt euch gut, was ich jetzt sage, der Menschensohn wird bald in der Gewalt von Menschen sein. Doch sie konnten den Sinn seiner Worte nicht verstehen. Er blieb ihnen verborgen. Sie begriffen ihn nicht, wagten aber auch nicht, Jesus danach zu fragen. Unter den Jüngern kam die Frage auf, wer von ihnen wohl der Größte sei. Jesus wusste, was sie dachten. Er nahm ein Kind, stellte es neben sich und sagte zu ihnen, wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer also der geringste unter euch ist, der ist wirklich groß. Johannes sagte zu ihm, Rabbi, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen ausgetrieben hat, und wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Lasst ihn doch, sagte Jesus, denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Als die Zeit näher rückte, in der Jesus in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Er schickte Boten voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten eine Unterkunft für ihn vorbereiten. Doch die Samaritaner nahmen ihn nicht auf, weil er nach Jerusalem ziehen wollte. Als die beiden Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie zu Jesus, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Doch Jesus drehte sich zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Sie übernachteten dann in einem anderen Dorf. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Doch Jesus entgegnete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, komm, folge mir. Doch der antwortete, Herr, erlaube mir zuerst nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Lass die Toten ihre Toten begraben, entgegnete ihm Jesus. Deine Aufgabe ist es, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Wieder ein anderer sagte, Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber erlaube mir doch, erst noch von meiner Familie Abschied zu nehmen. Doch Jesus sagte, wer seine Hand an den Pflug legt und dann nach hinten sieht, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Kapitel 10 Danach wählte der Herr siebzig andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städter und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Geht, ich sende euch wie Lämmer unter Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Und haltet euch unterwegs nicht auf, um Leute zu begrüßen. Wenn ihr in ein Haus kommt, sagt zuerst, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, wird euer Friede auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus. Esst und trinkt, was sie euch vorsetzen. Denn wer arbeitet, hat Anspruch auf Lohn. Geht aber nicht von Haus zu Haus. Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch dort aufnehmen, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die da sind. Und sagt den Leuten, jetzt beginnt Gottes Herrschaft bei euch. Wenn ihr in eine Stadt kommt, wo euch niemand aufnehmen will, dann geht durch ihre Straßen und sagt, selbst den Staub eurer Stadt schütteln wir von unseren Füßen, damit ihr gewarnt seid. Doch das eine sollt ihr wissen. Gottes Herrschaft bricht an. Ich sage euch, es wird Sodom am Tag des Gerichts erträglicher ergehen als solch einer Stadt. Weh dir, Chorazin. Weh dir, Bezaida. Wenn in Tyros und Sidon die Wunder geschehen wären, die unter euch geschehen sind. Sie hätten längst ihre Einstellung geändert, einen Trauersack angezogen und sich Asche auf den Kopf gestreut. Doch Tyros und Sidon wird es im Gericht erträglicher ergehen als euch. Und du, Kafanaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben werden? In die Hölle musst du hinunter. Wer auf euch hört, hört auf mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Doch wer mich ablehnt, lehnt auch den ab, der mich gesandt hat. Die siebzig kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, selbst die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir sie in deinem Namen ansprechen. Jesus sagte ihnen, ich sah den Satan wie einem Blitz vom Himmel fallen. Ja, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Nichts wird euch schaden können. Aber nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. In derselben Stunde wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt und rief, Vater, du Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du das alles den Klugen und Gelehrten verborgen, aber den Unmündigen offenbar gemacht hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Dann sagte er, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und denen, welchen der Sohn es offenbaren will. Zu seinen Jüngern sagte Jesus dann, glücklich zu preisen sind die, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Könige und Propheten hätten gern gesehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Gern hätten sie gehört, was ihr hört, doch sie haben es nicht gehört. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Er erwiderte, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das, dann wirst du leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, Und wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verbannt sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er zwei Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, Kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den Dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh und mach es genauso, sagte Jesus. Auf ihrer Weiterreise kam Jesus in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Aber Martha entgegnete ihr Jesus. Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber nur eins. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Kapitel 11 Einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, dein heiliger Name werde geehrt. Deine Herrschaft komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Dann sagte er zu seinen Jüngern, Angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und sagt, bitte leih mir doch drei Fladenbrote. Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben, wenn auch nicht gerade aus Freundschaft. Aber schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht. Und ich sage euch, bittet und ihr werdet bekommen, was ihr braucht. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Einmal trieb Jesus einen stummen Dämon aus. Als der böse Geist von dem Mann ausgefahren war, konnte der Stumme reden. Die Leute staunten, aber einige sagten, kein Wunder, er treibt die Dämonen ja durch Bilzbuhl, den Oberdämon aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten ein Zeichen aus dem Himmel von ihm. Jesus wusste genau, was sie dachten und sagte zu ihnen, Ein Königreich, das gegen sich selbst kämpft, ist dem Untergang geweiht und seine Familien richten sich gegenseitig zugrunde. Wenn also der Satan gegen sich selbst kämpft und mir erlaubt, seine Dämonen auszutreiben, wie soll sein Reich dann bestehen können? Und wenn ich die Dämonen tatsächlich mit Hilfe von Bilzbuhl austreibe, wer gibt dann euren Leuten die Macht, Dämonen auszutreiben? Sie werden deshalb das Urteil über euch sprechen. Wenn ich aber die Dämonen mit dem Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Solange ein starker Mann gut bewaffnet, sein Grundstück bewacht, ist sein Besitz in Sicherheit. Wenn ihn jedoch ein Stärkerer angreift und besiegt, nimmt er ihm alle seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Wenn ein böser Geist einen Menschen verlässt, zieht er durch öde Gegenden und sucht nach einer Bleibe. Weil er aber keine findet, sagt er, ich werde wieder in meine alte Behausung zurückkehren. Er kehrt zurück und findet alles sauber und aufgeräumt. Dann geht er los und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst, und sie ziehen gemeinsam dort ein. So ist dieser Mensch am Ende schlechter dran als am Anfang. Als Jesus das sagte, rief eine Frau aus der Menge, wie glücklich ist die Frau, die dich geboren hat und stillen durfte. Ja, sagte Jesus, doch wirklich glücklich sind die Menschen, die das Wort Gottes hören und befolgen. Als immer mehr Leute sich herandrängten, sagte er, diese verdorbene Generation verlangt dauernd nach einem Zeichen, doch es wird ihnen keins gegeben werden, nur das des Propheten Jonah. Denn wie Jonah für die Menschen von Nineveh ein Zeichen war, so wird es der Menschensohn für diese Generation sein. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen die Männer dieser Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und hier steht einer, der mehr bedeutet als Salomo. Im Gericht werden auch die Männer von Nineveh auftreten und diese Generation schuldig sprechen. Denn sie haben ihre Einstellung auf Jonas' Predigt hin geändert. Und hier steht einer, der mehr bedeutet als Jonah. Niemand zündet eine Lampe an und versteckt sie dann irgendwo oder stellt sie unter einen Eimer, sondern er stellt sie auf den Lampenständer, damit die hereinkommenden Licht haben. Dein Auge bringt deinem Körper das Licht. Wenn dein Auge klar ist, kannst du dich im Licht bewegen. Ist es schlecht, dann steht dein Körper im Finstern. Pass auf, dass das Licht, das du hast, nicht Dunkelheit ist. Wenn du ganz vom Licht durchdrungen bist und kein Teil von dir im Finstern blieb, wirst du selbst zu leuchten beginnen, als ob dich ein helles Licht anstrahlt. Kaum hatte Jesus aufgehört zu reden, bat ihn ein Pharisäer, zu ihm zum Essen zu kommen. Jesus ging mit ins Haus und legte sich zu Tisch. Der Pharisäer war überrascht, dass Jesus vor dem Essen nicht die übliche Waschung vorgenommen hatte. Da sagte der Herr zu ihm, So seid ihr Pharisäer, das Äußere von Bechern und Schüsseln haltet ihr sauber. Was ihr aber drin habt, ist voller Habgier und Bosheit. Wie dumm von euch! Hat Gott, der das Äußere schuf, nicht auch das Innere gemacht? Gebt einmal den Armen, was ihr in den Bechern und Schüsseln habt. Dann werdet ihr sehen, wie schnell euch alles rein wird. Doch weh euch, Pharisäer! Von den kleinsten Küchenkräutern gebt ihr noch den zehnten Teil ab und lasst doch die Forderungen der Gerechtigkeit und Liebe Gottes außer Acht. Das eine hättet ihr tun und das andere nicht lassen sollen. Weh euch, Pharisäer! Ihr liebt die Ehrenplätze in den Synagogen und die Grüße auf den Märkten. Weh euch! Ihr seid wie unkenntlich gemachte Gräber. Die Menschen laufen darüber hinweg und merken nicht, wie sie verunreinigt werden. Rabi, sagte einer der Gesetzeslehrer, damit greifst du auch uns an. Jesus erwiderte, Ja, weh auch euch Gesetzeslehrern! Ihr ladet den Menschen kaum tragbare Lasten auf und macht selbst keinen Finger dafür krumm. Weh euch! Ihr baut Grabmäler für die Propheten, die doch von euren Vorfahren umgebracht wurden. Damit bestätigt ihr die Schandtaten eurer Vorfahren und heißt sie auch noch gut, denn sie haben die Propheten getötet und ihr errichtet die Grabmäler. Deshalb hat die Weisheit Gottes auch gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen schicken. Einige von ihnen werden sie umbringen, andere verfolgen. Darum wird diese Generation zur Rechenschaft gezogen werden für die Ermordung aller Propheten seit Erschaffung der Welt, angefangen bei Abel bis hin zu Sechaja, der zwischen dem Brandopferaltar und dem Haus Gottes umgebracht wurde. Weh euch! Ihr Gesetzeslehrer! Ihr habt den Schlüssel zur Erkenntnis beiseite geschafft. Selbst seid ihr nicht hineingegangen und die hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Als Jesus das Haus wieder verließ, setzten ihm die Gesetzeslehrer und die Pharisäer mit vielen Fragen hart zu. Sie lauerten darauf, ihn bei einer verfänglichen Äußerung zu ertappen. Kapitel 12 Inzwischen waren Tausende von Menschen herbeigeströmt, sodass sie im Gedränge einander auf die Füße traten. Da warnte sich Jesus an seine Jünger. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Vor der Heuchelei, sagte er. Ich meine, lasst euch nicht von der Heuchelei anstecken. Es kommt die Zeit, da wird alles offenbar werden. Alles, was jetzt noch geheim ist, wird öffentlich bekannt gemacht werden. Deshalb lasst euch warnen. Alles, was ihr im Dunkeln sagt, wird am hellen Tag zu hören sein. Und was ihr hinter verschlossenen Türen flüstert, wird man von den Dachterrassen rufen. Meine Freunde, ich sage euch, habt keine Angst vor denen, die nur den Leib töten, euch darüber hinaus aber nichts anhaben können. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der euch nach dem Töten auch noch in die Hölle werfen kann. Den müsst ihr fürchten. Ihr wisst doch, dass fünf Spatzen für ein paar Cent verkauft werden. Doch nicht einer wird von Gott vergessen. Und selbst die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Habt also keine Angst, ihr seid doch mehr wert als noch so viele Spatzen. Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir, dem Menschensohn, bekennt, zu dem werde auch ich mich vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den wird man auch vor den Engeln Gottes nicht kennen. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Wenn sie euch vor die Synagogen gerichtet zerren oder euch bei den Behörden und Machthabern anzeigen, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist wird euch in jenem Moment eingeben, was ihr sagen könnt. Rabbi, wandte sich einer aus der Menge an Jesus. Sag meinem Bruder doch, er soll das Erbe mit mir teilen. Lieber Mann, erwiderte Jesus, wer hat mich denn als Richter für eure Erbstreitigkeiten eingesetzt? Dann sagte er zu allen, passt auf und nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich das Leben nicht kaufen. dann erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein reicher Bauer hatte eine gute Ernte zu erwarten. Er überlegte hin und her, was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Dann sagte er sich, ich werde meine Scheune niederreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen können. Und dann werde ich mir sagen, so, jetzt hast du es geschafft. Du bist auch viele Jahre versorgt. Ruh dich aus, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört dann alles, was du dir angehäuft hast? So geht es jedem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in seiner Beziehung zu Gott. Dann wandte sich Jesus wieder an seine Jünger. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um das Essen, das ihr zum Leben und die Kleidung, die ihr für den Körper braucht. Das Leben ist doch wichtiger als das Essen und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen und Gott ernährt sie doch. Und ihr, ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Wenn ihr also nicht einmal solch eine Kleinigkeit zustande bringt, warum macht ihr euch dann Sorgen um all das andere? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähen. Ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Und ihr? Ihr sollt euch nicht von der Sorge um Essen oder Trinken in Unruhe versetzen lassen, denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es vielmehr um das Reich Gottes gehen, dann wird er euch das andere dazugeben. Hab also keine Angst, du kleine Herde. Euer Vater hat Freude daran, euch sein Reich anzuvertrauen. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld für die Armen. Und macht euch Geldbeutel, die keine Löcher bekommen. Legt euch einen unvergänglichen Schatz im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn zerfrisst. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr euren Schatz habt. Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Ihr müsst wie Diener sein, die auf ihren Herrn warten, der auf der Hochzeit ist. Wenn er dann zurückkommt und an die Tür klopft, können sie ihm sofort aufmachen. Sie dürfen sich freuen, wenn der Herr sie bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Ich versichere euch, er wird sich die Schürze umbinden, sie zu Tisch bitten und sie selbst bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst am frühen Morgen. Sie dürfen sich jedenfalls freuen, wenn er sie bereit findet. Und das ist doch klar, wenn ein Hausherr wüsste, zu welchem Zeitpunkt der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So solltet auch ihr immer bereit sein, denn der Menschensohn wird dann kommen, wenn ihr es gerade nicht erwartet. Herr, fragte Petrus, meinst du mit diesem Gleichnis uns oder auch alle anderen? Der Herr aber sagte, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, dem sein Herr die Verantwortung überträgt, der ganzen Dienerschaft zur rechten Zeit das Essen zuzuteilen? Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei dieser Arbeit findet, wie sehr darf sich dieser Diener dann freuen? Ich versichere euch, sein Herr wird ihm die Verantwortung über seine ganze Habe übertragen. Wenn jener Diener aber denkt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt, die Dienerschaft zu schikanieren, während er sich selbst üppige Mahlzeiten gönnt und sich betrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag zurückkommen, an dem er es nicht erwartet hat und zu einer Stunde, die er nicht vermutet. Er wird diesen Diener hart bestrafen und und dasselbe los bereiten wie den Ungläubigen. Jeder Diener, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darauf einstellt und tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Wer ihn dagegen nicht kennt und etwas tut, wofür er Strafe verdient hätte, wird mit einer leichteren Strafe davon kommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert werden. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr verlangen. Ich bin gekommen, um ein Feuer auf der Erde anzuzünden und ich wünschte, es würde schon brennen. Aber mir steht eine Taufe bevor und ich bin sehr bedrückt, bis sie vollzogen ist. Denkt ihr vielleicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Entzweiung. Denn von jetzt an wird es so sein, wenn fünf Menschen in einem Haus wohnen, werden sich drei gegen zwei stellen und zwei gegen drei. Der Vater wird gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter wird gegen die Schwiegertochter sein und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Jesus wandte sich wieder an die Menschenmenge und sagte, wenn ihr im Westen eine Wolke aufsteigen seht, sagt ihr gleich, es gibt Regen und dann regnet es auch. Und wenn ihr merkt, dass der Südwind weht, sagt ihr, es wird Hitze geben und so kommt es dann auch. Ihr Heuchler, das Aussehen von Himmel und Erde könnt ihr richtig einschätzen. Wieso könnt ihr dann die Zeichen dieser Zeit nicht beurteilen? Warum könnt ihr nicht selbst entscheiden, was vor Gott Recht ist? Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast und mit ihm vor Gericht musst, dann gib dir unterwegs alle Mühe, dich mit ihm zu einigen, damit er dich nicht vor den Richter schleppt. Denn dort wirst du womöglich verurteilt, dem Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis geworfen. Und ich sage dir, du kommst dort erst wieder heraus, wenn du den letzten Cent bezahlt hast. Kapitel 13 Um diese Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen, meint ihr, diese Leute seien schlimmere Sünder gewesen, als die anderen Galiläer, weil sie so grausam zu Tode kamen? Nein, sage ich euch, und wenn ihr eure Einstellung nicht ändert, werdet ihr alle ebenso umkommen, oder denkt an die 18, die beim Einsturz des Scheloachturms ums Leben kamen. Meint ihr, dass sie mehr Schuld auf sich geladen hatten, als die anderen Einwohner Jerusalems? Nein, sage ich euch, und wenn ihr eure Einstellung nicht ändert, werdet ihr alle ebenso umkommen. Dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte einen Feigenbaum in seinem Weinberg stehen, doch wenn er kam, um nach den Früchten zu sehen, fand er keine. Schließlich sagte er zu seinem Gärtner, seit drei Jahren suche ich Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn um. Wozu soll er den Boden aussaugen? Herr, erwiderte der Gärtner, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er dann im nächsten Jahr Frucht. Wenn nicht, kannst du ihn umhauen lassen. Als Jesus am Sabbat in einer Synagoge lehrte, befand sich eine Frau unter den Zuhörern, die seit 18 Jahren krank war. Ein böser Geist hatte sie verkrüppeln lassen. Sie war ganz verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich. Frau, sagte er, du bist frei von deinem Leiden. Dann legte er seine Hände auf sie. Da konnte sie sich wieder aufrichten und sie lobte und rühmte Gott. Der Synagogenvorsteher aber ärgerte sich darüber, dass Jesus am Sabbat heilte und sagte zu der versammelten Menge, es gibt sechs Tage, die zum Arbeiten da sind. Kommt an diesen Tagen, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat. Der Herr entgegnete ihm, ihr Heuchler, jeder von euch bindet am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke. Und diese Frau hier, die der Satan 18 Jahre lang gebunden hatte und die doch auch zu Gottes Volk gehört, sie sollte an einem Sabbat nicht von ihrer Fessel befreit werden dürfen? Diese Antwort beschämte seine Widersacher. Aber das ganze Volk freute sich über die wunderbaren Dinge, die durch Jesus geschahen. Dann sagte Jesus, welches Bild kann das Reich Gottes am besten wiedergeben? Womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mann in seinen Garten sät. Es geht auf und wächst und wird zu einem Baum, in dessen Zweigen Vögel nisten können. Womit soll ich das Reich Gottes noch vergleichen? sagte Jesus. Es ist wie mit dem Sauerteig, den eine Frau nimmt und unter einen halben Sack Mehl mischt. Am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch Städte und Dörfer und lehrte überall. Einmal sagte jemand zu ihm, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er erwiderte, die Tür ist eng, setzt alles dran, hineinzukommen. Denn ich sage euch, viele werden es versuchen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Haustür abgeschlossen hat, werdet ihr draußen stehen, klopfen und bitten, Herr, mach uns auf. Doch er wird euch antworten, ich kenne euch nicht und weiß auch nicht, wo ihr her seid. Dann werdet ihr sagen, aber wir haben doch mit dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Doch er wird antworten, ich kenne euch nicht und weiß auch nicht, wo ihr her seid. Macht euch fort, ihr wenn ihr dann sehen werdet, dass Abraham, Isaak und Jakob zusammen mit allen Propheten im Reich Gottes sind, ihr selbst aber draußen, dann wird das große Weinen und Zähneknirschen anfangen. Doch dann werden Menschen aus allen Himmels Richtungen kommen und ihre Plätze im Reich Gottes einnehmen und denkt daran, es gibt Letzte, die werden Erste sein und Erste, die werden Letzte sein. Da kamen einige Pharisäer zu Jesus und warnten ihn, verlass die Gegend, Herodes Antipas will dich töten. Jesus erwiderte, geh und sag diesem Fuchs. Heute treibe ich Dämonen aus und morgen heile ich Kranke und am dritten Tag bin ich am Ziel. Ja, heute und morgen und auch am folgenden Tag noch muss ich meinen Weg gehen, denn es kann nicht sein, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel bringt, aber ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verlassen sein, und ich sage euch, ihr werdet mich erst wiedersehen, wenn ihr rufen werdet, gepriesen sei er, der kommt im Namen des Herrn. Kapitel 14 An einem Sabbat ging Jesus zum Essen in das Haus eines führenden Pharisäers. Er wurde aufmerksam beobachtet. Da stand auf einmal ein Mann vor ihm, der an Wassersucht litt. Jesus fragte die anwesenden Gesetzeslehrer und Pharisäer, Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Als sie ihm keine Antwort gaben, berührte er den Kranken, heilte ihn und ließ ihn gehen. Dann sagte er zu den Anwesenden, wenn einem von euch der eigene Sohn in den Brunnen stürzt oder auch nur ein Rind, zieht er sie dann nicht sofort wieder heraus, auch wenn Sabbat ist? Sie konnten ihm nichts darauf antworten. Als er bemerkte, wie die Eingeladenen sich die Ehrenplätze aussuchten, machte er sie mit einem Vergleich auf ihr Verhalten aufmerksam. Wenn du von jemand zur Hochzeit eingeladen wirst, dann besetze nicht gleich den Ehrenplatz. Es könnte ja sein, dass noch jemand eingeladen ist, der angesehener ist als du. Der Gastgeber, der euch beide eingeladen hat, müsste dann kommen und dir sagen, mach ihm bitte Platz, dann müsstest du beschämt ganz nach unten rücken. Nimm lieber von vornherein den letzten Platz ein. Wenn dann der Gastgeber kommt und zu dir sagt, mein Freund, nimm doch weiter oben Platz, wirst du vor allen Gästen geehrt sein. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dann warnte er sich an seinen Gastgeber. Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, dann lade nicht deine Freunde, deine Brüder oder deine Verwandten ein, auch nicht deine reichen Nachbarn, denn sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine Belohnung. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein. Dann wirst du dich freuen können, weil sie nichts haben, um sich zu revanchieren. Gott aber wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergelten. Da sagte einer von den anderen Gästen zu Jesus, was für ein Glück muss es sein, im Reich Gottes zum Essen eingeladen zu werden. Ihm antwortete Jesus folgendermaßen Ein Mann plante ein großes Festessen für den Abend und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener und ließ den Eingeladenen sagen, kommt, es ist alles bereit. Doch jetzt begann sich einer nach dem anderen zu entschuldigen. Der Erste erklärte, ich gekauft, den ich mir unbedingt ansehen muss, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft, die ich gleich prüfen muss, bitte entschuldige mich. Und ein Dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Als der Diener zurückkam und das seinem Herrn berichtete, wurde dieser zornig. Er befahl ihm, Lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hole die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald meldete der Diener, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist noch Platz für weitere Gäste. Da befahl ihm der Herr, geh schnell auf die Landstraßen und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, herein zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn das eine sage ich euch, keiner von denen, die ich zuerst eingeladen hatte, wird an meinen Tisch kommen. Als Jesus weiterzog, begleiteten ihn viele Menschen. Er drehte sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Wenn jemand von euch ein hohes Haus bauen will, muss er sich doch vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen, um zu sehen, ob sein Geld dafür reicht. Sonst hat er vielleicht das Fundament gelegt, kann aber nicht weiterbauen. Und alle, die das sehen, fangen an zu spotten. Das ist der, sagen sie, der ein hohes Haus bauen wollte und es nicht weitergebracht hat. Oder stellt euch einen König vor, der gegen einen anderen König Krieg führen muss. Wird er sich nicht vorher hinsetzen und überlegen, ob er mit zehntausend Mann stark genug ist, sich seinem Gegner zu stellen, der mit zwanzig tausend Mann anrückt? Wenn nicht, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Gesandtschaft schicken und Friedensbedingungen aushandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht von allem Abschied nimmt, was er hat. Salz ist etwas Gutes. Wenn es aber seinen Geschmack verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es ist nicht einmal mehr als Dünger für den Acker tauglich. Man kann es nur noch wegschütten. Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Kapitel 15 Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber empört. Der nimmt Sünder auf, sagten sie, und ist sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Wenn jemand von euch hundert Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er dann nicht die neunundneunzig in der Steppe weitergrasen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, im Himmel wird man sich genau so freuen. Die Freude über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat, ist größer als über neunundneunzig Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze findet? Und wenn sie sie dann gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe die verlorene Drachme wieder gefunden. Ich sage euch, genau so freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der seine Einstellung geändert hat. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagt er sich, aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von weit Musik und Reigentanz. Er rief einen Diener herzu und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser, und dein Vater hat das gemästete Kalbs schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Doch er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wieder gefunden. Kapitel 16 Da wandte sich Jesus seinen Jüngern zu. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm angeklagt, er würde sein Vermögen verschwenden. Sein Herr stellte ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung über deine Arbeit vor. Du wirst nicht länger mein Verwalter sein. Der Verwalter sagte sich, was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Verwaltung abnimmt? Für schwere Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Doch jetzt weiß ich, was ich tun muss, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich hatten. Wie viel schuldest du meinem Herrn? fragte er den ersten. 100 Fass Olivenöl, sagte dieser. Hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter. Setz dich hin und schreib 50. Dann fragte er den nächsten. Und du, wie viel Schulden hast du? 500 Sack Weizen, antwortete der. Hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter. Setz dich hin und schreib 400. Der Herr lobte den unehrlichen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn, sagte er, die Menschen dieser Welt sind klüger im Umgang miteinander als die Menschen des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem Mamman, an dem so viel Unrecht hängt, damit man euch dann, wenn es damit zu Ende ist, in die ewigen Wohnungen aufnimmt. Wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in großen treu. Und wer in den kleinen Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den großen. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann die wahren Güter anvertrauen? Und wenn ihr mit fremdem Eigentum nicht treu seid, wer wird euch dann das anvertrauen, was euch gehören soll? Kein Diener kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon. Das alles hatten auch die Pharisäer mit gehört, die sehr an ihrem Geld hingen und sie machten sich über ihn lustig. Da sagte er zu ihnen, ihr wollt den Leuten weismachen, dass ihr die Gerechten seid, aber Gott kennt eure Herzen. Was bei den Menschen Eindruck macht, ist Gott ein Gräuel. Bis Johannes der Täufer zu predigen begann, hattet ihr nur Mose und die Propheten. Seitdem wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und die Menschen drängen sich mit Gewalt hinein. Doch eher vergehen Himmel und Erde, als dass auch nur ein Strichlein vom Gesetz hinfällig wird. Zum Beispiel begeht jeder, der sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, Ehebruch und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Da war ein reicher Mann, der teure Kleidung trug und jeden Tag im Luxus lebte. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer namens Lazarus. Sein Körper war voller Geschwüre. Gern hätte er seinen Hunger mit den Küchenabfällen gestillt, doch nur die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Der Arme starb und wurde von den Engeln zu Abraham gebracht. Er erhielt dort den Ehrenplatz an seiner Seite. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als er in der Hölle wieder zu sich kam und Folterqualen litt, sah er in weiter ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief er Vater Abraham hab Erbarmen mit mir schick mir doch Lazarus lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen denn ich werde in der Glut dieser Flammen sehr gequält. Doch Abraham erwiderte mein Kind denkt daran dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast Lazarus aber nur das schlechte jetzt wird er dafür hier getröstet und und du hast zu leiden außerdem liegt zwischen uns und euch ein so tiefer Abgrund dass niemand von uns zu euch hinüber kommen kann selbst wenn er es wollte und auch von euch kann niemand zu uns herüber kommen vater abraham wandte er ein es müsste einer von den toten zu ihnen kommen dann würden sie ihre einstellung ändern darauf sagte abraham zu ihm wenn sie nicht auf mose und die propheten hören werden sie sich auch nicht überzeugen lassen wenn einer von den toten aufersteht Kapitel 17 Jesus sagte zu seinen Jüngern es wird immer Verführungen geben doch wehe dem der daran schuld ist für den wäre es besser er würde mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen als dass er einen dieser gering geachteten hier zu Fall bringt seht euch also vor wenn dein Bruder sündigt weise ihn zurecht und wenn er Reue zeigt vergib ihm und wenn er sieben mal am Tag an dir schuldig wird und sieben mal wieder zu dir kommt und sagt es tut mir leid sollst du ihm vergeben die Apostel baten den Herrn stärke unseren glauben da sagte der Herr wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn könntet ihr zu diesem Maulbeer Feigenbaum hier sagen zieh deine Wurzeln aus der Erde und pflanzt dich ins Meer er würde euch gehorchen wenn einer von euch einen Sklaven hat und dieser vom Flügen oder Schafehüten zurückkommt wird er ihm vielleicht sagen komm gleich zum Essen vielmehr wird er zu ihm sagen mach das Abendessen fertig bin dir eine Schürze um und bediene mich am Tisch wenn ich fertig bin kannst du auch essen und trinken und bedankt er sich vielleicht bei seinem Sklaven dass er das befohlene getan hat so soll es auch bei euch sein wenn ihr alles getan habt was euch aufgetragen war dann sagt wir sind Sklaven weiter nichts wir haben nur unsere Pflicht getan auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen Jesus Herr hab Erbarmen mit uns Jesus sah sie an und sagte zu ihnen geht zu den Priestern und stellt euch ihnen vor Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund Einer aus der Gruppe kam zurück als er es merkte und lobte Gott mit lauter Stimme er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm und das war ein Samaritaner Da sagte Jesus Sind denn nicht alle zehn geheilt worden Wo sind die anderen neun Ist es keinem in den Sinn gekommen Gott die Ehre zu erweisen als nur diesem Fremden hier Dann sagte er zu dem Mann Steh auf und geh nach Hause Dein Glaube hat dich gerettet Einige Pharisäer fragten Jesus wann das Reich Gottes komme Er antwortete Das Reich Gottes kommt nicht so dass man es an äußeren Zeichen erkennen kann Man wird auch nicht sagen können Seht hier ist es oder seht einmal dort Nein das Reich Gottes ist schon jetzt mitten unter euch Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern Es wird eine Zeit kommen wo ihr euch danach sehnt auch nur einen Tag des Menschen Sohnes zu erleben Aber es wird euch nicht vergönnt sein Sie werden zu euch sagen Seht einmal dort ist er Oder seht hier Geht dann nicht hin und lauft auch keinem nach Denn wenn der Menschen Sohn kommt wird es wie bei einem Blitz den ganzen Horizont erhellen Vorher muss er aber noch vieles Leiden und von der jetzigen Generation verworfen werden Und wenn der Menschensohn kommt wird es so wie in Noas Zeit sein Die Menschen aßen lachen schüphnen tranken rum und wurden verheiratet bis zu dem Tag an dem Noah in die Arche ging Dann kam die Flut und brachte alle um Und es wird so sein wie in Loths Zeit Die Menschen aßen und tranken sie kauften und verkauften sie pflanzten und bauten bis Bis zu dem Tag, an dem Lot Sodom verließ. Da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Genau so wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn für alle sichtbar werden wird. Wer sich dann gerade auf der Dachterrasse seines Hauses aufhält und seine Sachen im Haus hat, soll nicht erst hinuntersteigen, um sie zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht erst zurückkehren. Denkt an Loths Frau. Wer sein Leben zu retten versucht, wird es verlieren. Wer es aber verliert, wird es bewahren. Ich sage euch, wenn in jener Nacht zwei in einem Bett liegen, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Wenn zwei an derselben Mühle mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen werden. Herr, wo wird das geschehen? fragten die Jünger. Er erwiderte, wo das Aas liegt, da sammeln sich die Geier. Kapitel 18 Durch folgendes Gleichnis machte er ihnen deutlich, dass sie immer beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er, der achtete weder Gott noch die Menschen. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und ihn aufforderte, ihr zum Recht gegen jemanden zu verhelfen, der ihr Unrecht getan hatte. Lange Zeit wollte der Richter nicht, doch schließlich sagte er sich, ich mache mir zwar nichts aus Gott und was die Menschen denken, ist mir egal, doch diese aufdringliche Witwe wird mir lästig. Ich muss ihr zum Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Der Herr fuhr fort. Habt ihr gehört, was dieser Richter sagt, dem es ja gar nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte Gott dann nicht erst recht seinen Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn wohl solch einen Glauben auf der Erde finden, wenn er kommt? Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, all diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche und spende den zehnten Teil von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte nicht einmal, zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott für unschuldig erklärt, der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Es wurden auch kleine Kinder zu Jesus gebracht, damit er sie mit der Hand berührte. Als die Jünger das sahen, fuhren sie die Leute an. Doch Jesus rief sie zu sich und sagte, Lass doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Gottes Reich ist ja gerade für solche, wie sie bestimmt. Ich versichere euch, wer Gottes Reich nicht wie ein Kind annimmt, wird nie hineinkommen. Einmal wurde Jesus von einem angesehenen Mann gefragt. Guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was nennst du mich gut? entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst die Ehe nicht brechen, nicht morden, nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das alles habe ich von Jugend an befolgt, erwiderte der Mann. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte. Denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, Wie schwer ist es doch für Wohlhabende, in Gottes Reich zu kommen. Er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in Gottes Reich. Da fragten die Zuhörer, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Da erklärte Petrus, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Ich versichere euch, erwiderte Jesus, jeder, der wegen Gottes Reich Haus, Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Dann nahm er die Zwölf beiseite und sagte, Passt auf, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Er wird den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, gedemütigt und angespuckt werden. Und wenn sie ihn ausgepeitscht haben, werden sie ihn töten. Doch am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Die Jünger verstanden kein Wort. Der Sinn des Gesagten blieb ihnen verborgen. Sie verstanden einfach nicht, was damit gemeint war. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte eine große Menschenmenge vorbeiziehen und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Vorübergehenden fuhren ihn an, still zu sein. Doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und befahl, den Mann zu ihm zu bringen. Als er herangekommen war, fragte Jesus, Was möchtest du von mir? Herr, dass ich wieder sehen kann, erwiderte der Blinde. Du sollst wieder sehen können, sagte Jesus. Dein Glaube hat dich geheilt. Im gleichen Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus und pries Gott. Und auch die ganze Menge, die dabei war, pries Gott. Kapitel 19 Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann namens Zacchaeus. Er war der oberste Zolleinnehmer und wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum. Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sah ihn an und rief, Zacchaeus, komm schnell herunter, ich muss heute noch zu dir kommen. Schnell stieg Zacchaeus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Zacchaeus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügte er hinzu, er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist ja gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Weil Jesus schon nah bei Jerusalem war, meinten die Leute, die ihm zuhörten, dass das Reich Gottes nun anbrechen würde. Deshalb fügte Jesus noch folgendes Gleichnis an. Ein Mann aus fürstlichem Haus wollte in ein fernes Land reisen, um sich dort zum König über sein eigenes Land krönen zu lassen. Er rief zehn seiner Diener zu sich und gab jedem ein Pfund Silbergeld. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Aber seine Landsleute hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen sagen, diesen Mann wollen wir nicht als König über uns haben. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Als er zurückkam, ließ er die Diener, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen. Er wollte erfahren, welchen Gewinn jeder erzielt hatte. Der Erste kam und berichtete. Herr, dein Pfund hat weitere zehn eingebracht. Da sagte der König zu ihm, Hervorragend, du bist ein guter Mann. Weil du im Kleinsten zuverlässig warst, sollst du Verwalter von zehn Städten werden. Der Zweite kam und berichtete, Herr, dein Pfund hat weitere fünf eingebracht. Auch ihn lobte der König. Du sollst Herr über fünf Städte werden. Doch der Nächste, der kam, erklärte, Herr, hier ist dein Pfund Silbergeld. Ich habe es in einem Schweißtuch aufbewahrt. Denn ich hatte Angst vor dir, weil du ein so strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast, und erntest, wo du nicht gesät hast. Du nichtsnutziger Sklave, sagte der König. Mit deinen eigenen Worten verurteilst du dich. Du wusstest also, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt, und ernte, wo ich nichts gesät habe? Warum hast du mein Geld dann nicht auf eine Bank gebracht? Dann hätte ich es wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Dann wandte er sich zu den Herumstehenden. Nehmt ihm das Pfund weg, sagte er, und gebt es dem, der die zehn Pfund erworben hat. Aber her, sagten sie, er hat doch schon zehn Pfund. Ja, erwiderte der König. Aber denen, die einen Gewinn vorweisen können, wird noch mehr gegeben werden. Und denen, die nichts gebracht haben, wird selbst das, was sie hatten, weggenommen. Und nun zu meinen Feinden, die mich nicht zum König haben wollten, holt sie her und bringt sie hier vor mir um. Nachdem er das erzählt hatte, setzte Jesus seinen Weg nach Jerusalem fort. Als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien am Ölberg kam, schickte er zwei seiner Jünger mit dem Auftrag los, geht in das Dorf dort drüben. Gleich, wenn ihr hineingeht, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, warum ihr es losbindet, sagt einfach, der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie das Fohlen losmachten, fragten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr das Tier los? Der Herr braucht es, antworteten sie. Dann brachten sie das Jungtier zu Jesus, warfen ihre Mäntel darüber und ließen Jesus aufsteigen. Während er so seinen Weg fortsetzte, breiteten andere ihre Mäntel auf dem Weg aus. Als Jesus an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg in die Stadt hinabführte, brach die ganze Menge der Jünger in Freudenrufe aus. Sie lobten Gott mit lauter Stimme für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Frieden dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der in der Höhe wohnt. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu. Rabbi, bring deine Jünger doch zur Vernunft. Doch er erwiderte, Ich sage euch, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Als er näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, Wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt. Doch du bist blind dafür. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen. Sie werden dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen und in der ganzen Stadt keinen Stein mehr auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Dann ging er in den Tempel und fing an, die Händler hinaus zu jagen. In der Schrift heißt es, rief er, Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jeden Tag lehrte Jesus im Tempel, aber die hohen Priester, die Gesetzeslehrer und die führenden Männer des Volkes suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu beseitigen. Doch sie wussten nicht, wie sie es anfangen sollten, denn das ganze Volk war dauernd um ihn und ließ sich keins seiner Worte entgehen. Kapitel 20 Als Jesus an einem der Tage wieder im Tempel lehrte und dem Volk die gute Botschaft verkündigte, traten die hohen Priester und die Gesetzeslehrer in Begleitung der Ältesten zu ihm und fragten, Mit welchem Recht tust du das alles? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben? Auch ich will euch eine Frage stellen, erwiderte Jesus. Taufte Johannes im Auftrag des Himmels oder im Auftrag von Menschen. Sie überlegten miteinander, Wenn wir sagen, im Auftrag des Himmels, wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, dann wird uns das ganze Volk steinigen, denn sie alle sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. So erwiderten sie, sie wüssten es nicht. Gut, entgegnete Jesus, Dann sage ich euch auch nicht, von wem ich die Vollmacht habe, das alles zu tun. Daraufhin erzählte Jesus dem Volk ein Gleichnis. Er begann, Ein Mann legte einen Weinberg an, verpachtete ihn an Winzer und reiste für längere Zeit ins Ausland. Als die Zeit gekommen war, schickte er einen seiner Arbeiter zu den Pächtern, um seinen Anteil an der Ernte zu erhalten. Doch die Winzer verprügelten den Mann und jagten ihn mit leeren Händen fort. Da schickte der Eigentümer einen zweiten Arbeiter. Aber auch den verprügelten sie, beschimpften ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Er schickte noch einen dritten, aber auch den schlugen sie blutig und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. »Was soll ich tun?« »Was soll ich tun?« fragte sich der Eigentümer »Was wird nun der Eigentümer des Weinbergs mit ihnen tun?« fragte Jesus. »Er wird kommen, diese Winzer umbringen und den Weinberg anderen geben.« »Das darf nicht geschehen«, sagten die Zuhörer. Jesus sah sie an und sagte dann »Was bedeuten denn diese Worte in der Schrift? Der Stein, den die Fachleute als unbrauchbar verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert und jeder, auf den er fällt, wird zermalmt.« Daraufhin hätten die Hohenpriester und Gesetzeslehrer Jesus am liebsten gleich festgenommen. Denn es war ihnen klar, dass er sie mit diesem Gleichnis gemeint hatte. Doch ließen sie ihn nicht mehr aus den Augen und schickten Spitzel zu ihm, die sich den Anschein geben sollten, als meinten sie es ehrlich. Sie hofften, ihn mit seinen eigenen Worten zu fangen, damit sie ihn der Gerichtsbarkeit des römischen Stadthalters ausliefern könnten. »Rabi«, sagten sie, »wir wissen, dass du aufrichtig bist und nicht nach der Meinung der Leute fragst. Du zeigst uns wirklich, wie man nach Gottes Willen leben soll. Ist es nun richtig, dem Kaisern Steuern zu zahlen oder nicht?« Jesus durchschaute ihre Heuchelei und sagte, »Zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Name ist darauf?« »Des Kaisers«, erwiderten sie. »Nun«, sagte Jesus, »dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört.« Sie konnten ihn zu keiner verfänglichen Aussage vor dem Volk verleiten. Im Gegenteil, sie waren von seiner Antwort so überrascht, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. Dann kamen einige Sadduzeer zu Jesus. Diese religiöse Gruppe behauptete, es gäbe keine Auferstehung nach dem Tod. Sie fragten, »Rabbi, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen.« Nun waren da sieben Brüder. Der Älteste von ihnen heiratete und starb kinderlos. Daraufhin nahm der zweite Bruder die Witwe zur Frau. Doch auch er starb bald und hinterließ keine Kinder. Nach ihm der dritte und so alle sieben. Sie heirateten die Frau, hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun nach der Auferstehung sein? Denn alle sieben waren ja mit ihr verheiratet. Jesus sagte zu ihnen, »Heiraten ist eine Sache für die gegenwärtige Welt. Aber die Menschen, die für würdig gehalten werden, in der kommenden Welt leben zu dürfen und von den Toten aufzuerstehen, werden nicht mehr heiraten. Sie können dann auch nicht mehr sterben, sondern sind den Engeln gleich. Als Menschen der Auferstehung sind sie dann Söhne Gottes. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose deutlich werden lassen, als er in der Geschichte vom Dornbusch den Herrn als den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs bezeichnet. Er ist also nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn sind alle lebendig. Da sagten einige von den Gesetzeslehrern, »Rabbi, das war eine gute Antwort!« Denn sie wagten es nicht mehr, ihn über irgendetwas zu befragen. Nun wandte sich Jesus an alle und fragte, »Wieso wird eigentlich behauptet, der Messias sei der Sohn Davids?« David selbst sagt doch im Buch der Psalmen, »Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Fußschemel für dich gemacht habe.« Wenn David ihn also Herr nennt, wie kann er dann gleichzeitig sein Sohn sein?« Vor dem ganzen versammelten Volk warnte Jesus seine Jünger, »Hütet euch vor den Gesetzeslehrern! Sie zeigen sich gern in ihren langen Gewändern und erwarten, dass man sie auf den Märkten ehrerbietig grüßt. In der Synagoge sitzen sie in der ersten Reihe und bei den Gastmählern beanspruchen sie die Ehrenplätze. Gleichzeitig aber verschlingen sie den Besitz schutzloser Witwin und sprechen scheinheilig lange Gebete. Darum erwartet sie ein sehr hartes Urteil. Kapitel 21 Jesus blickte auf und sah, wie reiche Leute Geld in den Opferkasten warfen. Er sah auch, wie eine arme Witwe zwei kleine Kupfermünzen, zwei Läpter, hineinsteckte. Da sagte er, »Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle anderen. Denn die anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Lebensunterhalt gebraucht hätte.« Als einige sich über den Tempel unterhielten und die herrlichen Steine bewunderten, mit denen er gebaut, und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war, sagte er, »Es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden.« Da fragten sie ihn, »Rabbi, wann wird das alles geschehen? Gibt es ein Zeichen, an dem wir erkennen können, wann es sich erfüllen wird?« »Gebt Acht, dass euch niemand irreführt«, erwiderte Jesus. »Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, »Ich bin es« und »Die Zeit ist da!« Lauft ihnen nicht nach. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Das muss vorher geschehen, aber das Ende kommt nicht gleich danach.« Dann fügte er hinzu, »Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. Es wird schwere Erdbeben geben und in vielen Teilen der Welt Hungersnöte und Seuchen. Furchtbare Dinge geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Aber bevor das alles passiert, werden sie gewaltsam gegen euch vorgehen und euch verfolgen. Man wird euch vor Synagogengerichte stellen und ins Gefängnis werfen. Und weil ihr zu mir gehört, werdet ihr auch vor Machthaber und Könige gestellt werden. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis für mich geben. Verzichtet bewusst darauf, im Voraus festzulegen, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegen zu setzen haben. Ich werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern und einige von euch wird man töten. Weil ihr euch zu mir bekennt, werdet ihr von allen gehasst werden. Doch nicht ein Haar von eurem Kopf wird verloren gehen. Bleibt also standhaft, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Heeren eingeschlossen ist, könnt ihr sicher sein, dass seine Zerstörung unmittelbar bevorsteht. Dann sollen die Bewohner Judäas in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen und wer auf dem Land ist, soll nicht Schutz in der Stadt suchen. Denn dann sind die Tage der Bestrafung da, an denen alles in Erfüllung geht, was in der Schrift darüber gesagt ist. Am schlimmsten wird es dann für schwangere Frauen und stillende Mütter sein. Denn das ganze Land wird in schreckliche Not kommen, weil der Zorn Gottes über dieses Volk hereinbricht. Die Menschen werden mit dem Schwert erschlagen oder als Gefangene in alle Länder verschleppt. Jerusalem wird so lange von fremden Völkern niedergetreten werden, bis auch deren Zeit abgelaufen ist. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen und auf der Erde werden die Völker in Angst und Schrecken geraten und weder Aus noch Einwissen vor dem tobenden Meer und seinen Wellen. In Erwartung der schrecklichen Dinge, die noch über die Erde kommen, werden die Menschen vor Angst vergehen, denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn das alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Seht euch den Feigenbaum oder irgendeinen anderen Baum an. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass es bald Sommer wird. Genau so ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann ist das Reich Gottes ganz nah. Ich versichere euch, dieses Geschlecht wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nie. Seht euch also vor und lasst euch nicht vom Rausch eines ausschweifenden Lebens umnebeln oder von Lebenssorgen gefangen nehmen. damit jener Tag dann nicht plötzlich über euch hereinbricht, wie eine Falle, die zuschnappt. Denn er wird über alle Bewohner der Erde kommen. Seid wachsam und hört nicht auf zu beten, damit ihr die Kraft habt, all dem, was geschehen wird, zu entkommen und damit ihr zuversichtlich vor den Menschensohn treten könnt. Tagsüber lehrte Jesus im Tempel, doch abends verließ er die Stadt und übernachtete auf dem Ölberg. Und schon frühmorgens kam das ganze Volk, um ihn im Tempel zu hören. Kapitel 22 Das Fest der ungesäuerten Brote, das man auch Passa nennt, stand unmittelbar bevor. Die hohen Priester und die Gesetzeslehrer suchten nach einer Gelegenheit, Jesus umbringen zu können. Sie wollten das aber heimlich tun, weil sie das Volk fürchteten. Da fuhr der Satan in Judas, der zu den zwölf Jüngern gehörte und Iskariot genannt wurde. Er ging zu den hohen Priestern und den Hauptleuten der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie er Jesus an sie ausliefern könnte. Sie freuten sich und versprachen ihm eine Geldsumme als Belohnung. Judas war einverstanden und suchte von da an nach einer günstigen Gelegenheit Jesus an sie auszuliefern, ohne dass das Volk etwas merkte. Es kam nun der erste Tag vom Fest der ungesäuerten Brote, an dem das Passalam geschlachtet werden musste. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt. Geht und bereitet das Passamal für uns vor, sagte er. Wo sollen wir das tun? fragten sie. Hört zu, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einen Mann sehen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht und sagt dort zu dem Hausherrn. Der Rabbi lässt fragen, wo der Raum ist, in dem er mit seinen Jüngern das Passa feiern kann. Er wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Raum im Obergeschoss zeigen. Dort bereitet alles für uns vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und fanden alles genau so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passa vor. Als es dann soweit war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch und sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu genießen, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde dieses Fest nicht mehr feiern, bis es im Reich Gottes seine volle Erfüllung findet. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, Nehmt ihn und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich vom Saft der Reben nichts mehr trinken. Dann nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Nehmt und esst, tut dies zur Erinnerung an mich. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er in gleicher Weise den Kelch und gab ihn den Jüngern. Dieser Kelch steht für den neuen Bund, sagte er, der mit meinem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Doch ihr müsst wissen, der Verräter ist hier an diesem Tisch. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn ausliefern wird. Da fingen die Jünger an, sich gegenseitig zu fragen, wer von ihnen wohl so etwas tun würde. Es kam auch zu einem Streit unter ihnen über die Frage, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da sagte Jesus, in der Welt herrschen die Könige über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Doch bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe mit dem Geringsten stellen und der Führer sei wie ein Diener. Wer ist denn größer? Der, der zu Tisch liegt oder der, der ihn bedient? Natürlich der am Tisch. Aber ich bin unter euch wie ein Diener. Doch ihr seid in allem, was ich durchmachen musste, treu bei mir geblieben. Dafür werde ich euch an der Herrschaft beteiligen, die mir mein Vater übertragen hat. Ihr werdet in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken und auf Thronen sitzen, um die zwölf Stämme Israels zu richten. Dann sagte der Herr, Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können wie den Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurecht gekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Herr, sagte Petrus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Dann fragte Jesus die Jünger, als ich euch ohne Geldbeutel, Vorratstasche und Sandalen aussandte, habt ihr da etwas entbehren müssen? Nein, gar nichts, antworteten sie. Aber jetzt, sagte er, nehmt Geldbeutel und Vorratstasche mit, wenn ihr sie habt. Und wer nichts davon hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich ein Schwert kaufen. Denn auch das folgende Schriftwort muss sich wollen. Er wurde unter die Verbrecher gezählt. Doch alles, was mich betrifft, ist jetzt bald vollendet. Die Jünger sagten, Herr, hier sind zwei Schwerter. Das genügt, sagte er. Dann verließ er die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Die Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu seinen Jüngern, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann zog er sich ungefähr einen Steinwurf weit von den Jüngern zurück. Er kniete sich hin und betete. Vater, wenn du willst, erspare es mir, diesen bitteren Kelch auszutrinken. Doch nicht mein Wille soll geschehen, sondern der Deine. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf den Erdboden tropfte. Als er vom Gebet aufstand und wieder zu den Jüngern kam, fand er sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er. Steht auf und betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Kaum hatte er das gesagt, tauchte eine große Schar von Männern auf, an ihrer Spitze Judas, einer der Zwölf. Er ging auf Jesus zu und wollte ihn mit einem Kuss begrüßen. Judas, sagte Jesus zu ihm, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Als die, die bei Jesus waren, merkten, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie, Herr, sollen wir kämpfen? Wir haben die Schwerter mitgebracht. Einer von ihnen ging auch gleich auf den Sklaven des Hohenpriesters los los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus rief, hört auf damit. Er berührte das Ohr und heilte den Mann. Zu den Hohenpriestern, den Hauptleuten der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn angerückt waren, sagte er, bin ich denn ein Verbrecher, dass er mit Schwertern und Knüppeln auszieht, um mich zu verhaften? Ich war doch täglich bei euch im Tempel, da habt ihr mich nicht festgenommen, aber das ist eure Stunde und die der Finsternis macht. Sie packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohenpriesters. Petrus folgte ihnen in weitem Abstand. Im Innenhof war ein Feuer angezündet worden und viele saßen darum herum. Petrus setzte sich zu ihnen. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers, blickte ihn scharf an und sagte, der war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab, Frau, den Mann kenne ich gar nicht. Kurz danach schaute ihn jemand anderes an und sagte, du musst auch einer von ihnen sein. Mensch, sagte Petrus, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später behauptete ein Dritter, natürlich war der auch mit ihm zusammen, er ist ja auch ein Galiläer. Aber Petrus wehrte ab, ich weiß gar nicht, wovon du redest, Mensch. In diesem Augenblick, noch während Petrus redete, krähte der Hahn. Der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und fing an bitterlich zu weinen. Die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihren Spott mit ihm und schlugen ihn. Sie verhüllten sein Gesicht und sagten, du bist ja ein Prophet, sag uns doch, wer dich geschlagen hat. Und noch viele andere Entwürdigungen musste er ertragen. Als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die Hohenpriester und die Gesetzeslehrer, die zum Hohen Rat gehörten, zu einer Sitzung. Sie ließen Jesus vorführen und forderten ihn ihn auf. Wenn du der Messias bist, dann sag es uns. Jesus erwiderte, wenn ich es euch sage, so würdet ihr mir doch nicht glauben und wenn ich euch frage, antwortet ihr ja nicht. Doch von jetzt an wird der Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen. Da riefen sie alle, dann bist du also der Sohn Gottes? Ihr sagt es, erwiderte er, ich bin es. Da riefen sie, was brauchen wir noch Zeugen? Wir haben es ja selbst aus seinem Mund gehört. Kapitel 23 Der gesamte Rat erhob sich und führte Jesus zu Pilatus. Dort trugen sie ihre Anklage vor. Wir haben festgestellt, dass dieser Mann unser Volk verführt. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, der Messias, also ein König zu sein. Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Es ist so, wie du sagst, erwiderte dieser. Daraufhin erklärte Pilatus den hohen Priestern und der Volksmenge, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Doch sie widersprachen heftig. und erklärten, er wiegelt das Volk auf und verbreitet seine Lehre in ganz Judäa. Angefangen hat er damit in Galiläa und jetzt ist er bis hierher gekommen. Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann aus Galiläa sei. Man bestätigte ihm, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich des Herodes Antipas stamme. Da ließ er ihn zu Herodes führen, der sich in diesen Tagen ebenfalls in Jerusalem aufhielt. Herodes freute sich sehr, als er Jesus sah, denn er wollte ihn schon lange einmal kennenlernen. Er hatte viel von ihm gehört und hoffte nun, eines seiner Wunder mitzuerleben. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine Antwort. Dann standen die hohen Priester und Gesetzeslehrer auf und klagten ihn scharf an. Schließlich begannen Herodes und seine Soldaten Jesus zu verhöhnen. Sie trieben ihren Spott mit ihm und schickten ihn schließlich zu Pilatus zurück, nachdem sie ihm ein Prachtgewand umgehängt hatten. Pilatus und Herodes Antipas, die bisher verfeindet gewesen waren, wurden an diesem Tag Freunde. Pilatus ließ die hohen Priester, die anderen Ratsmitglieder und das Volk zusammenrufen und erklärte ihnen, ihr habt diesen Mann vor mich gebracht und behauptet, er würde das Volk aufhetzen. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und keine einzige von euren Anklagen bestätigt gefunden. Auch Herodes hat nichts herausgefunden sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn jetzt auspeitschen lassen und dann freigeben. Da ging ein Aufschrei durch die Menge. Weg mit dem! Gib uns Barabbas frei! Barabbas war in einen Aufruhr in der Stadt verwickelt gewesen und hatte dabei einen Mord begangen. Deswegen saß er im Gefängnis. Pilatus wollte Jesus freilassen und redete der Menge zu, aber sie schrien noch lauter, ans Kreuz mit ihm, kreuzige ihn! Da machte Pilatus noch einen dritten Versuch. Was hat er denn verbrochen? fragte er sie. Ich habe keinen Grund für ein Todesurteil gefunden. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und anschließend freigeben. Doch sie setzten ihm mit lautem Geschrei zu und forderten mit aller Macht, dass Jesus gekreuzigt würde. Schließlich beugte sich Pilatus der schreienden Menge und entschied, dass ihre Forderung erfüllt werde. Den Mann, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, ließ er auf ihr Verlangen hin frei. Jesus dagegen opferte er ihrem Willen. Als sie ihn dann abführten, kam gerade ein gewisser Simon, der aus Zirene stammte, vom Feld zurück. Den packten sie und luden ihm das Kreuz auf. Er musste es hinter Jesus her tragen. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und jammerten. Jesus drehte sich zu ihnen um und sagte, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch selbst und über eure Kinder, denn es kommt die Zeit, da wird man sagen, wie gut sind die Frauen dran, die keine Kinder bekommen konnten, die nie ein Kind geboren und gestillt haben, dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns herab und zu den Hügeln begrabt uns unter euch, denn wenn dies hier dem lebendigen Baum geschieht, wie wird es dann erst dem Verdorten ergehen? Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten sie ihn und die beiden Verbrecher den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber die Soldaten verlosten seine Kleidung unter sich. Das Volk stand da und sah zu, ihre führenden Männer aber spotteten. Anderen hat er geholfen. Jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der Auserwählte ist, der von Gott gesandte Messias. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie brachten ihm sauren Wein und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über ihm hatte man eine Tafel angebracht. Darauf stand, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher höhnte, bist du nun der Messias oder nicht, dann hilf dir selbst und auch uns. Doch der andere fuhr ihn an, hast du denn gar keinen Respekt vor Gott? Du bist genauso zum Tod verurteilt wie er und du bist es mit Recht. Wir beide bekommen, was wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn deine Herrschaft beginnt. Jesus erwiderte ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden, da verlor die Sonne plötzlich ihren Schein. Bis zur Mitte des Nachmittags legte sich eine schwere Finsternis über das ganze Land. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei und Jesus schrie, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Als der Hauptmann ihn so sterben sah, gab er Gott die Ehre und sagte, dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Und die vielen Leute, die zu dem Schauspiel der Kreuzigung gekommen waren und alles miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und gingen betroffen nach Hause. Aber alle, die mit Jesus bekannt gewesen waren, standen weit ab, darunter auch die Frauen, die ihm seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Unter den Mitgliedern des Hohen Rates war ein Mann von edler und gerechter Gesinnung. Er hieß Josef und stammte aus Arimathea, einer jüdischen Stadt. Er wartete auf das Kommen des Reiches Gottes und hatte dem Beschlüssen und dem Vorgehen der anderen Ratsmitglieder nicht zugestimmt. Dieser Josef ging zu Pilatus und bat um den Leichnam von Jesus. Dann nahm er den Toten vom Kreuz, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in eine Felsengruft, in der noch niemand bestattet worden war. Das geschah noch am Rüsttag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Die Frauen aus Galiläa waren Josef gefolgt. Sie sahen die Grabhöhle und schauten zu, wie der Leichnam von Jesus hineingelegt wurde. Nachdem sie in die Stadt zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben zu. Doch den Sabbat verbrachten sie in Ruhe, wie es das Gesetz vorschreibt vorschreibt. Kapitel 24 Am ersten Tag der neuen Woche, ganz in der Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten, und gingen zur Felsengruft. Da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, fanden den Leib von Jesus, ihrem Herrn, aber nicht. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer zu ihnen, die in strahlend helle Gewänder gekleidet waren. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden, doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht an das, was er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss, und dass er am dritten Tag auferstehen würde? Da erinnerten sie sich an seine Worte. Sie verließen die Felsengruft und berichteten alles den elf Aposteln und den übrigen Jüngern. Es waren Maria aus Magdala, Johanna und Maria die Mutter des Jakobus und noch einige andere. Sie erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Doch die hielten das für leeres Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Felsengrab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Dann ging er wieder zurück und fragte und fragte verwundert, was da wohl geschehen war. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das elf Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Was beschäftigt euch denn so sehr? fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat? Was denn? fragte Jesus. Sie erwiderten, das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist. Er war ein Prophet und hat in seinen Worten und Werken vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere hohen Priester und die anderen Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen sind, aus der Fassung gebracht. Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen. Und hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, Was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiter gehen. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, bleib doch bei uns, es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Brandt nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss? sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und alle, die sich zu ihnen hielten. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen entgegen. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannten. Während sie noch erzählten, stand der Herr plötzlich selbst in ihrer Mitte. Friede sei mit euch, grüßte er sie. Doch sie erschraken sehr und bekamen Angst, weil sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken? sagte Jesus zu ihnen. Warum kommen euch solche Gedanken? Seht euch meine Hände an und meine Füße? Ich bin es ja! Faßt mich an und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Mit diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Und als sie es in ihrer Freude und Verwunderung immer noch nicht glauben konnten, fragte er, habt ihr etwas zu essen hier? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen auf. Dann sagte er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose, in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. So steht es geschrieben, erklärte er ihnen, und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Das beginnt in Jerusalem. Ihr seid Zeugen für das alles. Und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Jesus führte seine Jünger noch aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel empor gehoben. Die Jünger warfen sich vor ihm nieder und dann kehrten sie mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Von da an waren sie ständig im Tempel und priesen Gott. von Das Johannes-Evangelium, Kapitel 1 Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben, und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch ihn daran glauben. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur darauf hinweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das in die Welt kommen und jeden Menschen erleuchten sollte. Er war in der Welt, die durch ihn entstand, doch die Menschen erkannten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk wollte nichts von ihm wissen. Doch allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der eine und einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Johannes trat als Zeuge für ihn auf. Der ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn er war schon lange vor mir da. Und wir alle haben aus seinem unendlichen Reichtum eine ganz neue Gnade empfangen. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Aber durch Jesus Christus kamen die Gnade und die Wahrheit in die Welt. Niemand hat Gott jemals gesehen. Nur der eine und einzige seiner Art, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat ihn uns bekannt gemacht. Folgende Begebenheit macht klar, wie Johannes auf ihn hinwies. Die Juden von Jerusalem hatten Priester und Leviten zu ihm geschickt, die ihn fragen sollten, wer er sei. Ich bin nicht der Messias, machte er ihnen eindeutig klar. Wer dann? fragten sie weiter. Bist du Elia? Nein, der bin ich auch nicht, erwiderte er. Bist du der Prophet? Nein. Dann sag uns doch, wer du bist, entgegneten sie. Wir müssen ja denen, die uns geschickt haben, eine Antwort bringen. Was sagst du über dich selbst? Johannes antwortete mit den Worten des Propheten Jesaja. Ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft. Ebnet den Weg für den Herrn. Unter den Abgesandten waren auch einige Pharisäer, die jetzt weiterfragten. Wenn du weder der Messias bist, noch Elia und auch nicht der Prophet, weshalb taufst du dann? Ich taufe mit Wasser, entgegnete Johannes. Aber mitten unter euch steht jemand, den ihr nicht kennt. Es ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Das spielte sich in Bethanien ab, einem Dorf auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, Seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Ihn meinte ich, als ich sagte, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn er war schon lange vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht. Aber gerade deshalb bin ich gekommen und taufe mit Wasser, damit Israel erkennt, wer er ist. Dann machte Johannes diese Aussage. Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabschweben und auf ihm bleiben. Ich hätte nicht gewusst, wer es war, aber der, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, hatte mir gesagt, Wenn du den Geist auf jemand herabschweben und auf ihm bleiben siehst, dann ist das der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Ich habe es gesehen und bezeuge, dieser Mann ist der Sohn Gottes. Am nächsten Tag war Johannes mit zwei von seinen Jüngern wieder dort. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, Seht, das Opferlamm Gottes! Die zwei Jünger hörten das und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er, Was sucht ihr? Rabbi, wo wohnst du? entgegneten sie. Rabbi heißt übrigens Lehrer. Kommt mit, erwiderte er, dann werdet ihr es sehen. So kamen sie mit. Es war am späten Nachmittag. Sie sahen, wo er sich aufhielt und blieben den Tag über bei ihm. Einer von den beiden, die Jesus gefolgt waren, weil sie das Zeugnis von Johannes gehört hatten, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Der fand gleich darauf seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, Wir haben den Messias gefunden. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann brachte er ihn zu Jesus. Jesus sah ihn und sagte, Du bist Simon ben Johannes. Man wird dich einmal Kephas nennen. Kephas bedeutet Fels, griechisch Petrus. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, traf er Philippus und sagte zu ihm, Komm, folge mir! Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus der Stadt Bezaida. Danach traf Philippus Nathanael und sagte zu ihm, Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und den auch die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, ein Sohn von Josef. Nazareth? Kann von da etwas Gutes kommen? fragte Nathanael. Philippus erwiderte nur, Komm und sieh selbst! Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, Das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Woher kennst du mich? fragte Nathanael. Jesus antwortete, Ich sah dich, als du noch unter dem Feigenbaum saßt, bevor Philippus dich rief. Da erklärte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus erwiderte, Das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch viel größere Dinge sehen. Dann fügte er hinzu, Ja, ich versichere euch, Ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes vom Menschensohn zum Himmel aufsteigen und wieder herabkommen. Kapitel 2 Zwei Tage später begann in Cana, in Galiläa, eine Hochzeitsfeier. Die Mutter von Jesus nahm daran teil. Aber auch Jesus wurde mit seinen Jüngern noch dazu eingeladen. Als dann der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Frau, in was für eine Sache willst du mich da hineinziehen? entgegnete Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, Tut alles, was er euch aufträgt. In der Nähe standen sechs Wasserkrüge aus Stein, wie sie von den Juden für zeremonielle Waschungen benötigt wurden. Jeder von ihnen fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, Füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann befahl er ihnen, Nun schöpft etwas und bringt es dem Küchenmeister. Das machten sie. Als der Küchenmeister aber von dem Wasser, das Wein geworden war, gekostet hatte, rief er den Bräutigam. Er wusste ja nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten davon. Er sagte zu ihm, Jeder bringt doch zunächst den guten Wein auf den Tisch und setzt erst dann den weniger guten vor, wenn die Gäste schon betrunken sind. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben. Dieses Wunderzeichen in Kana in Galiläa war das Erste, das Jesus tat. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kafarnaum hinunter. Seine Angehörigen blieben aber nur wenige Tage dort. Als das jüdische Passerfest näher kam, zog Jesus nach Jerusalem. Auf dem Tempelgelände sah er Geldwechsler sitzen und Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften. Da machte er sich eine Peitsche aus Stricken und jagte sie alle mit den Schafen und Rindern aus dem Tempel hinaus. Die Münzen der Wechsler fegte er auf den Boden und ihre Tische kippte er um. Den Taubenverkäufern befahl er, schaff das weg von hier und macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich dabei an das Schriftwort, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Die Juden aber stellten ihn zur Rede. Mit welchem Wunderzeichen kannst du beweisen, dass du das Recht hast, so etwas zu tun? Jesus entgegnete, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, erwiderten die Juden. Und du willst das in drei Tagen schaffen? Mit dem Tempel hatte Jesus aber seinen eigenen Körper gemeint. Als er von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger an diesen Satz. Da glaubten sie den Worten der Schrift und dem, was Jesus gesagt hatte. Jesus hielt sich während des ganzen Passerfestes in Jerusalem auf. Viele glaubten in dieser Zeit an ihn, weil sie die Wunder sahen, die er tat. Doch Jesus vertraute sich diesen Leuten nicht an, weil er sie alle durchschaute. Niemand musste ihm etwas über die Menschen sagen, weil er wusste, was in ihrem Inneren vorging. Kapitel 5 Einer der führenden Männer in Judäa war ein Pharisäer namens Nikodemus. Der kam eines Nachts zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, sagte er, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat, denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Wie kann ein Mensch denn geboren werden, wenn er schon alt ist, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, und sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Wundere dich also nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wie ist so etwas möglich? fragte Nikodemus. Jesus erwiderte, du als Lehrer Israels, weißt das nicht? Ja, ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir kennen, und was wir bezeugen, haben wir gesehen. Doch ihr nehmt unsere Worte nicht ernst. Ihr glaubt ja nicht einmal, wenn ich über Dinge rede, die hier auf der Erde geschehen. Wie wollt ihr mir dann glauben, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Name er nicht geglaubt hat, ist der eine und einzigartige Sohn Gottes. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen. Aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren schlecht. Wer Böses tut, scheut das Licht. Er kommt nicht ans Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit richtet, tritt ans Licht, denn so wird sichtbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Er blieb einige Zeit dort, um Menschen zu taufen. Auch Johannes taufte damals in Änon, nicht weit von Salim, weil es dort reichlich Wasser gab. Immer noch kamen Menschen zu ihm, um sich taufen zu lassen, denn er war noch nicht im Gefängnis. Da kam es zwischen einigen Jüngern des Johannes und einem Juden zu einem Streit über die Reinigungsvorschriften. Deshalb gingen sie zu Johannes. Rabbi, sagten sie, der Mann, der auf der anderen Jordan-Seite zu dir gekommen ist und auf den du hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Johannes entgegnete, kein Mensch kann sich auch nur das Geringste nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias, ich bin ihm nur vorausgeschickt worden. Wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei und freut sich von Herzen, wenn er dessen Stimme hört. Das ist auch jetzt meine ganze Freude. Er muss immer größer werden, ich dagegen geringer. Ja, er ist von oben gekommen und größer als alle anderen. Wer von der Erde stammt, redet aus irdischer Sicht. Der vom Himmel kommt, steht über allen und bezeugt, was er dort gesehen und gehört hat, aber keiner nimmt ihm seine Botschaft ab. Doch wer auf ihn hört, bestätigt damit, dass Gott wahrhaftig ist. Denn er ist von Gott gesandt und verkündigt Gottes eigene Worte, weil Gott ihm den Geist ohne jede Einschränkung gegeben hat. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Wer an den Sohn glaubt, wer ihm vertraut, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn aber nicht glauben will, wird das ewige Leben nie zu sehen bekommen, denn Gottes Zorn wird auf ihm bleiben. Kapitel 4 Jesus erfuhr, dass die Pharisäer auf ihn aufmerksam wurden, weil er mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Er taufte allerdings nicht selbst, das taten seine Jünger. Da verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei fühlte er sich gedrängt, den Weg durch Samarien zu nehmen. So kam er zu einem samaritanischen Ort namens Sycha. Er lag in der Nähe des Grundstücks, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort ist auch der Jakobsbrunnen. Ermüdet von der langen Wanderung setzte Jesus sich an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich, um etwas zu trinken, bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Die Juden vermeiden nämlich den Umgang mit Samaritanern. Jesus antwortete, Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, sagte die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser haben? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben als das, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Jesus erwiderte, Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraus sprudelt. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau. Dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Wasserholen herkommen. Geh und hole deinen Mann hierher, sagte Jesus. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Das ist richtig, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau darauf. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden aber sagt, dass nur in Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf. Glaube mir, Frau, gab Jesus zur Antwort. Es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. Wir jedoch wissen, wen wir anbeten, denn die Rettung für die Menschen kommt von den Juden. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und mit wahrhaftigem Herzen anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von Wahrheit erfüllt sein. Ich weiß, dass der Messias kommt, der auch Christus genannt wird, sagte die Frau darauf. Und wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin's. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wolle und worüber er mit ihr rede. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündete den Leuten, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Vielleicht ist er der Messias. Da strömten die Leute aus dem Ort hinaus, um Jesus zu sehen. Inzwischen drängten die Jünger Jesus, Rabbi, isst doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Wer hat ihm denn etwas zu essen gebracht? fragten sich die Jünger. Da erklärte Jesus, Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es braucht vier Monate bis zur Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch doch um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Er, der sie einbringt, erhält schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich Sämann und Schnitter gemeinsam. Das Sprichwort trifft hier genau zu. Einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben sich vor euch dort abgemüht und ihr erntet die Frucht ihrer Mühe. Viele Samaritaner aus dem Ort glaubten an Jesus, weil die Frau ihnen bestätigt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als sie dann zu Jesus hinauskamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte, sagten sie zu der Frau. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Nach diesen zwei Tagen setzte Jesus seine Reise nach Galiläa fort. Jesus hatte selbst einmal erklärt, dass ein Prophet in seiner Heimat nicht geachtet wird. Doch als er jetzt dort ankam, nahmen ihn die Galiläer freundlich auf, denn sie waren zum Passerfest in Jerusalem gewesen und hatten gesehen, was er dort getan hatte. Er kam nun wieder nach Kana, dem Ort in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Zu dieser Zeit lebte ein Beamter des Königs in Kafarnaum, dessen Sohn schwer erkrankt war. Als er hörte, dass Jesus von Judäa zurück nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn, mit nach Kafarnaum hinunterzukommen und seinen Sohn zu heilen, der schon im Sterben lag. Jesus sagte zu ihm, müsst ihr denn immer Wunder oder besondere Zeichen sehen, bevor ihr glaubt? Doch der Beamte des Königs flehte ihn an, Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Geh ruhig heim, sagte Jesus dazu ihm, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte an das, was Jesus ihm gesagt hatte und machte sich wieder auf den Weg. Unterwegs kamen ihm einige seiner Sklaven entgegen und verkündeten, dein Junge lebt und ist gesund. Er fragte sie aus, seit wann genau es dem Jungen besser gehe. Gestern, kurz nach dem Mittag, verschwand das Fieber, sagten sie. Da wusste der Vater, dass das genau der Zeitpunkt war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte an Jesus, er und alle in seinem Haus. Mit diesem Zeichen bewies Jesus ein zweites Mal seine Macht, als er von Judäa nach Galiläa zurückgekommen war. Kapitel 5 Einige Zeit später ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Dort gab es in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen, die auf Hebräisch Bethesda genannt wird. In diesen Hallen lagen Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Einer der Männer dort war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah, wurde ihm klar, dass er schon lange krank war und er fragte ihn, willst du gesund werden? Herr, erwiderte der Kranke, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es selbst versuche, kommt immer schon ein anderer vor mir hinein. Steh auf, nimm deine Matte und geh, sagte Jesus da zu ihm. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Das geschah an einem Sabbat. Einige von den Juden sagten deshalb zu dem Geheilten, heute ist Sabbat, da darfst du deine Matte nicht tragen. Er antwortete, der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Welcher Mensch hat dir denn so etwas befohlen? fragten die Juden. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte, hör zu, du bist jetzt gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres passiert. Danach ging der Geheilte zu den Anführern der Juden und sagte ihnen, dass Jesus ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die Juden Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Doch Jesus sagte ihnen, mein Vater ist ständig am Werk und deshalb bin ich es auch. Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Denn Jesus hatte nicht nur die Sabbatvorschriften außer Kraft gesetzt, sondern Gott sogar als seinen eigenen Vater bezeichnet und sich damit Gott gleichgestellt. Auf ihre Anschuldigungen erwiderte Jesus, ja, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das genau tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selber tut. Und er wird ihm noch viel größere Dinge zu tun zeigen. Dinge, über die ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn das Leben, wem er will. Weil nicht der Vater das Urteil über die Menschen spricht, sondern der Sohn. Der Vater hat die ganze richterliche Macht dem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Doch wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Ja, ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Ja, ich versichere euch, die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da, dass die Toten die Stimme des Gottes Sohnes hören. Wer auf sie hört, wird leben. Denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, hat auch der Sohn Leben aus sich selbst heraus, weil der Vater es ihm gegeben hat. Und er hat ihm auch die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der angekündigte Menschensohn. Ihr müsst euch darüber nicht wundern, denn es wird die Stunde kommen, in der alle Toten in den Gräbern seine Stimme hören und herauskommen werden. Diejenigen, die das Gute getan haben, werden zum ewigen Leben auferweckt werden und diejenigen, die das Böse getan haben, zu ihrer Verurteilung. Ich kann nichts von mir aus tun, selbst dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Und mein Urteil ist gerecht, weil es nicht meinem eigenen Willen entspricht, sondern dem meines Vaters, der mich gesandt hat. Wenn ich als Zeuge für mich selbst auftreten würde, wäre mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Es gibt einen anderen Zeugen, der für mich aussagt, und ich weiß, dass er die Wahrheit sagt. Ihr habt eure Leute zu Johannes geschickt, und er hat euch die Wahrheit bezeugt. Nicht, dass ich auf die Aussage eines Menschen angewiesen wäre. Ich sage das nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Johannes war wie eine brennende, hell scheinende Lampe. Aber ihr wolltet euch nur eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Doch ich habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes. Das sind die Werke, die der Vater mir zu tun aufgibt. Diese Taten bezeugen, dass er mich gesandt hat. Auch der Vater selbst hat als Zeuge für mich gesprochen. Ihr habt seine Stimme nie gehört und seine Gestalt nie gesehen. Und nun habt ihr auch sein Wort nicht länger in euch. Denn ihr glaubt ja nicht an den, den er gesandt hat. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. doch sie spricht ja gerade von mir. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, wo ihr das Leben erhalten würdet. Ich bin nicht darauf aus, von euch geehrt zu werden, weil ich weiß, dass ihr Gottes Liebe nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Wenn dann ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, empfangt ihr ihn gern. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn bei euch will ja nur einer vom anderen Anerkennung bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose wird das tun, der Mose, auf den ihr eure Hoffnung setzt. Denn wenn ihr Mose wirklich geglaubt hättet, würdet ihr auch mir glauben, denn er hat ja von mir geschrieben. Wenn ihr aber nicht einmal glaubt, was Mose geschrieben hat, wie wollt ihr dann meinen Worten glauben? Kapitel 6 Einige Zeit später fuhr Jesus an das Ostufer des Sees von Galiläa, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menge Menschen folgte ihm, weil sie die Wunder Gottes an den geheilten Kranken sahen. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem Passafest, das die Juden jährlich feiern. Als Jesus aufblickte und die Menschenmenge auf sich zukommen sah, fragte er Philippus, wo können wir Brot kaufen, das all diese Leute zu essen bekommen? Er sagte das aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste schon, was er tun wollte. Philippus entgegnete, es würde mehr als 200 Denare kosten, um jedem auch nur ein kleines Stück Brot zu geben. Ein anderer Jünger namens Andreas, es war der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat, aber was ist das schon für so viele? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, sagte Jesus. Es waren allein an Männern ungefähr 5000. Dort, wo sie sich niederließen, gab es viel Gras. Jesus nahm nun die Fladenbrote, sprach das Dankgebet darüber und verteilte sie an die Menge. Ebenso machte er es mit den Fischen. Alle durften so viel essen, wie sie wollten. Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts umkommt. Die Jünger füllten zwölf Handkörbe mit den Brotstücken. So viel war von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Gottes Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie als nächstes kommen und ihn mit Gewalt zu ihrem König machen wollten. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Am Abend gingen seine Jünger zum See hinunter. Sie stiegen ins Boot und fuhren Richtung Kafanaum los, denn es war inzwischen finster geworden und Jesus war immer noch nicht zu ihnen gekommen. Der See wurde durch einen starken Wind aufgewühlt. Als sie dann eine Strecke von etwa fünf Kilometern gerudert waren, sahen sie auf einmal Jesus, wie er über das Wasser ging und auf ihr Boot zukam. Sie erschraken fürchterlich, doch er rief ihnen zu, ich bin's, habt keine Angst. Sie nahmen ihn zu sich ins Boot und da waren sie auch schon an dem Ufer, das sie erreichen wollten. Am nächsten Tag warteten die Menschen auf der anderen Seite des Sees wieder auf Jesus, denn sie hatten gesehen, dass die Jünger allein losfuhren, ohne dass Jesus zu ihnen in das Boot gestiegen war, das als einziges am Ufer gelegen hatte. Inzwischen legten mehrere Boote aus Tiberias an der Stelle an, wo die Menge das Brot nach dem Dankgebet des Herrn gegessen hatte. Als die Leute nun merkten, dass Jesus und seine Jünger nicht mehr da waren, stiegen sie in diese Boote, setzten nach Kaffana umüber und suchten dort nach ihm. Als sie ihn endlich gefunden hatten, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus erwiderte, ich kann euch mit Sicherheit sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Was Gott euch mit diesem Zeichen sagen wollte, interessiert euch nicht. Ihr solltet euch nicht so viel Mühe um die vergängliche Speise machen, sondern euch um die bemühen, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird der Menschensohn euch geben, denn ihm gab Gott der Vater die Beglaubigung dafür. Da fragten sie ihn, was sollen wir denn nach Gottes Willen tun? Jesus antwortete ihnen, Gott will von euch, dass ihr dem vertraut, den er gesandt hat. Doch da sagten sie zu ihm, wenn wir dir glauben sollen, dann musst du uns ein Wunder sehen lassen. Was wirst du tun? Unsere Vorfahren haben immerhin das Manna in der Wüste gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, Ich versichere euch nachdrücklich, es war nicht Mose, der euch das Brot aus dem Himmel gegeben hat, sondern es ist mein Vater, der euch das wahre Brot aus dem Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott schenkt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Aber ich habe es euch ja schon gesagt, trotz allem, was ihr an mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde sie niemals zurückweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen durchzusetzen, sondern um zu tun, was der will, der mich geschickt hat. Und er will, dass ich keinen von denen verliere, die er mir gegeben hat, sondern sie am letzten Tag von den Toten auferwecke. Denn mein Vater will, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn von den Toten auferwecken. Seine jüdischen Zuhörer waren empört darüber, dass er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, murrten sie? Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er behaupten, aus dem Himmel gekommen zu sein? Ihr müsst euch darüber nicht beschweren, sagte Jesus. Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir zieht. Und alle, die er zu mir bringt, werde ich an jenem letzten Tag von den Toten auferwecken. In In den Propheten Schriften heißt es ja, sie werden alle von Gott unterwiesen sein. Wer also auf den Vater hört und von ihm lernt, kommt zu mir. Das heißt natürlich nicht, dass jemand den Vater gesehen hat. Nur der eine, der von Gott gekommen ist, hat den Vater gesehen. Ja, ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren haben das Manna in der Wüste gegessen und sind dann doch gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel kommt, damit man davon essen kann und nicht sterben muss. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und das Brot, das ich ihm gebe, bin ich selbst. Es ist mein Körper, den ich gebe für das Leben der Welt. Das löste einen heftigen Streit unter den Juden aus. Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? schimpften sie. Aber Jesus fuhr fort. Ich versichere euch mit allem Nachdruck, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag von den Toten auferwecken. Denn mein Fleisch ist wirkliche Speise und mein Blut wirklicher Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt innerlich mit mir verbunden und ich mit ihm. Genauso wie ich durch den lebendigen Vater lebe, der mich gesandt hat, so wird auch der, der mich isst, durch mich leben. So verhält es sich mit dem Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben und nicht wie eure Vorfahren sterben, die doch das Manna gegessen hatten. Das alles sagte Jesus in seinem Lehrgespräch in der Synagoge von Kafanaum. Darüber ärgerten sich selbst viele seiner Jünger. Was er da sagt, geht zu weit, das kann man ja nicht anhören. Jesus wusste gleich, dass seine Jünger sich über seine Worte beschwerten und sagte zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß? Was dann, wenn ihr seht, wie der Menschensohn in den Himmel zurückkehrt? Der Geist macht lebendig, menschliches Bemühen nützt nichts. Aber die Worte, die ich euch gesagt habe, sind von diesem Geist und von Leben erfüllt. Allerdings gibt es einige unter euch, die glauben trotzdem nicht. Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn seinen Verfolgern ausliefern würde. Er schloss, deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich aus zu mir kommen, das kann nur mein Vater bewirken. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Da fragte Jesus die Zwölf, und ihr, wollt ihr mich etwa auch verlassen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen? antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Wir glauben und wissen, dass du der Heilige bist, der das Wesen Gottes in sich trägt. Daraufhin sagte Jesus zu ihnen, euch zwölf habe ich doch selber ausgewählt. Und doch ist einer von euch ein Teufel. Damit meinte er Judas Ben Simon, den Sikarier. Denn Judas, einer der Zwölf, war es, der ihn später verriet. hat Jesus blieb noch eine Zeit lang in Galiläa und zog von Ort zu Ort. Er miet Judäa, weil die führenden Männer des jüdischen Volkes seinen Tod beschlossen hatten. Kurz bevor die Juden ihr Laubhüttenfest feierten, sagten seine Brüder zu ihm, geh nach Judäa, damit deine Jünger auch dort sehen können, was für Wunder du tust. Wer bekannt werden möchte, versteckt seine Taten doch nicht. Falls du wirklich so wunderbare Dinge tust, dann zeige dich auch vor aller Welt. Denn nicht einmal seine Brüder glaubten an ihn. Jesus erwiderte, für mich ist die richtige Zeit noch nicht gekommen, aber euch ist jede Zeit recht. Euch kann die Welt nicht hassen, aber mich hasst sie, weil ich ihr immer wieder bezeuge, dass ihre Taten böse sind. Ihr könnt ruhig zu dem Fest gehen, ich komme jetzt nicht, für mich ist die Zeit noch nicht da. Mit dieser Antwort ließ er sie gehen und blieb in Galiläa. Nachdem seine Brüder zum Fest gezogen waren, machte sich Jesus auch auf den Weg nach Jerusalem. Er zeigte sich dabei aber nicht in der Öffentlichkeit. Während des Festes suchten ihn die Juden. Wo ist er nur? fragten sie. Überall tuschelten die Leute über ihn. Er ist ein guter Mensch, meinten die ein. Nein, widersprachen die anderen, er verführt das Volk. Doch keiner sagte seine Meinung öffentlich, denn sie hatten Angst vor den Führern der Juden. In der Mitte der Festwoche ging Jesus zum Tempel hinauf und begann dort, das Volk zu unterrichten. Da wunderten sich die Juden. Wie kommt es, dass er die Schriften so gut kennt? Er hat doch keinen Lehrer gehabt. Jesus ging gleich darauf ein und sagte, meine Lehre stammt nicht von mir, ich habe sie von dem, der mich gesandt hat. Wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Wer seine eigenen Ansichten vorträgt, dem geht es um seine eigene Ehre. Glaubwürdig ist jemand, dem es um die Ehre eines anderen geht, um die Ehre von dem, der hat keine falschen Absichten. Mose hat euch doch das Gesetz gegeben, aber keiner von euch lebt danach und mich wollt ihr sogar töten. Du bist ja besessen, riefen die Zuhörer. Wer will dich denn töten? Jesus gab ihnen zur Antwort. Nur eine Sache habe ich am Sabbat getan und ihr alle wundert euch immer noch darüber. Ihr beschneidet einen Menschen doch auch am Sabbat, wenn es sein muss, weil Mose euch die Beschneidung vorgeschrieben hat. Tatsächlich geht sie aber schon auf unsere Stammväter zurück. Wenn ein Mensch also auch am Sabbat beschnitten wird, um das Gesetz des Mose nicht zu brechen, warum seid ihr dann so aufgebracht, weil ich einen ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Urteilt nicht nach dem äußeren Eindruck, sondern so, wie es wirklich dem Gesetz entspricht. Einige Jerusalemer sagten zueinander, ist das nicht der, den sie umbringen wollten? Da lehrt er hier in aller Öffentlichkeit und sie sagen kein Wort? Sollten unsere Oberen wirklich erkannt haben, dass er der Messias ist? Doch den hier kennen wir ja und wissen, woher er ist. Wenn der Messias kommt, weiß aber niemand, woher er stammt. Da rief Jesus, während er das Volk im Tempel unterwies, Ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin, aber ich bin nicht aus eigenem Antrieb gekommen. Es gibt einen, der ganz wahrhaftig ist. Der hat mich gesandt und den kennt ihr nicht. Doch ich kenne ihn, weil ich von ihm bin. Er ist es, der mich gesandt hat. Da wollten sie ihn festnehmen lassen, doch keiner wagte es, Hand an ihn zu legen, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Viele in der Menge glaubten an ihn. Sie sagten zueinander, wird der Messias, wenn er kommt, wohl mehr Wunder tun, als dieser Mann sie getan hat? Als die Pharisäer dieses Gerede im Volk mitbekamen, sorgten sie dafür, dass die obersten Priester einige Männer von der Tempelwache losschickten, um Jesus verhaften zu lassen. Währenddessen sagte Jesus zu der Menschenmenge, ich werde nur noch kurze Zeit hier bei euch sein, dann gehe ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen, aber nicht finden, und wo ich dann bin, da könnt ihr nicht hinkommen. Wo will er denn hin? fragten sich die Juden verständnislos. Wo sollen wir ihn nicht finden können? Will er etwa zu den Juden ins Ausland gehen? Oder gar den Griechen seine Lehre bringen? Was soll das heißen, wenn er sagt, ihr werdet mich suchen, aber nicht finden, und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen? Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus vor die Menge Gott, soll er zu mir kommen und trinken? Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen, so wie es die Schrift sagt. Er meinte damit den Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Der Heilige Geist war ja noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Als sie das gehört hatten, sagten einige aus der Menge, das ist wirklich der Prophet, der kommen soll. Manche sagten sogar, er ist der Messias. Der Messias kommt doch nicht aus Galiläa, entgegneten andere. Hat die Schrift nicht gesagt, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein und aus Bethlehem kommen wird, dem Dorf, in dem David lebte? So kam es wegen Jesus zu einer Spaltung in der Menge. Einige wollten ihn verhaften lassen, aber keiner wagte es, ihn anzufassen. Als die Männer der Tempelwache zu den obersten Priestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Noch nie haben wir einen Menschen zu reden hören, erwiderten die Männer. Hat er euch denn auch verführt? herrschten die Pharisäer sie an. Glaubt denn ein einziger von den oberen Priestern oder den Pharisäern an ihn? Das macht auch nur dieses verfluchte Volk, das keine Ahnung vom Gesetz hat. Da sagte Nikodemus, der selbst ein Pharisäer war und Jesus einmal aufgesucht hatte, verurteilt unser Gesetz denn einen Menschen, ohne dass man ihn vorher verhört und seine Schuld festgestellt hat? Bist du etwa auch aus Galiläa? gaben sie zurück. Untersuch doch die Schriften, dann wirst du sehen, dass kein Prophet aus Galiläa kommen kann. Dann gingen sie alle nach Hause. Kapitel 8 Jesus aber ging zum Ölberg. Doch schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Als dann das ganze Volk zu ihm kam, setzte er sich und begann sie zu unterweisen. Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Doch sie ließen nicht locker und wiederholten ihre Frage. Schließlich richtete er sich auf und sagte, Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen zog sich einer nach dem anderen zurück, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Er richtete sich wieder auf und sagte, Frau, wo sind sie hin? Hat keiner dich verurteilt? Keiner Herr, erwiderte sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du kannst gehen, doch hör auf zu sündigen. Dann sagte Jesus wieder zu allen Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Da sagten die Pharisäer zu ihm, jetzt bist du unglaubwürdig, denn du trittst als Zeuge für dich selbst auf. Jesus erwiderte, auch wenn ich als Zeuge für mich selbst spreche, ist meine Aussage dennoch wahr, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe, aber ihr wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben, ich verurteile niemand. Und selbst wenn ich ein Urteil ausspreche, so ist es doch richtig, weil ich nicht allein dastehe, sondern in Übereinstimmung mit dem Vater bin, der mich gesandt hat. Auch in eurem Gesetz steht ja geschrieben, dass die übereinstimmende Aussage von zwei Zeugen gültig ist. Der eine Zeuge bin ich und der andere ist der Vater, der mich gesandt hat. Wo ist denn dein Vater? fragten sie. Jesus erwiderte, weil ihr nicht wisst, wer ich bin, wisst ihr auch nicht, wer mein Vater ist. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Diese Worte sagte Jesus, als er im Tempel in der Nähe der Kästen für Geldopfer lehrte. Aber niemand nahm ihn fest, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Jesus wandte sich wieder an seine Zuhörer. Ich werde fortgehen, sagte er. Ihr werdet mich suchen, aber ihr werdet in eurer Sünde sterben, denn ihr könnt nicht dorthin kommen, wohin ich gehe. Will er sich etwa das Leben nehmen? fragten sich die Juden. Warum sagt er sonst, wohin ich gehe, könnt ihr nicht kommen? Doch Jesus fuhr fort. Ihr seid von hier unten, aber ich komme von oben. Ihr seid von dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Aus diesem Grund sagte dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich der bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Wer bist du denn? fragten sie. Das habe ich euch doch schon immer gesagt, erwiderte Jesus. Und was euch betrifft, könnte ich noch viel sagen und hätte allen Grund, euch zu verurteilen. Aber ich sage der Welt nur das, was ich von dem Vater warhaftig ist. Der hat mich gesandt. Aber sie verstanden immer noch nicht, dass er von Gott, dem Vater, zu ihnen sprach. Deshalb fügte er hinzu, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr erkennen, wer ich bin. Dann werdet ihr begreifen, dass ich nichts von mir selbst austue, sondern rede, wie und was der Vater mich gelehrt hat. Und er, der mich gesandt hat, steht mir bei und lässt mich nicht allein, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Als Jesus das sagte, glaubten viele an ihn. Zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten, sagte Jesus nun, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir sind nie Sklaven von irgendjemand gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Ich versichere euch nachdrücklich, erwiderte Jesus. Jeder, der sündigt, ist Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie, nur der Sohn gehört immer dazu. Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid. Trotzdem wollt ihr mich umbringen, und zwar deshalb, weil meine Worte keinen Raum in euch finden. Ich rede von dem, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Auch ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Unser Vater ist Abraham, protestierten sie. Nein, erwiderte Jesus, wenn ihr wirklich Nachkommen Abrahams wärt, würdet ihr auch so handeln wie er. Stattdessen versucht ihr mich zu töten. Mich, der ich euch die Wahrheit von Gott gesagt habe. So etwas hat Abraham nicht getan. Nein, ihr handelt so wie euer wirklicher Vater. Wir sind keine unehelichen Kinder, widersprachen sie. Wir haben nur einen einzigen Vater und das ist Gott. Wenn Gott euer Vater wäre, hielt Jesus Jesus ihnen entgegen, dann würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott zu euch gekommen, in seinem Auftrag und nicht von mir aus. Warum ist mein Reden nur so unverständlich für euch? Weil ihr gar nicht fähig seid, mein Wort zu hören. Euer Vater ist nämlich der Teufel und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Und gerade weil ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch kann mir denn Sünde nachweisen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer Gott zum Vater hat, hört auf das, was Gott sagt. Aber ihr hört es nicht, weil ihr nicht von Gott stammt. Haben wir nicht recht? empörten sich die Juden. Du bist ein samaritanischer Teufel. Ein Dämon hat dich in seiner Gewalt. Nein, sagte Jesus, ich bin nicht von einem Dämon besessen, sondern ich ehre meinen Vater, aber ihr beleidigt mich. Doch ich suche keine Ehre für mich selbst. Das tut ein anderer für mich und das ist der Richter. Ja, ich versichere euch, wer sich nach meinen Worten richtet, wird niemals sterben. Da sagten die Juden, jetzt sind wir sicher, dass du von einem Dämon besessen bist. Abraham ist gestorben und die Propheten auch, aber du sagst, wer sich nach meinen Worten richtet, wird niemals sterben? Bist du etwa größer als unser Vater Abraham und die Propheten, die alle gestorben sind? Für wen hältst du dich eigentlich? Jesus erwiderte, wenn ich mich selbst ehren würde, wäre meine Ehre nichts wert. Doch es ist mein Vater, der mich ehrt. Es ist der, von dem ihr behauptet, er sei euer Gott. Und dabei habt ihr ihn nie gekannt. Doch ich kenne ihn. Wenn ich sagen würde, dass ich ihn nicht kenne, wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und richte mich nach seinem Wort. Euer Vater Abraham sah dem Tag meines Kommens mit Jubel entgegen. Er sah ihn dann auch und war froh. Du bist noch keine fünfzig Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Hielten ihm die Juden entgegen. Ja, ich versichere euch, sagte Jesus. Ich war schon da, bevor Abraham überhaupt geboren wurde. Da hoben sie Steine auf, um ihn damit zu töten. Doch Jesus entzog sich ihren Blicken und verließ den Tempel. Und verließ Gott hat verliegt. Kapitel 9 Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten ihn seine Jünger, wie kommt es, dass er blind geboren wurde? Hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld, noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann spuckte er auf den Boden, machte einen Brei aus seinem Speichel und strich ihn auf die Augen des Blinden. Geh zum Teich Shiloach, befahl er ihm, und wasch dir das Gesicht. Shiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Seine Nachbarn und andere, die ihn bisher nur als Bettler gekannt hatten, fragten sich verwundert. Ist das nicht der, der hier immer bettelte? Einige meinten, er ist es. Andere sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Doch, ich bin es, erklärte der Blindgeborene. Aber wieso kannst du auf einmal sehen, fragten sie ihn. Der Mann, der Jesus heißt, erwiderte er, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sagte, Geh zum Shiloach und wasch dir dort das Gesicht. Das tat ich und konnte auf einmal sehen. Und wo ist er jetzt, fragten sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Daraufhin brachten sie den ehemaligen Blinden zu den Pharisäern. Es war nämlich ein Sabbat gewesen, als Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er nun sehen könne. Er strich einen Brei auf meine Augen, ich wusch mich und konnte sehen. Da sagten einige der Pharisäer, dieser Mensch kann nicht von Gott sein, denn er hält den Sabbat nicht ein. Aber wie kann ein sündiger Mensch solche Wunder vollbringen, hielten andere entgegen. Ihre Meinungen waren geteilt. Da fragten sie den Blindgeborenen noch einmal. Was sagst du von ihm? Dich hat er ja sehend gemacht. Er ist ein Prophet, gab dieser zur Antwort. Aber die Führer der Juden wollten dem Geheilten nun nicht glauben, dass er blind gewesen war. Deshalb ließen sie seine Eltern holen und fragten, Ist das euer Sohn? Stimmt es, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten, das ist unser Sohn und wir wissen, dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Wir haben auch keine Ahnung, wer ihn geheilt hat. Fragt ihn doch selbst. Er ist alt genug und kann am besten Auskunft darüber geben. Sie sagten das aus Angst vor den führenden Männern der Juden, denn die hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekennen würde. Aus diesem Grund hatten die Eltern gesagt, Er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Da riefen sie den Blindgeborenen zum zweiten Mal herein. Gib Gott die Ehre und sag die Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, entgegnete der Geheilte. Ich weiß nur, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Was hat er mit dir gemacht? fragten sie. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Das habe ich euch doch schon gesagt, entgegnete er. Habt ihr dir nicht zugehört? Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr vielleicht auch seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn. Du bist ein Jünger von diesem Menschen. Wir sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Aber bei diesem Menschen wissen wir nicht, woher er kommt. Der Geheilte entgegnete. Das ist aber erstaunlich. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir wissen doch alle, dass Gott nicht auf Sünder hört. Er hört nur auf Menschen, die gottesfürchtig leben und tun, was er will. Und noch nie hat man davon gehört, dass jemand einen blind geborenen Menschen von seiner Blindheit geheilt hat. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er überhaupt nichts tun. Du Sünder willst uns belehren? Fuhren sie ihn an. Du bist ja schon in Sünde geboren. Dann warfen sie ihn hinaus. Jesus hörte von seinem Hinauswurf und suchte ihn auf. Glaubst du an den Menschen, Sohn? Fragte er. Herr, wenn du mir sagst, wer es ist, will ich an ihn glauben. Er steht vor dir und spricht mit dir, sagte Jesus. Herr, ich glaube an dich, rief da der Geheilte und warf sich vor ihm nieder. An mir müssen die Geister sich scheiden, sagte Jesus. Ich bin in diese Welt gekommen, um solche, die nicht sehen können, zum Sehen zu bringen und denen, die sich für sehend halten, zu zeigen, dass sie blind sind. Einige Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten das. Sind wir etwa auch blind? sagten sie zu Jesus. Wenn ihr blind wärt, entgegnete Jesus, dann wärt ihr ohne Schuld. Weil ihr aber behauptet, Sehende zu sein, bleibt eure Schuld bestehen. Kapitel 10 Ich versichere euch mit allem Nachdruck, wer nicht durch das Tor in dem Pferch für die Schafe hineingeht, sondern anderswo über die Mauer klettert, ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirt geht durch das Tor zu den Schafen hinein. Ihm öffnet der Wächter am Eingang und auf seine Stimme hören auch die Schafe. Er ruft seine Schafe mit Namen einzeln aus der Herde heraus und führt sie ins Freie. Wenn er sie dann draußen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie nicht folgen, sondern weglaufen, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer verstanden nicht, was Jesus mit diesem Bild meinte. Jesus begann noch einmal. Ja, ich versichere euch, ich bin das Tor zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin das Tor. Wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirt, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich setze mein Leben für die Schafe ein. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Pferch sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine einzige Herde unter einem Hirten sein. Und weil ich mein Leben hergebe, liebt mich mein Vater. Ich gebe es her, um es wieder an mich zu nehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben und die Macht, es wieder an mich zu nehmen. So lautet der Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Wegen dieser Worte entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden. Viele von ihnen sagten, Er ist von einem bösen Geist besessen. Er ist verrückt. Warum hört ihr ihm überhaupt zu? Aber andere meinten, Nein, so redet kein Besessener. Kann etwa ein Dämon Blinden das Augenlicht geben? Damals war gerade Winter und in Jerusalem fand das Fest der Tempelweihe statt. Auch Jesus hielt sich im Tempel auf, in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und fragten, Wie lange willst du uns noch hinhalten? Wenn du der Messias bist, dann sage es frei heraus. Ich habe es euch doch schon gesagt, erwiderte Jesus, aber ihr glaubt mir ja nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, beweist, wer ich bin. Aber ihr gehört nicht zu meiner Herde, wie ich euch schon gesagt habe, und darum glaubt ihr nicht. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie ihm zu entreißen. Ich und der Vater sind untrennbar eins. Da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn damit zu töten. Jesus sagte ihnen, Viele gute Werke habe ich im Auftrag meines Vaters unter euch getan. Für welches davon wollt ihr mich steinigen? Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, wüteten die Juden, sondern wegen Gotteslästerung, denn du machst dich selbst zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Jesus erwiderte, Steht in eurem Gesetz nicht auch der Satz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn also diejenigen Götter genannt werden, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden, wie könnt ihr da behaupten, du lästerst Gott? Weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Ich, der vom Vater gerade dazu erwählt und in die Welt gesandt wurde. Wenn das, was ich tue, nicht die Werke meines Vaters sind, müsst ihr mir nicht glauben. Sind sie es aber, dann lasst euch wenigstens von den Werken überzeugen, wenn ihr schon mir nicht glauben wollt. An ihnen müsstet ihr doch erkennen, dass der Vater in mir ist und dass ich im Vater bin. Da versuchten sie wieder, ihn festzunehmen, aber er entzog sich ihren Händen. Er überquerte den Jordan und ging an die Stelle, an der Johannes getauft hatte. Dort blieb er und viele Menschen kamen zu ihm. Johannes hat zwar keine Wunder getan, sagten sie, aber alles, was er über diesen Mann gesagt hat, entspricht der Wahrheit. So kamen dort viele zum Glauben an Jesus. , Gott mir Gott, 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 Kapitel 11 Nun wurde ein Mann in Bethanien krank. Er hieß Lazarus. Bethanien war das Dorf, in dem auch Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war die Frau, die dem Herrn das kostbare Salböl über die Füße gegossen und sie dann mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Lazarus war ihr Bruder. Da schickten die Schwestern eine Botschaft zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Jesus hatte Martha, ihre Schwester und Lazarus sehr lieb. Als er nun hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, Wir gehen wieder nach Judäa zurück. Rabbi, wandten die Jünger ein, Eben noch haben die Juden dort versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin? Jesus entgegnete, Ist es am Tag nicht zwölf Stunden hell? Solange es hell ist, kann ein Mensch sicher seinen Weg gehen, ohne anzustoßen, weil er das Tageslicht hat. Wer aber in der Nacht unterwegs ist, stolpert, weil er ja kein Licht in sich selbst hat. Dann sagte er zu seinen Jüngern, Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, Aber ich gehe jetzt hin, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er gesund werden, Sagten die Jünger. Sie dachten, er rede vom natürlichen Schlaf. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen. Da sagte er es ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben, Und wegen euch bin ich froh, Dass ich nicht dort war, Damit ihr glauben lernt. Aber kommt, lasst uns zu ihm gehen. Thomas, den man auch Zwilling nannte, Sagte zu den anderen Jüngern, Ja, lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Als Jesus ankam, erfuhr er, Dass Lazarus schon vier Tage in der Grabhöhle lag. Bethanien war nur drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Leute aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, Um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, Lief sie ihm entgegen. Maria blieb im Haus. Herr, sagte Martha zu Jesus, Wenn du hier gewesen wärst, Dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß, Dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlagen wird. Dein Bruder wird auferstehen, Sagte Jesus zu ihr. Ich weiß, dass er auferstehen wird, Entgegnete Martha, Bei der Auferstehung am letzten Tag. Da sagte Jesus, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, Auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, Wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, Antwortete sie. Ich glaube, dass du der Messias bist, Der Sohn Gottes, Der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, Um ihre Schwester Maria zu holen. Der Rabbi ist da, Flüsterte sie ihr zu. Er will dich sehen. Da stand Maria sofort auf Und lief ihm entgegen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingekommen. Er war immer noch an der Stelle, Wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, Die bei Maria im Haus gewesen waren, Um sie zu trösten, Sahen, wie sie plötzlich aufstand Und hinausging. Sie dachten, sie wolle zur Gruft gehen, Um dort zu weinen, Und folgten ihr. Als Maria nun an die Stelle kam, Wo Jesus war, Warf sie sich ihm zu Füßen Und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, Dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, Wie sie und auch die Juden, Die mit ihr gekommen waren, Weinten, Wurde er innerlich aufgewühlt Und war sehr erregt. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er sie. Komm und sieh selbst, Antworteten die Leute. Da brach Jesus in Tränen aus. Seht einmal, Wie lieb er ihn gehabt hat, Sagten die Juden. Aber einige von ihnen meinten, Er hat doch den Blinden geheilt. Hätte er nicht auch Lazarus Vor dem Tod bewahren können? Erneut ergrimmte Jesus innerlich Und ging zur Gruft. Das war eine Höhle, Die mit einem Stein verschlossen war. Hebt den Stein weg, Sagte Jesus. Doch Martha, Die Schwester des Verstorbenen, Wandte ein, Herr, der Geruch, Er liegt ja schon vier Tage hier. Jesus erwiderte, Ich habe dir doch gesagt, Dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, Wenn du mir vertraust. Da nahmen sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf Und sagte, Vater, ich danke dir, Dass du mich erhört hast. Ich weiß, Dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menschenmenge, Die hier steht, Habe ich es laut gesagt. Sie sollen glauben, Dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit gewaltiger Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Tote heraus, Hände und Füße mit Grabbinden umwickelt Und das Gesicht mit einem Schweißtuch zugebunden. Macht ihn frei und lasst ihn gehen, Sagte Jesus. Als sie das gesehen hatten, Glaubten viele der Juden, Die zu Maria gekommen waren, An Jesus. Doch einige von ihnen gingen zu den Pharisäern Und berichteten, Was Jesus getan hatte. Da riefen die hohen Priester und Pharisäer Den hohen Rat zusammen. Was sollen wir tun? Fragten sie. Dieser Mensch tut viele, Aufsehen erregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, Werden schließlich noch alle an ihn glauben. Und dann werden die Römer eingreifen. Sie werden unseren Tempel Und das ganze Volk vernichten. Einer von ihnen, Kajafas, Der in jenem Jahr Der amtierende hohe Priester war, Sagte, Ihr begreift aber auch gar nichts. Versteht ihr denn nicht, Dass es viel besser für uns ist, Wenn einer für alle stirbt Und nicht das ganze Volk umkommt? Er hatte das nicht von sich aus gesagt, Sondern in seiner Eigenschaft Als hoher Priester Die Weissagung ausgesprochen, Dass Jesus für diese Nation sterben sollte. Jesus starb allerdings Nicht nur für das jüdische Volk, Sondern auch, Um die in aller Welt Verstreuten Kinder Gottes Zu einem Volk zusammenzuführen. Von diesem Tag an Waren sie fest entschlossen, Ihn zu töten. Jesus zeigte sich deshalb Nicht mehr öffentlich unter den Juden, Sondern hielt sich mit seinen Jüngern In einer Gegend Am Rand der Wüste auf, In einer Ortschaft Namens Ephraim. Doch das jüdische Passerfest Kam näher Und viele Menschen Aus dem ganzen Land Zogen nach Jerusalem, Um sich dort Den Reinigungszeremonien Für das Fest zu unterziehen. Sie hielten Ausschau nach Jesus. Wenn sie im Tempel zusammenstanden, Fragten sie einander, Was meint ihr? Ob er wohl zum Fest kommen wird? Die hohen Priester Und die Pharisäer Hatten angeordnet, Dass jeder es melden müsste, Wenn ihm der Aufenthaltsort Von Jesus bekannt wäre. Denn sie wollten ihn verhaften. Kapitel 12 Sechs Tage vor dem Passerfest Kam Jesus wieder nach Bethanien, Wo Lazarus wohnte, Den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister gaben Jesus Zu Ehren ein Festmahl, Bei dem Martha bediente. Lazarus lag mit den Gästen zu Tisch. Dann nahm Maria ein Pfund Echtes, sehr kostbares Nadenöl Und salbte Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie diese Mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls Erfüllte das ganze Haus. Da sagte einer von den Jüngern Ärgerlich, es war Judas, Der Sikarier, der Jesus später verriet, Warum hat man dieses Salböl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen Und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, Weil er sich um die Armen sorgte, Sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse Und bediente sich daraus. Lass sie in Ruhe, sagte Jesus. Sie hat das als Vorbereitung Für mein Begräbnis getan. Es wird immer Arme geben, Um die ihr euch kümmern könnt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Als es sich herumgesprochen hatte, Dass Jesus in Bethanien war, Strömten die Leute in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, Sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, Den Jesus vom Tod auferweckt hatte. Da beschlossen die Hohenpriester, Auch Lazarus zu töten, Weil seinetwegen so viele Juden hingingen Und anfingen, an Jesus zu glauben. Am nächsten Tag erfuhren viele von denen, Die zum Passerfest gekommen waren, Dass Jesus sich auf den Weg Nach Jerusalem gemacht hatte. Da nahmen sie Palmzweige in die Hand Und zogen ihm entgegen. Hosianna, riefen sie, Gelobt sei Gott, Gepriesen sei, der da kommt, Im Namen des Herrn. Heil dem König von Israel. Jesus hatte einen jungen Esel geliehen Und ritt auf ihm in die Stadt, Wie es in der Heiligen Schrift steht. Fürchte dich nicht, Tochter von Zion. Dein König kommt zu dir. Er reitet auf einem Eselsfohlen. Doch das verstanden seine Jünger Damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit Zurückgekehrt war, Erinnerten sie sich, Dass man ihn genauso empfangen hatte, Wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Leute in der Menge, Die dabei gewesen waren, Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen Und vom Tod auferweckt hatte, Hatten überall davon erzählt. Deswegen zogen ihm jetzt So viele Menschen entgegen. Sie hatten alle von dem Wunder gehört. Da sagten die Pharisäer zueinander, Ihr seht doch, Dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Unter den Festbesuchern, Die zur Anbetung Gottes Nach Jerusalem kamen, Waren auch einige Griechen. Sie wandten sich an Philippus, Der aus Bezaida in Galiläa stammte, Und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus sprach mit Andreas darüber. Dann gingen beide zu Jesus Und sagten es ihm. Doch Jesus erwiderte, Die Zeit ist gekommen, In der die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar wird. Ja, ich versichere euch, Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt Und stirbt, Bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, Wird es viele neue Körner hervorbringen. Wer sein Leben liebt, Wird es verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, Wird es für das ewige Leben erhalten. Wenn jemand mir dienen will, Muss er mir auf meinem Weg folgen. Mein Diener wird dann auch dort sein, Wo ich bin. Und mein Vater wird ihn ehren. Ich bin jetzt voller Angst und Unruhe. Soll ich beten, Vater, rette mich vor dem, Was auf mich zukommt? Aber deswegen bin ich ja gerade In diese Zeit hineingekommen. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Da sprach eine Stimme vom Himmel, Das habe ich bis jetzt getan Und werde es auch diesmal tun. Von den Menschen, Die dort standen und zuhörten, Sagten einige, Es hat gedonnert. Andere meinten, Ein Engel hat mit ihm geredet. Aber Jesus sagte, Diese Stimme wollte nicht mir etwas sagen, Sondern euch. Jetzt entscheidet sich das Geschick der Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und wenn ich von der Erde erhöht worden bin, Werde ich alle zu mir ziehen. Mit diesen Worten deutete er an, Auf welche Weise er sterben würde. Die Menge hielt ihm entgegen. Wir lesen in der Schrift, Dass der Messias für immer bleiben wird. Wie kannst du da behaupten, Der Menschensohn müsse erhöht werden? Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Das Licht wird nur noch kurze Zeit für euch leuchten, Sagte Jesus. Nutzt das Licht, Solange ihr es habt, Damit euch die Dunkelheit nicht überfällt. Wer in der Dunkelheit unterwegs ist, Weiß nicht, wohin er geht. Glaubt an das Licht, Solange ihr es noch habt, Damit ihr Menschen des Lichts werdet. Nachdem er das gesagt hatte, Zog Jesus sich aus der Öffentlichkeit zurück. Obwohl Jesus so viele Wunderzeichen Vor den Menschen getan hatte, Glaubten sie ihm nicht. Es sollte nämlich so kommen, Wie der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wer erkennt, Dass Gott hinter diesen mächtigen Taten steht? Sie konnten nicht glauben, Weil Jesaja auch Folgendes vorausgesagt hat. Er hat ihre Augen geblendet und ihr Herz hart gemacht. So kommt es, Dass ihre Augen nichts sehen Und ihr Herz nichts versteht Und sie nicht umkehren, Um sich von mir heilen zu lassen. Jesaja sprach hier von Jesus, Denn er hatte seine Herrlichkeit gesehen. Dennoch glaubten sogar von den führenden Männern viele an Jesus. Aber wegen der Pharisäer Bekannten sie sich nicht öffentlich dazu, Denn sie befürchteten, Aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Ihr Ansehen bei den Menschen War ihnen wichtiger, Als die Anerkennung von Gott. Jesus rief laut, Wer an mich glaubt, Der glaubt eigentlich nicht an mich, Sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, Sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, Damit jeder, der an mich glaubt, Nicht in der Finsternis bleibt. Wer hört, was ich sage, Und sich nicht danach richtet, Den verurteile ich nicht. Denn ich bin nicht in die Welt gekommen, Um die Welt zu richten, Sondern um sie zu retten. Wer mich verachtet Und nicht annimmt, was ich sage, Hat seinen Richter schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, Wird ihn an jenem letzten Tag verurteilen. Denn ich habe ja nicht aus eigener Vollmacht gesprochen, Sondern aus der meines Vaters. Er hat mich gesandt und mir aufgetragen, Was ich sagen und reden soll. Und ich weiß, Dass sein Auftrag das ewige Leben bringt. Ich gebe euch also genau das weiter, Was mir der Vater gesagt hat. Kapitel 13 Das Passerfest stand jetzt unmittelbar bevor. Jesus wusste, Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, Diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Nun bewies er den Seinen in dieser Welt Das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war beim Abendessen. Der Teufel hatte den Sikaria, Judas Ben Simon, Schon zu dem Plan verleitet, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, Dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht Über alles gegeben hatte Und dass er von Gott gekommen war Und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, Zog sein Obergewand aus Und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel Und begann den Jüngern die Füße zu waschen Und mit dem Tuch abzutrocknen, Dass er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, Wehrte der ab und sagte, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus erwiderte ihm, Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, Widersetzte sich Petrus. Doch Jesus antwortete, Wenn ich sie dir nicht wasche, Gehörst du nicht zu mir. Dann, Herr, wasch mir nicht nur die Füße, Sondern auch die Hände und den Kopf, Sagte Simon Petrus. Jesus entgegnete, Wer gebadet hat, ist ganz rein. Er muss sich später nur noch die Füße waschen. Ihr seid rein. Allerdings nicht alle. Jesus wusste nämlich, Wer ihn verraten würde. Darum hatte er gesagt, Nicht alle von euch sind rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, Zog er sich das Obergewand wieder an Und legte sich an seinen Platz am Tisch. Versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr. Das ist auch in Ordnung so, Denn ich bin es ja. Wenn nun ich, der Herr und der Rabbi, Euch die Füße gewaschen habe, Dann seid auch ihr verpflichtet, Euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe Euch ein Beispiel gegeben, Damit Ihr genau so handelt. Ja, ich versichere Euch, Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr Und ein Bote nicht wichtiger als der, Der ihn schickt. Wenn Ihr das begreift, Seid Ihr gesegnet, wenn Ihr es tut. Doch ich rede nicht von Euch allen. Ich kenne ja die, Die ich erwählt habe. Aber was die Schrift sagt, Der, der mein Brot isst, Tritt nach mir. Ich sage Euch das schon jetzt, Bevor es eintrifft, Damit Ihr dann, wenn es geschieht, Nicht daran irre werdet, Dass ich wirklich der bin, Der ich bin. Und ich versichere Euch, Wer einen meiner Botschafter aufnimmt, Nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, Nimmt den auf, der mich gesandt hat. Nach diesen Worten sagte Jesus, Im Innersten erschüttert, Ja, ich versichere Euch, Einer von Euch wird mich ausliefern. Die Jünger blickten sich ratlos an Und konnten sich nicht denken, Wen er meinte. Einer von ihnen hatte seinen Platz Direkt neben Jesus. Es war der, den Jesus besonders lieb hatte. Diesem Jünger gab Petrus einen Wink, Er solle fragen, Von wem er reden würde. Da lehnte sich der Jünger etwas zu Jesus zurück Und fragte, Herr, wer ist es? Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen, Erwiderte Jesus, Und es dem geben, der es ist. Er nahm ein Stück von dem Fladenbrot, Tauchte es in die Schüssel Und gab es Judas Ben Simon, Dem Sikarier. Als Judas das Brotstück genommen hatte, Fuhr der Satan in ihn Und nahm ihn in Besitz. Jesus sagte zu ihm, Beeile dich und tue, was du tun willst. Keiner von denen, die mit zu Tisch lagen, Verstand, weshalb er das zu ihm gesagt hatte. Weil Judas die Kasse verwaltete, Dachten einige, Jesus habe ihn aufgefordert, Noch einige Einkäufe für das Fest zu machen Oder ihn beauftragt, den Armen etwas zu bringen. Als Judas den Bissen gegessen hatte, Ging er sofort hinaus in die Nacht. Nachdem Judas den Raum verlassen hatte, Sagte Jesus, Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar, Und auch die Herrlichkeit Gottes wird durch ihn offenbar. Und wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht hat, Dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes offenbar machen. Das wird bald geschehen. Ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Ihr werdet mich suchen, Aber was ich schon den Juden sagte, Muss ich auch euch sagen. Da, wo ich hingehe, Könnt ihr nicht mitkommen. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, Sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander Werden alle erkennen, Dass ihr meine Jünger seid. Herr, sagte Simon Petrus, Wo gehst du hin? Wo ich hingehe, Erwiderte Jesus, Dahin kannst du jetzt nicht mitkommen. Aber später wirst du mir dorthin nachfolgen. Herr, entgegnete Petrus, Warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich bin auch bereit für dich zu sterben. Dein Leben willst du für mich lassen? Erwiderte Jesus. Ja, ich versichere dir, Noch bevor der Hahn kräht, Wirst du mich dreimal verleugnen. Ja, ich versichere dir, Ich versichere dir, Ich versichere dir, Dann teu Nest auch. Ja, ich versichere dir. Kapitel 14 Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir da den Weg kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen. Herr, zeige uns den Vater, sagte Philippus. Das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht, erwiderte Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen doch nicht von mir. Es ist der Vater, der ständig in mir ist und alles bewirkt. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, dann glaubt wenigstens aufgrund der Wunderwerke selbst. Ja, ich versichere euch, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere Taten vollbringen. Denn ich gehe zum Vater, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn geehrt wird. Was ihr also in meinem Namen von mir erbittet, werde ich tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Auch ich werde ihn lieben und ihm zeigen, wer ich bin. Da fragte ihn Judas, nicht der Sikarier, Herr, wie kommt es, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Wer mich liebt, gab Jesus ihm zur Antwort, wird sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird sich nicht nach meinen Worten richten. Und dabei kommt das Wort, das ihr hört, nicht einmal von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Ich habe euch das gesagt, solange ich noch bei euch bin. Aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ich gehe weg und komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich liebt, dann werdet ihr euch für mich freuen, weil ich jetzt zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Ich habe euch das alles im Voraus gesagt, damit ihr dann, wenn es geschieht, im Glauben fest bleibt. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt ist schon gegen mich unterwegs. Er wird zwar nichts an mir finden, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und das tue, was er mir aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen gehen. Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid schon rein. Ihr seid es aufgrund der Botschaft, die ich euch anvertraut habe. Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt, und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Ihr bleibt darin, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Auch ich habe immer die Weisungen meines Vaters befolgt und bin so in seiner Liebe geblieben. Ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Meine Weisung an euch lautet, Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt sein Herr nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um irgendetwas bittet, wird er es euch geben. Ich befehle euch, einander zu lieben. Wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder lieben. Doch ihr gehört nicht zur Welt, denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf das Eure hören. Aber alles, was sie euch antun, ist gegen meinen Namen gerichtet. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte. Doch so haben sie keine Entschuldigung mehr für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht die Wunder unter ihnen getan hätte, die noch kein Mensch getan hat. Doch jetzt haben sie diese Dinge gesehen und hassen mich trotzdem, mich und meinen Vater. Aber das musste so kommen, damit sich erfüllen würde, was in ihrem Gesetz steht. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Wenn dann der Beistand gekommen ist, wird er mein Zeuge sein. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin. Aber auch ihr seid meine Zeugen, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Kapitel 16 Ich habe euch das gesagt, damit ihr nicht unsicher werdet. Man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt sogar eine Zeit, in der die, die euch töten, meinen, Gott einen Dienst damit zu tun. Sie werden euch das antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich habe euch das gesagt, damit ihr euch, wenn die Zeit dafür gekommen ist, an meine Worte erinnert. Aber jetzt gehe ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch fragt, wohin ich gehe. Stattdessen hat euch das, was ich gesagt habe, mit Traurigkeit erfüllt. Doch glaubt mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. Ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern euch nur sagen, was er gehört hat, und euch verkündigen, was die Zukunft bringt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch verkündigt, hat er von mir empfangen. Alles, was der Vater hat, gehört ja auch mir. Deshalb habe ich gesagt, was er euch verkündigen wird, hat er von mir. Es dauert nur noch ein wenig, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch eine Weile danach werdet ihr mich wiedersehen. Wie sollen wir das verstehen? sagten einige seiner Jünger zueinander. Es dauert nur noch ein wenig, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, doch eine Weile danach werdet ihr mich wiedersehen. Und was bedeutet, ich gehe zum Vater? Sie überlegten hin und her. Was ist das für eine kleine Weile, von der er gesprochen hat? Wir verstehen nicht, was er damit meint. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten und sagte, Überlegt ihr miteinander, was ich damit meinte? Es dauert nur noch ein wenig, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, doch eine Weile danach werdet ihr mich wiedersehen. Ja, ich versichere euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wenn eine Frau ein Kind bekommt, macht sie bei der Geburt Schweres durch. Wenn das Kind jedoch geboren ist, hat sie vor Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist, alle Schmerzen vergessen. Auch ihr seid jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voller Freude sein, die euch niemand wegnehmen kann. Wenn es soweit ist, werdet ihr mich nichts mehr fragen müssen. Ja, ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet nur, ihr werdet es bekommen. Und dann wird eure Freude vollkommen sein. Ich habe euch das alles in Bildern gesagt, aber es kommt eine Zeit, in der ich nicht mehr in Rätseln zu euch rede, sondern offen über den Vater sprechen werde. Dann werdet ihr ihn in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich dann den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Denn ihr liebt mich ja und glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Ja, ich bin vom Vater aus in die Welt gekommen und ich werde die Welt verlassen und zum Vater zurückkehren. Da sagten seine Jünger, Endlich sprichst du offen und nicht mehr in Rätselworten. Jetzt verstehen wir, dass du alles weißt und unsere Fragen kennst, bevor wir sie stellen. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Jetzt glaubt ihr, sagte Jesus. Passt auf, es kommt die Zeit. Sie ist sogar schon da, wo ihr auseinanderlaufen werdet, jeder dorthin, wo er herkommt. Und ihr werdet mich allein lassen. Aber ich bin nicht allein. Der Vater ist ja bei mir. Ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben. Aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Ich habe die Welt besiegt. Kapitel 17 Nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Stunde ist gekommen. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm die Macht über alle Menschen anvertraut, damit er denen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Vater, gib mir erneut die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor es diese Welt gab. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten schon immer dir und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn ich habe ihnen das weitergegeben, was du mir gesagt hast. Und sie haben es angenommen und erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie glauben auch daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie gehören dir. Ja, weil sie alle mein sind, gehören sie dir. Und die dein sind, gehören mir. Und ich werde in ihnen geehrt. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir, Vater, du heiliger Gott. Sie aber sind noch in der Welt. Bewahre sie in der Macht, die du mir gegeben hast. In der Macht deines Namens. damit sie eins sind, so wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in deinem Namen bewahrt. Ich habe über sie gewacht, dass nicht einer von ihnen verloren ging, außer dem, der den Weg des Verderbens gegangen ist, so wie es die Schrift vorausgesagt hat. Doch jetzt komme ich zu dir. Aber dies alles wollte ich sagen, solange ich noch hier in der Welt bin, damit sie ganz von meiner Freude erfüllt sind. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben. Nun hasst sie die Welt, weil sie nicht mehr zu ihr gehören, so wie auch ich kein Teil von ihr bin. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, genauso wie ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie gebe ich mich dir hin, damit auch sie durch die Wahrheit dir hingegeben sind. Ich bitte dich aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen nämlich meine Herrlichkeit sehen können, die du mir gegeben hast, weil du mich liebtest, schon vor der Gründung dieser Welt. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich, und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde das auch weiterhin tun. Ich tue das, damit die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllt und ich selbst in ihnen bin. Kapitel 18 Nach diesem Gebet verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Olivenhain, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Weil Jesus oft mit seinen Jüngern dort gewesen war, kannte auch der Verräter Judas die Stelle. Und Judas kam jetzt dorthin. Er wurde von einem Trupp Soldaten begleitet und von Männern der Tempelwache, die ihm die hohen Priester und Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste, was nun mit ihm geschehen würde und ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen. Wen sucht ihr? fragte er sie. Jesus von Nazareth gaben sie ihm zur Antwort. Ich bin's, sagte er. Der Verräter Judas stand bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte, Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie noch einmal, Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, antworteten sie wieder. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, entgegnete Jesus. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese hier gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das Jesus selbst gesagt hatte, Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Plötzlich zog Simon Petrus das Schwert, das er bei sich hatte, und hieb damit auf den Sklaven des Hohenpriesters ein. Dabei schlug er ihm das rechte Ohr ab. Der Mann hieß Malchus. Steck das Schwert weg, befahl Jesus seinem Jünger. Soll ich den Kelch etwa nicht austrinken, den mir der Vater gegeben hat? Die Soldaten, ihr Befehlshaber und die Männer der jüdischen Tempelwache nahmen Jesus fest. Sie fesselten ihn und brachten ihn zuerst zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Kajafas, der in jenem Jahr als hoher Priester amtierte. Kajafas war es gewesen, der den Juden klargemacht hatte, dass es besser sei, wenn ein Einzelner für das Volk stirbt. Simon Petrus und noch ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser andere Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und konnte deshalb mit Jesus in den Palasthof hineingehen. Petrus musste draußen vor dem Tor stehen bleiben. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, wieder zurück, verhandelte mit der Pförtnerin und nahm Petrus dann mit hinein. Es war diese Dienerin am Tor, die Petrus fragte, bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Mannes? Nein, sagte Petrus, das bin ich nicht. Es war kalt. Die Sklaven und die Diener hatten ein Kohlenfeuer gemacht und standen nun darum herum und wärmten sich. Petrus stellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls. Inzwischen begann der Hohepriester, Jesus über seine Lehre und seine Jünger zu befragen. Jesus erklärte, ich habe immer offen vor aller Welt geredet und nie im Geheimen gelehrt, sondern immer in den Synagogen und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen. Warum fragst du dann mich? Frag doch die, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Empört über diese Worte schlug ihn einer der dabei stehenden Wächter ins Gesicht und sagte, wie kannst du so mit dem Hohenpriester reden? Jesus entgegnete, wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe, dann beweise es mir. Bin ich aber im Recht? Warum schlägst du mich dann? Danach ließ Hannas Jesus gefesselt zu Kajafas, dem amtierenden den Hohenpriester bringen. Simon Petrus stand immer noch am Feuer und wärmte sich. Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? wurde er da gefragt. Nein, ich bin es nicht, log Petrus. Einer der Sklaven des Hohenpriesters, ein Verwandter von dem, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, hielt ihm entgegen. Habe ich dich nicht dort im Garten bei ihm gesehen? Wieder stritt Petrus es ab. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Frühmorgens führten sie Jesus von Kajafas zum Praetorium, dem Amtssitz des römischen Stadthalters. Sie selbst betraten das Amtsgebäude nicht, um sich nicht zu verunreinigen, denn sonst hätten sie nicht am Passamahl teilnehmen dürfen. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, Was habt ihr gegen diesen Mann vorzubringen? Wir hätten ihn nicht vorgeführt, wenn er kein Verbrecher wäre, gaben sie zurück. Dann nehmt ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz, sagte Pilatus. Wir dürfen ja niemand hinrichten, erwiderten sie. So sollte sich die Voraussage erfüllen, mit der Jesus die Art seines Todes angedeutet hatte. Pilatus ging ins Praetorium zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? fragte er. Bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das gesagt? fragte Jesus zurück. Bin ich etwa ein Jude? entgegnete Pilatus. Dein eigenes Volk und die Hohenpriester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Mein Königreich ist nicht von dieser Welt, antwortete Jesus. Wenn es so wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht in die Hände gefallen wäre. Aber jetzt ist mein Reich nicht von hier. Also bist du doch ein König, sagte Pilatus. Du hast recht, erwiderte Jesus. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Wahrheit? meinte Pilatus. Was ist das schon? Dann ging er wieder zu den Juden hinaus und erklärte, ich kann keine Schuld an ihm finden. Es gibt aber doch den Brauch, dass ich euch am Passerfest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Nein, den nicht, schrien sie. Wir wollen Barabbas. Barabbas war ein Straßenräuber. Kapitel 19 Daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Dann flochten die Soldaten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie Jesus auf den Kopf. Sie hängten ihm einen Purpormantel um und stellten sich vor ihn hin und schrien, hoch lebe der Judenkönig. Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Dann ging Pilatus noch einmal zu den Juden hinaus und sagte, seht her, ich bringe ihn jetzt zu euch, denn ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Als Jesus herauskam, trug er die Dornenkrone und den Purpormantel. Da, seht den Menschen, sagte Pilatus zu ihnen. Als die hohen Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie, kreuzigen, kreuzigen. Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, rief Pilatus. Ich jedenfalls finde keine Schuld an ihm. Nach unserem Gesetz muss er sterben, hielten ihm die Juden entgegen, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Er ging ins Praetorium zurück und fragte Jesus, woher kommst du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Willst du denn nicht mit mir reden, sagte Pilatus zu ihm. Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen? Ich kann dich aber auch ans Kreuz bringen. Du hättest keine Macht über mich, erwiderte Jesus, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der, der mich dir ausgeliefert hat, größere Schuld. daraufhin versuchte Pilatus noch einmal ihn freizulassen, doch die Juden schrien, wenn du den freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich als König ausgibt, stellt sich gegen den Kaiser. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus auf dem Platz hinausführen, den man Steinpflaster nannte, auf Hebräisch Gabbata. Dort setzte er sich auf den Richterstuhl. Es war der Tag vor dem Passerfest, am späten Vormittag. Pilatus sagte zu den Juden, da, seht euren König. Weg mit ihm, weg, schrien sie, ans Kreuz mit ihm. Euren König soll ich kreuzigen lassen? rief Pilatus. Die hohen Priester entgegneten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst und schleppte sich aus der Stadt hinaus, zu der Stelle, die man Schädelhöhe nennt. Auf Hebräisch heißt sie Golgotha. Dort nagelten sie ihn ans Kreuz, ihn und noch zwei andere, links und rechts von ihm. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ auch ein Schild an das Kreuz von Jesus nageln, auf dem stand Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und der Text war auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch abgefasst. Die Hohenpriester erhoben Einspruch bei Pilatus. Nicht König der Juden muss da stehen, sagten sie, sondern er behauptete König der Juden zu sein. Doch Pilatus erwiderte, geschrieben bleibt geschrieben. Die vier Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, teilten seine Kleidung unter sich auf. Auch sein Untergewand nahmen sie an sich. Es war von oben bis unten durchgehend gewebt, ohne Naht. Das zerreißen wir nicht, sagten sie zueinander. Lassen wir das Los entscheiden, wer es bekommt. Damit erfüllte sich, was die Schrift vorausgesagt hatte. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Und genau das hatten die Soldaten getan. In der Nähe des Kreuzes, an dem Jesus hing, standen seine Mutter Maria und ihre Schwester, außerdem Maria, die Frau des Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter neben dem Jünger stehen sah, den er besonders lieb hatte, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Der Jünger nahm sie zu sich und sorgte von da an für sie. Weil Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, ich 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 Durst. Denn er wollte auch in diesem Punkt die Voraussagen der Schrift erfüllen. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in das Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Üsopstängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Es war der Tag vor dem Sabbat, der diesmal ein hoher Festtag sein würde. Deshalb baten die führenden Männer der Juden Pilatus, dass den Gekreuzigten die Beine gebrochen würden. Man wollte sie vom Kreuz abnehmen lassen, damit sie nicht den Sabbat über dort hängen blieben. Die Soldaten gingen nun zunächst zu dem einen, der mit Jesus gekreuzigt war und brachen ihm die Beine und dann zu dem anderen. Als sie an Jesus vorbeikamen, merkten sie, dass er schon gestorben war. Deshalb brachen sie ihm die Beine nicht. Einer von den Soldaten stach ihm allerdings mit dem Speer in die Seite. Da kamen Blut und Wasser heraus. Dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen. Was er sagt, ist zuverlässig. und er weiß, dass es wahr ist. Er bezeugt es, damit auch ihr zum Glauben findet. Denn das alles geschah, damit die Voraussagen der Schrift erfüllt würden. Es wird ihm kein Knochen gebrochen werden. Und an einer anderen Stelle, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Danach bat Josef von Arimatea Pilatus, um die Erlaubnis, den Leichnam von Jesus abnehmen zu dürfen. Josef war auch ein Jünger von Jesus, allerdings nur heimlich, weil er Angst vor den Juden hatte. Als er von Pilatus die Genehmigung erhalten hatte, ging er zum Hinrichtungs hin. Und nahm den Leichnam von Jesus ab. Auch Nicodemus, der Jesus einmal in der Nacht aufgesucht hatte, kam dazu. Er brachte eine Mischung von Mürre und Aloe mit, ungefähr 33 Kilogramm. Sie wickelten den Leib und Herbeigabe der wohlriechenden Öle in Leinen binden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entsprach. Der Ort der Kreuzigung lag in der Nähe eines Gartens. Dort befand sich eine neu ausgehauene Grabhöhle, in der noch niemand gelegen hatte. In dieses Grab legten sie Jesus, weil es ganz in der Nähe war und der dort noch vor dem Ende des Rüsttags der Juden begraben werden konnte. Kapitel 20 Früh, am ersten Wochentag, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, der den Eingang zur Grabhöhle verschloss, weggerollt war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den und sagte, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Die beiden Jünger brachen sofort auf und eilten zum Grab. Sie liefen miteinander los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und kam zuerst an der Grabhöhle an. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden da liegen, ging aber noch nicht hinein. Als Simon Petrus ankam, ging er gleich in die Grabkammer. Er sah die Leinenbinden da liegen und auch das Schweißtuch, das man dem Toten um den Kopf gebunden hatte. Es lag nicht bei dem Leinenzeug, sondern zusammengewickelt an einer anderen Stelle. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, hinein. Er sah es sich an und glaubte. Denn bis dahin hatten sie noch nicht verstanden, dass Jesus nach dem Zeugnis der Schrift von den Toten auferstehen musste. Die beiden Jünger gingen wieder nach Hause, aber Maria stand inzwischen wieder draußen an der Grabhöhle und weinte. Weinend beugte sie sich vor, um in die Gruft hineinzusehen. Auf einmal sah sie zwei weiß gekleidete Engel dasitzen, wo der Körper von Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und der andere am Fußende. Frau, warum weinst du? fragten sie. Maria erwiderte, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie über die Schulter zurückblickte, sah sie auf einmal Jesus dastehen, erkannte ihn aber nicht. Er sagte, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, sag mir bitte, wo er jetzt liegt, dann gehe ich und werde ihn holen. Maria sagte Jesus. Da drehte sie sich um und rief, Rabbuni, das ist hebräisch und heißt Lehrer. Lass Lass mich los, sagte Jesus zu ihr, ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Am Abend jenes Sonntags trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Friede sei mit euch, sagte er noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben und wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, einer der Zwölf war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erklärten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas erwiderte, erst muss ich die Wunden der Nägel in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keines falls. Acht Tage später waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hier auf die Stelle und sieh dir meine Hände an. Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott gab Thomas ihm da zur Antwort. Jesus erwiderte, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die aber nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Kapitel 21 Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus und Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Cana in Galiläa, die Söhne des Zebedeos und noch zwei andere Jünger waren zusammen. Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus, fingen in dieser Nacht aber nichts. Als es Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei? rief er ihnen zu. Nein, riefen sie zurück. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Dort werdet ihr welche finden. Das taten sie. Doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot ziehen, so viele Fische hatten sie gefangen. Da sagte der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Daraufhin warf sich Simon Petrus das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch und sprang ins Wasser. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie waren ja nur noch hundert Meter vom Land entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fische Briten. Auch Fladenbrot lag dabei. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus zu ihnen. Da ging Petrus zum Boot und zog das Netz an Land. Und obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss es nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Am liebsten hätten die Jünger ihn gefragt, wer er sei, doch keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zum Feuer, nahm das Brot und reichte es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern nach seiner Auferweckung von den Toten zeigte. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon ben Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Gleich darauf wiederholte er die Frage, Simon ben Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn, Simon ben Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Und ich muss dir noch etwas sagen, als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel binden und dich dorthin bringen, wo du nicht hingehen willst. Jesus wollte damit andeuten, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann sagte er ihm, komm, folge mir. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, hinter ihnen herging. Es war derselbe Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer von uns wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, was wird aber aus ihm? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er im Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. So entstand das Gerücht unter den Brüdern, jener Jünger würde nicht sterben. Aber Jesus hatte nicht gesagt, er werde nicht sterben, sondern nur, wenn ich will, dass er im Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Der Jünger, von dem Jesus das sagte, ist auch der, der bezeugt, was in diesem Buch steht. Er hat es niedergeschrieben und wir wissen, dass alles wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn das alles einzeln aufgeschrieben würde, ich denke, die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden müssen. was das hat. Das 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 ist das